Ich sehe, triggern möchte. Und zwar, ich aus einer zivilisierten Welt unterscheide Menschen nach Sympathie und Empathie. Und ich verachte Menschen, die in mein Haus kommen oder in meiner Wohnung und in meinen christlichen Kühlschrank gehen, den Kühlschrank leer fressen, auf deutsch gesagt, und sich hinterher beschwere, das Essen ist ja haram. Und dafür habe ich die größte Verachtung. Und so versuche ich das jetzt in leichter Sprache. Menschen, die empathielos sind, Menschen, die mir unsympathisch sind, ich habe das Recht, das zu sagen. Und wenn eine Religion empathielos ist, dann habe ich das Recht zu sagen, dass diese Religion empathielos ist, weil ich dafür Gründe habe. Genauso wie ein Michael Stürzenberger Gründe hat, eine Religion zu kritisieren. Und jeder kann mich jetzt hochkommen von mir aus und das Ganze vielleicht zu hinterfragen und mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich rede persönlich jeden einzelnen Menschen, den ich unsympathisch finde und dem sage ich das auch ins Gesicht. Und ob er Moslem ist oder sonst irgendwas, sein Verhalten, wie er sich verhält, das macht ihn sympathisch oder unsympathisch. Und leider haben wir hier in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr unsympathisch sich verhalten. Und ich habe das Recht, demjenigen das zu sagen und würde mich freuen, wenn jemand den Arsch in der Hose hat, das Ganze zu widerlegen oder beziehungsweise sich zu erklären. Da würde ich mich gerne freuen und mir erklären, warum er eine Religion folgt, die völlig empathielos ist und empathielos und einem Propheten folgt, der nur Schlechtes getan hat. Und es gibt nichts, was dieser Prophet Gutes für die Menschheit bzw. für unser christliches Land getan hat. Also grundsätzlich, ich bin fast auf deiner Seite, fast. Also grundsätzlich, Religion ist immer das etwas, was man wirtschaftlich nutzen kann. Das heißt, ich kann damit Menschen spalten, ich kann sie auch an meine Seite holen und dann ist Politik und Religion, muss man immer grundsätzlich voneinander trennen. Und es zählt immer die Menschlichkeit. Und wenn ich als Mensch etwas wahrnehme, dann dürften heute in Palästinien nicht 12.000 Kinder sterben und andere schauen dabei zu, wie diese Bevölkerung stirbt. Das ist unverschämt. Moment mal, Moment. Ich bin noch nicht, Moment, Nicole, entschuldige. Anna, darf ich darauf antworten? Ja, natürlich. Weißt du, warum ich, ich rede jetzt von mir, warum ich Palästina oder Palästinenser unsympathisch finde? Kannst du dir vorstellen, warum ich Palästina, weil sie sich unsympathisch verhalten? Das passt nicht in meinem weltlichen, moralischen Prinzip, was ich habe, was ich gelernt habe, wie ich erzogen wurde. Das passt nicht in meinem Weltbild. Und Menschen, die sich daneben benehmen, die empfinde ich als unsympathisch. Und wenn Menschen andere töten, dann kann ich keine Empathie empfinden, weil für Töten gibt es keine Empathie. Das ist die größte Verachtung, die man haben kann. Ich würde mal noch kurz was darauf antworten. Was du nicht verstehst, Demokratie, ja? Du hast in deinem Profil drinstehen, du hast keine einseitigen Medienberichte, aber du erzählst hier die Hamas-News. Der Islam, den kann man nicht trennen, weil der Islam zu 70 Prozent politisch ist. Deswegen funktioniert das nicht. Und es gibt 27 Aufrufe zu Gewalt, beziehungsweise zu Tötungsaufrufe im Koran gegen Juden, Christen und Ungläubige. Das kann man nicht trennen. Und das zu ignorieren, das ist einfach nur, ja, da ist man einfach naiv. Um es mal nett auszudrücken. Zivilisierte Gesellschaft. Wer hatte jetzt gesprochen? Zivilisierte Gesellschaft? Nein, nein, die Demokratie oder die Demokraten. Nein, mit dem unsympathisch. Mit dem unsympathisch. Zivilisierte Gesellschaft. Auch Nicole. Ja, okay. Ich verstehe deine Gefühlslage absolut. Da ist etwas in deren Wesen, was sie wirklich gruselig macht für den ruhigen, nordeuropäischen Charakter. Und wenn wir so auf solche wilde, emotionale und freudig entgleisenden Menschen treffen, dann versteht das der Nordeuropäer nicht. Ja, wir streiten uns laut, Entschuldigung, auf eine gewisse Art und Weise, aber wir kommen auch gleich wieder runter. Das ist die nordeuropäische Art. Aber diese Leute reden sich in Rage und werden ziemlich wütend. Und deswegen verstehe ich das auch. Was du erlebst, ist nichts weiter als Unverständnis. Ja, hier trifft deine Lebensart auf diese fremde Lebensart. Und das macht natürlich die ganze Sache ausgesprochen zwielichtig. Ja, und deswegen verstehe ich total, von wo du kommst. Ja, du hier claschen oder stoßen zwei Kulturen aufeinander, die nichts miteinander hier zu tun haben. Und das ist ein Riesenproblem. So, jetzt ist der Demokratiemensch weg, ja? Ja, der ist weg. Macht der Leber hat nochmal so ein interessantes Gutes geschrieben, was auch nicht angesprochen wird. Palästinenser haben 1972 in München ja einen Angriff auf Juden gemacht und die auch getötet. Dazu kommen wir noch, dazu kommen wir auch noch, zu dieser Erinnerung. Aber ich finde es interessant, wenn Linke, die benutzen ja auch einander alle, reinkommen, ihre Agenda machen und ganz schnell weglaufen. Das ist sehr schön. Ich habe hier gesessen und habe gesagt, meine Güte, halt mal die Fresse. Weißt du, Kieran, ich versuche das natürlich in leichter Sprache, für die ich je kann. Weil komplexe Zusammenhänge, das wollen sie ja gar nicht hören. Und Fakten wollen sie auch nicht hören. Und deswegen versuche ich auf dieser Ebene, dass sie einfach das Wort Sympathie und Empathie oder unsympathisch oder empathielos, dass sie das einfach unterscheiden müssen. Und warum man Menschen eine bestimmte Ethnie nicht mag, weil sie sich einfach unsympathisch verhalten. Und ich mag einfach nicht, wenn irgendwelche Jugendlichen am Bahnhof rumjungern und einen ethnischen oder migrantischen Hintergrund haben. Dann finde ich das einfach, das mag ich nicht, das will ich nicht und das kotzt mich an. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland das genauso empfinden. Aber sie trauen sich das halt einfach nicht zu sagen. Und dann werden sie beschimpft als Rassisten und als Menschen, die den Islam nicht verstehen. Ich muss den Islam überhaupt nicht verstehen, weil ich das, was ich auch vom Islam verstanden habe, ist gruselig genug, um meine Meinung darüber zu machen und zu sagen, deine Religion finde ich einfach Bullshit. Es ist viel dramatischer, Zivilisation. Ja, ja. Es ist viel dramatischer. Du wirst gezwungen, dich mit einer fremden Religion auseinanderzusetzen. Natürlich. Mit den Verhaltensmustern einer sehr befremdlichen Religion. Du bist gezwungen, Formeln plötzlich zu begreifen wie Halal und Haram und Kafer und Mushrik und dies und das. Und du musst zum Islam... Mittlerweile, Kian, müssen wir auch noch erfahren, wie schön Scharia ist. Also wir müssen auch noch diese Formel erfahren, wie schön Klaifat und Scharia ist. Sie sind schon so weit. Ja, und das ist ja mein Beispiel mit dem Kühlschrank. Weißt du, das ist ja genau dasselbe. Sie plündern, sie setzen sich an den christlichen, vollgedeckten Tisch, fressen den ganzen Tisch leer und hinterher beschweren sie sich und sagen, ja, das war aber nicht Halal. Das ist ja alles Haram. Verstehst du, diese Unverschämtheit. Ich versuche das ja wirklich TikTok-sportlich zu umschreiben. Ich könnte ja noch viel radikaler und direkter, das will ich ja nicht. Der Filmregisseur Imad Karim hatte mal gesagt, sie wollen teilhaben, aber nicht teilnehmen. Das heißt, sie wollen an unserer Gesellschaft nicht teilnehmen, sie wollen nur teilhaben. Sie wollen was von dem Kuchen, aber sie wollen nichts für diesen fucking Kuchen machen. Das ist es. Ja, sie wollen den ganzen Kuchen aufessen und hinterher sich beschweren. Das ist ja so der Hintergrund. Sie bedienen sich am Kuchen und hinterher sagen, ja, aber der Kuchen hat aber scheiße geschmeckt. Ja, aber sie haben ihn aufgegessen. Verstehst du? Und genau so ist es. Sie kommen hierher und nehmen erstmal alles und im Anschluss fordern sie einen Kalifat. Und das ist ja das, was heuchlerisch ist und das ist das, was ich verachte. Und diese Verachtung, da nehme ich mir kein Blatt. Und solche Menschen verachte ich. Wenn jemand sagt, ja, ich bin aber nicht so, aber es sind nicht alle so, dann muss man mir das Gegenteil beweisen. Weil ich mache die Erfahrung, dass ich blöd belästigt werde, in Straßenbahn und U-Bahn respektlos angeschaut werde. Und für mich ist das eine Beleidigung, für meine Weltsicht, wenn eine Muslima von oben bis unten sich verschleiert. Und daran sehe ich ja, dass sie ja nicht, das hat ja nichts mit Religionsfreiheit zu tun, sondern diese Muslima will mir zeigen, dass sie eine gottesfürchtige Muslima ist und ich es nicht bin. Das ist ja das alles, was diese Person mir zeigen will. Und ich habe einfach, ja, so bin ich erzogen worden. Und so sage ich auch, würde ich ihr ins Gesicht sagen, dass ich das scheiße finde und nicht gut finde und ich es ablehne. Ganz einfach. Wisst ihr, was am Wochenende hier bei uns passiert? Nicole, ein Moment, ich möchte ganz kurz noch anderen die Chance geben, was zu sagen, weil die warten schon sehr lange. Wir haben, wir haben Skalars und wir haben Abu Nix Islam. Skalars, du bist als Erster dran. Dabei, danach, Abu Nix Islam, Kian, du kannst mich unterbrechen. Oder andere, wenn du willst, du bist Kokos, Nicole. Gleich danach, nach Abu Nix Islam, bist du auch dran. Hallo, ich wollte mich mal vorstellen und zwar, ich bin Streamer und ich habe mehrere Abonnenten und ich würde gerne Kian einen Account geben von TikTok. Der kommt aus dem arabischen Raum. Der kann nicht gebannt werden, der kann da reden, wie er will. Und der hat 17.000 Abonnenten. Ich habe schon etwas größere Reichweite, also würde ich dir einfach überlassen und schenken. Oh, wow. Wenn du sagst, du willst den haben, dann kann ich dich anschreiben auf den Account, den ich hier gerade sehe. Ja. Dann gebe ich dir den und dann kannst du reden. Also, das ist so ein Account gewesen. Das war einfach nur so ein Test gewesen, meine Abonnenten da raufzukriegen. Aber es hat nicht so funktioniert. Okay. Ich bin auf Kickston und sowas auch live, aber ich will denen einfach schenken. Da kannst du reden, wie du willst, weil es gibt andere Rechtlinien da. Da kannst du richtig kritisieren. Die Araber gucken dich auch zu. Das ist super. Ich werde dir das dann jetzt gleich... Sehr gerne, das wäre genial. Auch, ich habe Outlook, aber ich habe so ein Streaming-Gedekt. Ich mache ja nicht so was, wie du machst, sondern ich mache eher so Spiele und so. Da habe ich mehrere Abonnenten. Aber ich will so langsam ein bisschen damit aufhören. Aber diesen TikTok-Accounts kannst du ruhig haben. Da ist so Arabisch. Arabisch habe ich von Abonnenten Geschenke gekriegt. Alles auf Arabisch. Kannst du einfach umändern. Du kannst alles umändern. Dein Name, deine Sachen. Dann hast du 17.000 Abonnenten und kannst du halt deine Sachen da reinpusten. Das wollte ich nur sagen. Ich schicke dir dann gleich die Daten zu. Dann kannst du gleich online kommen und uns viel machen. Kein Problem. Das ist super wert von dir. Das ist richtig aufrichtig. Wow, Skalars. Das ist aber super. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr strapp. Sehr sympathisch. Vielen Dank. Danke dir. Das meine ich mit, wir haben ein super Team. Wir ziehen beste Menschen an und ihr könnt sehen, der Unterschied zwischen uns und den anderen, wir unterstützen einander und wir sind loyal. Und wir haben sehr viele großzügige Menschen, um uns herum, die uns unterstützen. Danke, Skalars. Das ist wirklich sehr toll, dass wir Kieran nicht verlieren. Kieran, ich hoffe, du freust dich. Das ist besser als ein Löwe. Also wirklich. Also genial. Also wenn ich da losfetzen kann, dann mache ich das. In diesem Stream nehme nur ich Leute hoch. Skalars ist leider weg. Danke, dass du da bist. In diesem Stream nehme nur ich Leute hoch. Bitte nicht für mich Gäste hochnehmen. Aber du bist jetzt dran. Entstumm dich. Guten Abend. Guten Abend und Shalom. Und Gottes Segen für alle Menschen auf dieser Welt, egal wo, besonders die Menschen, die hier hören, wenn ich das so sehe, erfüllt mich das alles irgendwo mit Angst, mit Angst, mit Strecken. Wie können Menschen andere Menschen töten und sagen, hey, das relativieren? Das frage ich mich. Also ich bin eigentlich wegen die Demokratie hochgekommen, weil vieles einseitig gesehen wird. Ich hatte Freitag noch gar nichts von gehört, habe eigentlich mal einen Stream gemacht. So ein bisschen... Ich halte ihn jetzt hoch. Er will auch wieder hoch. Ah ja? Wir hatten noch jemanden Arabisches da, aber der ist wieder weg. Wenn du wegen ihm da bist, dann nehme ich die Demokratie wieder hoch. Nicht unbedingt. Ich bin allgemein wegen seiner Äußerung eigentlich hier. Oh, fühle ich mich jetzt geehrt. Also ich bin wirklich Demokrat. Und ich hasse es, wenn man von Demokratie redet und am Ende die Demokratie an das falsche Bild stellt. Ich finde es unverschämend, wirklich unverschämend, wie unsere Regierung dabei zuschauen kann, wie 15.000 Kinder getötet werden. Wie Menschen... Demokratie, ich möchte dich einfach nur stummen, weil du dich wiederholst und dann traust du ab. Du bezahlst mich nicht für diese Show. Das ist eine Show, du hast eine Agenda, du redest in Floskeln, du hast überhaupt keine Argumente, du hast keine Quellen, du erzählst Unsinn, du bedienst Narrativ der Hamas. Abu war jetzt dran, unterbrich nicht. Oder geh, Abu, sprich bitte. Die Demokratie, genau das ist, was ich meine. Es wird gesagt, 15.000 Kinder oder 15, was weiß ich, wie viele Kinder in Gaza. Ja, es ist schlimm, wenn da Kinder sterben. Es ist schlimm, wenn überhaupt Menschen sterben müssen. Es ist leider manchmal nicht vermeidbar, dass es in Konflikten Tote gibt. Aber man muss gucken, was der Auslöser, was der Grund dafür ist. Und wenn ich Videos sehe aus arabischen Fernsehbeiträgen, die Kinder doktriniert werden, dass sie sich Gürtel umschneiden, damit sie eben Sachen machen oder dass Menschen, wo Sachen verbreitet werden, die seit 100 Jahren schon widerlegt sind, wie das Protokoll der Weisen und so weiter. Ich muss jetzt die Namen nicht weiter ausführen. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. Dann erfüllt mich das mit Angst. Und wie stolze Sichlerin schon sagte, ich war auch kurz bei Pierre Vogel in dem Stream mit drin. Was ich nur hörte ist, ja, Kalifat, Kalifat, das haben die ja gar nicht gefordert. Aber nichts wird gesagt von einem Polizisten, der im Dienst gestorben ist, weil er eben halt Meinungen, weil er eben halt jemanden schützen würde, der eine Meinung gesagt hat. Eine Meinung muss nicht gefallen. Eine Meinung kann kontrovers sein. Eine Meinung kann auch Menschen treffen. Und eine Meinung kann auch Menschen, die sich davon beleidigt fühlen, beleidigen, insofern sie im Rahmen der demokratischen Grundordnung läuft. Dementsprechend habe ich aber nicht das Recht, diese Meinung mit Gewalt zu unterdrücken. Ich kann diskutieren. Ich kann notfalls auch zu Beleidigungen greifen, wenn der andere dieses abkann. Auch wenn dieses strafrechtliche Konsens ist. Aber Menschen in der Öffentlichkeit müssen das manchmal abkönnen. Ja, ich weiß, dass das eine Grauzone ist. Aber warum muss ein Mensch zur Gewalt greifen? Warum gibt es Menschen, die Gewalt relativieren? Wie zum Beispiel, nein, das war kein Moslem, das war ein Jeside. Oder nein, der andere Polizist hat ihn so erschossen, dass er sofort tot gewesen ist, damit er nicht rauskommt, dass er halt nicht das und das wäre, was man ihm sagen könnte. Oder der wurde von der CA bezahlt, wie auch immer, was auch immer. Das sind Sachen, die man mir heute, die ich einfach, als ich den Stream gemacht habe, ich habe das gehört, man hat mich zu der Frage gestellt und hat dann einfach mal gefragt, wie die Meinung dazu ist. Ich wollte einfach nur Meinungen hören. Und habe dadurch einen TikTok-Stream gemacht. Es sind Beschimpfungen gekommen, es sind Sachen gekommen, es sind Relativationen gekommen. Was ich erlebt habe, okay, mein Name ist provokant. Ja, er ist provokant, es soll aber einfach nur bedeuten, hey, ich bin kein Moslem. Weil einfach so viele hier Moslem auf TikTok auftreten und einen zu Diskussionen auffordern, ein ähnliches halt. Und man versucht halt immer einen zu überfordern. Da sollte man einfach sehen, ich habe meine Überzeugung, ihr habt eure Überzeugung. Es kann ja normal sein. Aber warum darf man nicht mit Menschen vernünftig untereinander diskutieren? Aber wenn sie das schon, wenn sie halt schon bloße nichts als Beleidigung sehen, weiß ich nicht. Ich habe also kein, ich bin mit Moslems zur Schule gegangen. Ich habe niemals Probleme gehabt damals. Und diese Zeiten wünsche ich mir irgendwann zurück. Aber ich habe auch schon Sachen erfahren von Menschen, die sagen, sie werden Kurden aus dem Iran und Ähnliches, die mir selbst erzählt haben hier im Live. Wir haben in den Moscheen Sachen gehört, damals auch noch im Iran. Geht nach das große Land mit dem, geht nach das Land mit dem D, die haben eine, da ist es toll. Und nehmt euch so viele Frauen von denen, wie ihr könnt. Macht viele Kinder, dann ist das unser Land. Das haben mir welche erzählt. Ob es nun wirklich stimmt, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich denke, Kilian kann dazu gerne was zu sagen. Und wenn ich so etwas höre, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich einfach nicht. Danke, Abu. Kilian, möchtest du was sagen? Weil ansonsten kannst du mir vielleicht den Namen auf Arabisch vorlesen, der neue Gast dazu bekommen. Ich bin es nur. Das ist mein Account. Ich will den Kilian gleich geben. Ah, okay. Kannst du den Kilian aber bitte privat anschreiben, damit wir das nicht im Stream machen? Ja, ich würde ihn dann jetzt adden mit dem Account und dann gebe ich ihn den, dann kann er sich einloggen, kann er ihn dann geschenkt haben. Okay, ich werde dich jetzt dann abonnieren und wenn Kilian da mit reinkommt, werde ich ihn zum Moderator machen. Vielen, vielen Dank. Vielleicht haben wir noch eine Wiedersache. Wir haben jetzt noch Taya oben gleich. Ich warte auf eine Gegenstimme, die argumentieren kann und die auch... Demokratie wieder, Anna. Nee, Demokratie ist weg. Er hat sich... Also wieder alleine runter. Er ging von alleine runter. Demokratie ist weg. Taya, bei dir ist eine Rückkopplung. Nee, nee, der ging von alleine runter. Der kommt, macht sein Programm und das war's. Taya, guten Abend, entstumm dich. Ich hoffe, bei dir ist keine Rückkopplung mehr. Ich hoffe, bei dir ist keine Rückkopplung mehr. Hallo, hört man mich? Ja, nur hast du eine Rückkopplung, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Super. Guten Abend. Guten Abend. Also ich wollte nur sagen, dass ich voll bei euch bin. Also ich drücke die Daumen für Israel. Aber meine Freundin hat Gegenstimme. Tatka, die hat bestimmt Anfrage geschickt und ich wollte sie einfach unterstützen, weil sie schämt sich ein bisschen. Kann man sie vielleicht mal annehmen. Also noch eine Frage. Was hat sie für eine Stimme? Gegenstimme. Also sie hat eine Frage. Sie hat eine andere Meinung und wollte euch was fragen. Und du bist jetzt hochgekommen, um das zu sagen? Ja, weil sie hat gesagt, sie schämt sich alleine und ob ich sie unterstützen kann, weil da sind 100 Leute dabei und sie weiß nicht, ob das bei der Diskussion wäre. Und es wäre ja auch schöner, wenn ich dabei bin. Okay. Alicia, ich brauche dein Okay, weil diese Geschichte ist eigenartig. Erst wenn meine Moderatorin deine Tatka sich genau angeguckt haben, Okay. Alles klar. Und wir ein Okay geben, weil wir wurden nämlich gebackt und müssten jetzt vorsichtig sein. Also ich werde jetzt auf Alicia warten, bis sie sich das anguckt. Und dann werde ich die Tatka, Tötka, weißt du das, nicht Tatka, Tötka, dann werde ich sie hochnehmen. Kian, wolltest du was sagen? Habe ich dich? Nein, nein, ich möchte gerne hören, was die Gegenstimme zu sagen hat. Dafür sind wir ja da, damit wir eine Gegenstimme hören. Und sie ist ja jetzt gerade hier. Und dann laden wir sie doch einfach mal ein, oder? So, jetzt habe ich sie hochgenommen, die Tötka. Guten Abend. Guten Abend, hört man mich? Sehr gut. Ja, genau. Guten Abend. Okay, super. Also, ja, ich wollte nur mal sagen, nur ganz kurz, und ich will nicht so, ich will, dass das nicht jetzt aussieht, dass ich jetzt, dass die Kinder jetzt da sterben, das unterstütze. Auf jeden Fall nicht. Auch werde ich nie unterstützen, wenn jemand stirbt, wenn er eigene Meinung hat, das auch nicht. Aber was ich denke, dass beide Seiten, beide Seiten sterben, Kinder sterben von beiden Seiten. Weil ich habe einen Freund, guten Freund, der in Gaza war, als Arzt. Und der hat, der ist ja durch die UN dahin gegangen. Und die haben auch da Basen geschossen, obwohl die haben versprochen, dass die werden das nicht machen. Und ich denke, vielleicht, okay, wenn Hamas schon attackiert hat, vielleicht soll man mit Hamas irgendwie Kinder und Frauen da rausziehen. Keine Ahnung, das wäre so meine Gegenstimme. Aber ich bin überhaupt nicht für Krieg, lieber Frieden. Okay, okay. Und darf ich dir eine Frage stellen? Der Arzt mag ja Dinge gesehen haben, aber hast du dich mal mit der gesamten Situation auseinandergesetzt, warum Israel so einen drastischen Schritt gehen muss? Meine Meinung dazu wäre, dass es hier um Territorium geht. Ich weiß, dass es sich vielleicht blöd anhört, aber jeder hat eine eigene Meinung da. Und ich weiß, ich werde von euch nicht erstochen wie Stürzenberger. Nein, also erst einmal, voll gut. Schau mal, es geht tatsächlich nicht um Territorium. Es geht überhaupt nicht um Gebiet. Ja, es ist eine Propaganda, wenn gesagt wird, hier streiten sich zwei Dickköpfe um ein bisschen Land. Israel hat Gaza 2005 und 2006 abgegeben an die Palästinenser und hat gesagt, wir holen 7.000 bis 9.000 Siedler aus dem Gebiet von Gaza raus und dann gehört es euch. Aber bitte Land für Frieden. Und Israel hat sich dann zurückgezogen und hat gesagt, bitte schön, ihr könnt jetzt machen mit dem Land, was ihr wollt. Und die Hamas ist zu dieser Zeit zur Wahl angetreten und hat die Wahlen gewonnen, hat dann jede andere politische Bewegung im Gaza vertrieben und hat dann die alleinige Führung übernommen. Seit knapp 18 Jahren. Und die Hamas hat sich entschieden, ein sehr schreckliches Weltbild aufzubauen. Nämlich die Juden für immer in dieser Region auszulöschen. Und nicht nur in dieser Region. Die Hamas hat ein Grundsatzprogramm. Das nennt sich die Hamas-Charta oder die Hamas-Charta. Und da steht in ihrer Charta, dass sie, wenn sie ganz Palästina befreit haben, von dem sie denken, dass das die ganzen Teile sind, die Israel von der UNO bekommen hat, dann werden sie den Kampf gegen das weltweite Judentum fortsetzen. Das heißt, hier ist nicht ein territorialer Kampf das Problem, sondern auf der einen Seite sind wild gewordene Araber, die einfach extrem islamisch sind und ein bösartiges, feindliches, anti-jüdisches Weltbild haben. Und auf der anderen Seite ist ein kleines Volk von 8 Millionen Israelis, von denen 2 Millionen arabische Bewohner sind, die in Israel einen israelischen Pass haben, die einfach nur versuchen, in Frieden dort zu leben. Und deswegen ist es kein Land-gegen-Land-Krieg, sondern es ist ein islamischer Kampf gegen den alten Feind, die Juden. Und jetzt mal zu den Zahlen der Kinder. Die UNO hat alle Zahlen in Bezug auf die Kinder heruntergestuft. Alles. Die Kinderzahl wurde halbiert, also die Todeszahl für Kinder wurde halbiert und die Todeszahl für Frauen wurde ebenso halbiert. So, der andere Punkt ist, was wir nicht vergessen dürfen, diese bestialische Hamas, eine Guerillatruppe und ich weiß nicht, Tietka oder wie spricht man deinen Namen aus? Tietka. 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 Und wie bekämpft man eine Bewegung, die aus Wohngebiete, aus Supermärkte, aus Schulen, aus Krankenhäusern, aus Lagerstätten und Fabriken Raketen auf Israel schießt? Israel ist gezwungen, einen sehr schmutzigen Krieg zu führen, in dem es von Haus zu Haus geht, um diese Tunnel zu zerstören, aus denen diese Angriffe erfolgen. Deswegen ist es ein ziemlich blutiger Krieg und es ist Krieg und das vergessen viele. In einem Krieg sterben immer Zivilisten. Israel hat den 7. Oktober nicht begonnen, aber Israel muss den 7. Oktober beenden, weil 1500 Juden wurden auf einem Schlag ermordet. Und das bedeutet, das war die schlimmste Attacke seit dem Holocaust. Und das kann Israel nicht akzeptieren. Israel kann so einen Nachbarn nicht mehr an seiner Grenze dulden. Und deswegen räumt Israel auf zu dem Preis, der ziemlich hoch ist. Aber ich glaube, der muss gezahlt werden, denn der mörderische Feind sind die Araber, die aus Gaza kommen und nichts weiter im Kopf haben, als Juden zu ermorden. Und zwar seit 2006, seit die Hamas offiziell die Regierung übernommen hat, hat die Hamas hunderte von Angriffe auf Israel gestartet. Und Israel hat selten, selten die Raketenangriffe beantwortet. Ist ab und zu in Gaza rein, hat versucht die Leute zu bremsen. Aber es sind die Palästinenser, die keinen Frieden mit den Juden machen wollen, weil sie die Realität nicht akzeptieren können, dass Israel existiert. Das ist die Erklärung. Ich hoffe, ich konnte dir das mal ein bisschen erklären. Sorry, wenn es zu lange gedauert hat. Ich kann noch jedes Wort von Kian unterstreichen. Tietka, danke für deine sehr gute Frage. Ich arbeite jetzt noch ein bisschen mich weiter visuell und mit Zahlen. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis du zu diesem Mann stehst, der da angeblich bei der UN arbeitet und nach Gaza zusammen mit der UN oder dank der UN gegangen ist. UN Mitarbeiter und UN Mitarbeiter arbeiten zusammen mit der Hamas. Und dies musste die UN sogar offiziell bestätigen. Jeder Arzt in Gaza unterliegt der Hamas, weil die Hamas die Gesundheitsbehörde kontrolliert. Das heißt, den Aussagen der Ärzte in Gaza kann man nicht glauben, denn sie sind alle Hamas Mitarbeiter. 12 Mitarbeiter, sogar mehr, 12 Mitarbeiter von UN war, waren so blöd und haben sich filmen lassen, wie sie am 7. Oktober Kinder und Frauen vergewaltigt und umgebracht haben. Über 1200 UN war Mitarbeiter sind Mitglieder im islamischen Dschihad oder bei der Hamas. Über 3000 Lehrer sind in einem Telegram-Kanal angemeldet in Gaza, was der Hamas gehört. Und ungefähr 6000 Mitarbeiter von der UN war, also der UN-Flüchtlingshilfe sind verwandt, nahverwandt mit Mitgliedern in der Hamas. Du kannst jetzt hier auch die Gesichter zum Beispiel von einigen UN-Mitarbeitern sehen, also die UN-Mitarbeiter, das sind immer Ärzte oder Lehrer oder was auch immer. Und sie reisen auch tatsächlich mit ihrem Pass, dass sie für die UN arbeiten, auch zwischen den Ländern. Aber da sind Terroristen. Und Terroristen in Europa sagen nicht, guten Tag, ich bin ein Terrorist. Sie haben hier eine Agenda. Sie flirten mit Frauen. Sie tun so, als wären sie unsere Freunde oder Freundinnen. Sie tun so, als würden sie dort als Arzt arbeiten oder als Lehrer und als würden sie etwas berichten. Aber sie arbeiten für die Hamas. Und deren Aufgabe ist es, uns in die Versuchung zu bringen, einem Genozid an Juden beizustehen. In Wirklichkeit aber, was passiert mit ihren Kindern dort? Da sind zum Beispiel Kinder in Westjordanland, jetzt. Sie tun es ihren Kindern selber an. Sie machen ihre Kinder zu Opfern von Gewalt, indem sie sie zu Kindersoldaten erziehen. Die ganzen Zahlen, die wir haben, haben wir ja von der Hamas. Wir haben die Zahlen nicht aus irgendeiner anderen Quelle. Das sind Kinder. Das sind Kinder der Hamas. Das, was die UN als Zahl der Opfer angibt, sind nicht nur die Zahlen der Hamas. Die zählen dort als Kinder alle, die bis 19 Jahre sind. Aber die Hamas arbeitet mit Menschen bereits ab zwölf Tätka, bereits ab zwölf Jahren. Und jedes Mal, wenn euch jemand sagt, ich arbeite für die UN oder UNRWA und ich bin ein Arzt und ich war in Gaza und er hat es dort überlebt, dann ist er ein Teil der Hamas. Denn jeder, der nicht bei der Hamas ist, so wie vor kurzer Zeit der Botschafter aus Deutschland, der wurde fast gelünscht. Der ist nach Westjordanland gekommen und wollte die Palästinenser dort unterstützen und er ist dabei fast gestorben. Jeder, der nicht von der Hamas ist, wir haben hier zum Beispiel diesen Mann aus Italien, er wollte die Leute unterstützen in Gaza, das war 2011, und er wurde von der Hamas gefoltert und ja zu Tode gefoltert, kann man sagen. Er wurde ermordet. Man kann nicht einfach, und das ist er am Ende. Nur, dass du verstehst, mit wem du gesprochen hast. Die ganzen Zahlen, nicht nur, dass sie gefälscht sind, weil sie von der Hamas sind, sie sind dreifach gefälscht. Da tauchen Namen auf von jüdischen Kindern und von jüdischen Erwachsenen, die die Hamas selber ermordet hat. Die Namen tauchen mehrmals auf. Und nochmal, es ist von der Hamas, das heißt, sie sind grundsätzlich falsch. Jeder Arzt, jeder Lehrer unterliegt im Gaza der Hamas. Ich bitte euch, das einfach zu verstehen. Und wenn die hier sind, das sind Proxys der Hamas. Nur wenn sie mit euch flirten, euch lieber schwören oder so tun, als wären sie eure Freunde, heißt das gar nichts. Sie arbeiten trotzdem für die Hamas und verführen euch, ein Genozid an Juden zu begehen und an sich selbst. Denn die Judenhasser hassen auch euch. Sie wollen euch genau. Es ist nicht so, dass wenn ich da mitmache, dann werde ich verschont. Nein! Ihr seid als nächstes dran oder gleichzeitig. Das ist eure Verantwortung, durch diese Information, die Kian und ich gerade sagen, durch sich laufen zu lassen, wirken zu lassen und anfangen, kritisch zu denken und einen Filter einzubauen. Das sind nicht unsere Menschen, diejenigen, die für die Hamas Sympathien zeigen und so tun, als gäbe es keine Ursache und Wirkung, als ob es den 7. Oktober nicht gegeben hätte. Als ob alles, was vor dem 7. Oktober war, quasi unwichtig ist. Als ob sie vor dem 7. Oktober die Opfer waren, weil sie eben euch die Zahlen verschweigen und die Tatsachen verschweigen. Ihr müsst einfach die Köpfe mit Informationen und mit Zahlen vollmachen. Du siehst auch jetzt auf dem Bildschirm einfach nur eine Grafik. Wir können verschiedene Meinungen haben, aber Zahlen sind keine Meinungen. Tatsachen sind keine Meinungen, die sind einfach da. Und du siehst zwischen dem Jahr 2021 und 2024, wie viele Tausende von Raketen sind auf Israel abgeworfen worden. Israel ist ein Staat so klein wie unser Bundesland Hessen. Sie wollen die einfach töten. Da leben übrigens auch Muslime. Jeder Fünfte in Israel ist ein Muslim. Also kann man Israelis oder Juden nicht vorwerfen, sie würden was gegen den Islam oder Muslime haben. Da leben auch Christen. Entschuldigung, dass ich so etwas länger gesprochen habe. Danke euch Lancia und allen für die Geschenke und Unterstützung. Weil so halten wir den Chat. Aber dass ihr mal die Zahlen und die Tatsachen nicht aus den Augen verliert. Das da, so etwas, wenn ihr hier in Deutschland trefft, das sind keine Ärzte. Das sind Hamas-Mitarbeiter hier. Sie, diese haben sich, es gibt noch weitere, waren einfach so blöd und waren auf Kamera. Die haben sich so gefreut, Menschen zu ermorden in Israel, dass sie so blöd waren, sich dabei zu filmen. Aber es sind 1200 sogar mehr aktiv dabei gewesen in Israel, alleine am 7. Oktober. Lass dir das mal durch den Kopf gehen und sei vorsichtig bei deinem, in Anführungsstrichen, Freund. Vielen Dank. Ganz kurz bitte, Leute, nochmal richtig reinhauen in die Tasten. Wir sind bald bei mir. Danke. Ja. Ja, ich habe meine Freundin auch gefragt, wie heißt der Arzt? Und ich habe mir so gedacht, Ali oder Mohamed, aber nein, sie meinte nicht. Also der ist Europäer. Also was glaubt ihr? Ich muss noch ein europäischer Linker sein, einer, der Kommunist ist oder Linker ist. Und die sind ja die Linken, die sehr häufig mit den Palästinensern sympathisieren, weil sie grundsätzlich immer Probleme mit Reden haben, zum Beispiel. Ja, ja. Nur meine Frage ist, was ist damals passiert? Was glaubt ihr? Was ist da passiert? Warum wurde der Arzt verletzt oder nicht Arzt oder Helfer oder was auch immer? Es ist Krieg und die Israelis können nicht einfach durch Gaza spazieren. Gaza ist ein riesiger Dschungel, wo jeder Araber faktisch mit einem blutverschmierten Mund nur darauf wartet, einen Israeli zu erwischen. Also muss der israelische Geheimdienst dort mit Luftaufklärung arbeiten oder mit den Soldaten, die am Boden sind oder mit Drohnen oder sonst irgendetwas. Es ist nicht immer einfach, eine saubere Kriegsführung zu gestalten. Es ist nicht einfach. Ja. Ja. Schönen guten Abend. Da beschießt man... Schönen guten Abend. Du kriegst gleich... Im Krieg beschießt man mal einen Supermarkt, ein Shoppingcenter oder auch mal eine Schule oder ein Krankenhaus. Es lässt sich nicht vermeiden. Es ist ein sehr brutaler Krieg dort. Und hier schreibt jemand aus dem Chat, hier schreibt auch Steffi aus dem Chat, kann sein, dass in seiner Umgebung geschossen wurde, aber es ist Kriegsgebiet. Tzedka, es ist normal. Im Kriegsgebiet wird geschossen. Das ist kein Beweis. Weißt du, meine Freunde und meine Verwandte in Israel, um sich herum wird auch geschossen. Und über deren Kopf jeden Tag. Das hat der Arzt, in Anführungsstrichen, dein Freund, dir nicht erzählt, ja. Aber Israel wird täglich beschossen. Und über deren Kopf fallen täglich Raketen. Täglich müssen Juden und Nichtjuden eigentlich alle in Israel binnen 15 Sekunden, 15 Sekunden, und manche haben bis zu einer Minute, je nachdem wo, Zeit, um sich in einen sicheren Ort zu begeben. Mehrmals. Weil sie beschossen werden. Denn es ist Krieg. Aber auf dich laufen hier keine Juden hin und erzählen dir irgendwas davon. Verstehst du? Weil für mich ist es immer sehr, sehr verdächtig. Selbst wenn jemand dir einen Namen nennt. Weißt du, zu mir kommen hier Leute rein und sagen, ich bin Jude, ich komme aus Israel. Ich kann dir meinen Pass zeigen. Und dann hole ich einen, wir haben hier einen Dino. Dino ist ein Jude und spricht Hebräisch perfekt. Er kommt hoch und sagt, hallo, wie geht's? Und diese Person kann nicht mal antworten, was ich damit sagen will. Sie lügen. Sie belügen dich auch. Sehr einfach. Sie machen es, ohne rot zu werden. Und sie sind scheinheilig. Und dann gibt es noch nützliche Idioten. Wir haben einen deutschen, er ist Herr Todenhöfer. Dann haben wir Juden, nur ein Prozent, aber in einer Sekte, die unterstützen, also sie laufen rum, auch mit diesen Pro-Gaza-Flaggen. Weißt du? Es gibt immer nützliche Idioten, überall. Es gibt auch solche. Ich habe dir einen Italiener gezeigt. Er ist auch nach Gaza gegangen und wollte dort helfen. Aber ihn hat man eben getötet. Jeder aus Europa, der nicht von dort kommt und nicht mit Hamas arbeitet, kommt nicht lebend raus. Das heißt, der Typ, der dir das erzählt, arbeitet, kooperiert mit der Hamas. Das ist, was ich dir einfach nahe. Wir haben jetzt einen neuen Gast, Fremde bestimmt. Guten Abend. Was möchtest du sagen? Also vorhin habe ich gehört, wie hier offen zum Mord aller Muslime aufgerufen wird. Das ist sehr gefährlich, was ihr hier macht. Oh mein Gott. Jack, ich nehme dich hoch. Und Dino, du kommst auch gleich hoch. Und bitte ein bisschen Geduld. Dino, du kommst hoch. Also einfach nur Geduld. Jack, was möchtest du sagen? Hast du uns auch gehört? Ich möchte sagen, für diese, die Anzeige macht, gehst du erst mal in Gaza, schütze deine Leute und dann machst du Anzeige. Ihr könnt nur drohen und beleidigen und töten. Ihr könnt nur diese drei Sachen machen. Machst du Anzeige, machst du Anzeige deiner Mohammed, Anzeige, dass er Kinderschänder war. Dann machst du Anzeige, okay? Ich war am Schlafen, aber bei solchen Leuten, ich bin richtig wach. Vielen Dank, Jack. Vor allen Dingen, hier schreibt man echt Drohungen an die ganzen Juden und an mich. Und er kommt rein und sagt, wir haben hier sowas überhaupt nicht gesagt und auch sowas überhaupt nicht im Sinn. Von daher lohnt es sich, es nicht darüber zu sprechen. Also ich möchte jetzt schlafen und ich will jedem sagen, in Europa, alle muss Mohammed anzeigen, weil er ein Kinderschänder war. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank, vielen Dank. Gute Nacht, Jack. Ja, eine Welle aus Anzeige ist raus. Ja, ganz genau. Gut, alles klar. Wir haben verschiedene Wellen. Wir haben Wellen, ich werde dich töten. Ich hatte eine Welle, bei wem ist wieder Rückkopplung? Ich hatte eine Welle, wo man mich immer vergewaltigen wollte mit den ganzen Muslimen. Also ich habe wirklich eine Welle gehabt davon, die ist zu. Und jetzt ist eben die Einschüchterung mit Anzeigen und mit erfundenen Vorwürfen. Und diese Streams werden ja aufgenommen, ihr Süßen. Ja, und die sind bei mir alle gespeichert. Von daher auch, wenn ihr was zusammenschneidet oder irgendwas mit KI macht, whatever. Ich habe das als Original und ich habe da nichts oder meine Gäste haben da nichts zu befürchten. So, ich wollte mal eine Frage an Taya stellen und Tietka. Inwiefern könnt ihr mit den Erklärungen leben, die wir euch gegeben haben? Also ich bräuchte keine Erklärung. Kean, ich bin es, Natalia. Wir haben schon geschrieben, du hast mir Versa aus dem Koran auch geschickt. Ich habe nur meinen Namen. Ja, hi. Ja, ich wollte nur meine Freundin überzeugen, dass das nicht alles so schwarz-weiß ist, wie es scheint. Und dass sie sich auch mal andere Meinung anhören soll, nicht nur auf einer Seite. Ja, also bei mir, also ich drücke die Daumen für Israel. Ich als Polin bin ich mit Herz auf der Seite von Israel. Vielen Dank, Taya. Vielen Dank. Und ich als Ukrainerin bin immer auf der Seite von Polen, beziehungsweise als jüdische, als ukrainische Jüdische. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich gefreut, mal jemanden aus Osteuropa zu haben, weil es gibt wenige von uns. Und ich werde hier oft für meinen osteuropäischen Akzent angesprochen. Ich wollte gerade eben sagen. Jetzt bin ich auch da und ich komme erst einmal vorbei. Jetzt sind wir zu dritt, Akzent Schala, also kommt oft rein, weil dann, wir sind eine Symphonie. Wie erlaubt. Aber mich würde noch mal interessieren, was Tietka jetzt dazu zu sagen hat. Tietka, bist du irgendwie zufrieden oder was ist da jetzt noch? Ich weiß, den Konflikt kann man nicht in drei Minuten erklären. Ich wollte nur mal wissen, was ist dein Feedback? Ah, mein Feedback, ja, danke, dass ihr es so erklärt habt. Richtig ordentlich, detailliert. Genau, hat es auch Natalia erklärt, so ungefähr. Aber ihr habt noch mehr. Ja, auf jeden Fall, ich bin der Meinung, man sollte irgendwie Frieden, irgendwie, dass das alles zu Frieden kommt. Das, ich hoffe, kommt nicht zum Dritten Weltkrieg. Okay. Hoffentlich. Ja, also ich denke nicht, dass der Konflikt das auslösen wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch, weil ich bin stark gegen den Krieg. Also das ist, das ist ja schon klar, ne? Wir sind alle dagegen. Wenn wir uns die Geile rausgeben, dann ist morgen Frieden, Tietja. Und auf jeden Fall, ich stimme wegen Sturzenberger zu. Vielen Dank, das ist schon mal eine klare Ansage, finde ich gut. Ich sehe, ich würde sagen, ich würde sagen, Entschuldige. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, Verzeihung. Alles gut. Ich wollte wegen dem Sturzenberger auch sagen, man darf heutzutage, also seit immer, darf man gar keine Meinung haben. Keine eigene. Und sobald die Meinung der Kinder nicht gefehlt, wird man likadiert. Und ich finde das nicht in Ordnung. Ja, leider ist es so, dass diese Friedenstauben tatsächlich jeden liquidieren, der eine andere Meinung hat. Dino, du kriegst gleich das Wort. Abo wollte was sagen. Und dann wollte ganz kurz noch der Mann sagen, der eben Kian ein Account schenken möchte. Und Dino, du bist dann sofort dran. Ich habe eine Frage an Tietka. Ich hoffe, das spricht man so richtig aus. Tietka oder Tiotka. Tietka. Tietka. Du hast gesagt, es wäre ein Arzt gewesen. Ich habe jetzt auch erst gedacht, dass jetzt nur die Ärzte, die dort sind oder die Kräfte, die dort sind, halt von der Hamas geprüft werden. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass es eben halt alle auch, die dort als UN-Mitarbeiter tätig sind, geprüft werden. Kennst du diesen Menschen persönlich oder kennst du ihn aus dem Internet oder wie hast du ihn kennengelernt? Weil für mich hört sich das ein bisschen an, wie diese Menschen, die ankommen, hier, ich bin US-Soldat, willst du mich kennenlernen? Nein, 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 das kam gar nicht so vor. Wir haben uns davor kennengelernt, bevor es zum Krieg kam. Und er sollte erst nach Amerika gehen, als Arzt, UN-Arzt. Und dann kam es zum Krieg und dann haben die denen gesagt, ihr müsst, ihr müsst nach Gaza. Ihr seid dazu gezwungen, dass ihr jetzt nach Gaza geht. Und dann hat es ihm gar nicht gefallen. Aber die durften nicht damit jetzt aufhören, die durften nicht daraus, weil die hätten irgendwelche Strafen da bezahlt. Ich denke, so was hat er gesagt, in der Art. Ich brauche 55 Punkte im Moment, um in die nächste Liga zu kommen. Also wenn jemand kann oder ihr alle zusammen, das wäre toll. Und danke für die über 103.000 Likes, das ist wichtig. Danke, Nicole, dass du anfängst. Ich brauche wirklich nur 55 Punkte und dann kommen wir in die nächste Liga. Tschetka, weißt du, das klingt alles sehr, sehr verdächtig. Wenn jemand solche komplizierten Geschichten erzählt, es gibt überhaupt keinen Zwang für Ärzte, in Kriegsgebiete zu gehen. Meine Eltern sind beide Ärzte und ich habe assistiert, ist zwar schon lange her, fast 20 Jahre, aber assistiert auch bei Ärzten ohne Grenzen. Und es ist so, ob du für ein UN arbeitest oder für irgendein ärztliches Projekt, niemand kann dir sagen, dass du gezwungen bist. Das ist kein Konzentrationslager. Niemand ist gezwungen, in ein Kriegsgebiet zu gehen. Also alles, was er dir gesagt hat, musst du dreimal prüfen. Wenji, vielen Dank, danke. An alle vielen Dank und nochmal an Merlin extra und Wenji, Dankeschön. So, jetzt kurz an Kian Kermanschachi, der dritte, der unten den Account, Theo Daniel, vielen, vielen Dank, an Kian schenken will. Und danach ist... Genau, und ich wollte jetzt sagen, ich habe das jetzt soweit alles fertig gemacht. Ich habe die Daten jetzt Kian übermittelt und jetzt muss er sich eigentlich relativ jetzt nur noch anmelden, damit ich ihn den Code zusenden kann, wo er sich mit anmelden kann. Dann gehört er in den Account, kann er den dann umändern. Und dann wird er nicht mehr gebannt, weil er an der Rechtlinie gelten. Also da ist TikTok sowieso gerade am struggeln und deswegen kann er da sagen, was er will. Gut, dann muss ich mal ganz kurz raus, weil ich kann ja nicht im Stream bleiben, wenn ich diese... Genau, kommt dann gleich wieder, dann weiß ich, wer du willst. Am besten wäre aber, wenn du mich mit diesem Account, den du gerade siehst, addest, weil ich habe dir schon drei Nachten gesendet und irgendwann ist das Limit überschritten, damit ich dir diesen Code zusenden kann, weil du musst ja... Wenn du dich anmeldest, dann kommt immer so, manchmal kommt das nur so, dass dann da steht E-Mail-Code und dann muss ich den übersenden, dann 4, 5, 6 stelle ich. Okay, gut, gut, dann logge ich mich mal kurz aus und dann sage ich dir Bescheid. Okay, kein Problem. Okay, wir warten auf dich Kian in einem neuen Kleid. Bauchnabel bitte zeigen, für die Löwen. Okay, bis gleich. Ja, ist gut. Ich habe, ich war endlich drauf, nicht? Guten Abend, Dino, jetzt ist deine Zeit. Guten Abend. Bueno, vamos a ver. Ich werde erst mal sagen, Gute Nacht, alle miteinander. Und diese Journalist, italienische Journalist vereint. Dino, ich habe aus Versehen dich gestummt, ich wollte die Nicole stummen, bitte mach dein Mikro an, du sprichst und man hört dich nicht, entschuldige bitte. Okay, jetzt hört man mich, ja? Nicole, stummt euch bitte alle, wenn jemand spricht, wenn Dino spricht, damit keine Nebengeräusche sind, danke. Okay, ich habe nicht viel zu sagen, aber etwas habe ich schon zu sagen. Dieser Journalist aus Italien, sein Name war Giovanni. Er war ein Kommunist, er ist gekommen nach Gaza mit so einem Hut, wie Helmut Schmidt getragen hat. So ein Symbol von der Linke. Er ist da gekommen mit der Idee, den Zionismus und den jüdischen Staat zu bekämpfen. Sein Ende war sehr traurig. Man hat ihn vergewaltigt, auf sexuelle Art und Weise. Man versteht mich. Und man hat ihn weggeschmissen auf die Straße wie ein Hund. Das ist wichtig, das zu erzählen, weil du erzählst das auch immer wieder, weil da sind Leute, wie diese Frau Tetka, die hat ihre Meinung gegeben, das war in Ordnung. Aber da sind Leute, die erinnern mich auf die Filme von Alfred Hitchcock. Diese Art von Filmen, die Opfer, verliebt sich in den Täter. Und das ist genau, was passiert ist mit vielen Leuten. Sie meinen, sie werden etwas Gutes tun für die Menschheit, um die armen Palästinenser in Gaza zu helfen und eine Hilfe zu bereiten. Aber nachher, wenn sie kommen in Gaza, sie müssen feststellen, das ist überhaupt kein Hollywood-Film. Das ist eine grausame, cruelle Wahrheit, Realität, was sie sehr weit entfernt von dem Romantizismus, was sie in ihrem Kopf haben. Das muss ich sagen. Also da sind viele solche Leute, die fallen auf die Falle von den armen Palästinensern. Guck mal, wie sie leiden. Vorher war hier eine demokratische Idee, der hat gleich angefangen mit den armen Kindern von Gaza. Die Leute verstehen nicht, dass die Hamas benutzt, diese Kinder. Und so mehr Kinder sterben, peor, schlimmer für Israel und besser für Hamas. Sie blicken nicht durch, das ist nicht zu fassen. Da braucht man nicht so eine Intelligenz zu haben und das festzustellen, dass sie diese Kinder für ihre Zwecke benutzen. Das ist schrecklich. Dino, ich habe gerade eben gelesen, Baerbock will jetzt auch Deutsche nach Gaza schicken, deutsche Soldaten. Ich rede doch mehr durch. Wer will? Ja, das habe ich angesprochen. Die Deutschen haben lange nicht auf Juden geschossen. Bullisch, du bist gleich dran nach Nikol. Das habe ich nicht gehört. Deutschland wird Soldaten nach Gaza schicken, dass sie kämpfen gegen Juden. Ja, ja. Ja, sollen sie kommen. Sie sollen einen in den Marsch kriegen. Ich glaube, also ich habe heute bei X das veröffentlicht, auch an sie geschrieben, dass sie die Folgen von Nürnberger Prozess noch nie geguckt hat, diese Außenministerin. Denn wenn eine deutsche Außenministerin Soldaten schickt, um nicht Juden zu schützen, sondern um deren Mörder zu schützen und um auf Juden zu schießen, sie hat natürlich was zu verheimlichen. Es ist die Unwa, die wir finanziert haben. Sie hat Angst, dass Juden des Israelis etwas herausfinden, darüber, wohin deutsches Geld geflossen ist. Davon habe ich nichts gehört. Ja, leider ist es aber wahr. Davon habe ich nichts gehört. Ich habe dich gestummt, nicht einfach so. Das ist unglaublich. Weil, was haben sie da zu suchen? Sie können überhaupt nicht mit jüdischen IDF kämpfen, weil sie sind nicht in dem Niveau von jüdischen Soldaten. Sie werden einfach da sterben, wie die Moskais. Es ist aber ein Verbrechen, dass wieder deutsche Soldaten auf Juden schießen. Das ist unglaublich. Ich möchte einfach nur, dass das aufhört. Ich habe sowas von kein Bock. Wir sind alle Erwachsene. Wir brauchen in unserem Stream einfach nur eine Reihenfolge. Es ist nichts Persönliches. Es ist immer dasselbe. Jetzt ist Dino fertig. Ich sage nur eine Sache und ich bin raus. Ja, aber zivilisierte Gesellschaft war es nicht mehr. Nur eine Sache. Ja, warte mal, warte mal. Bevor ich runtergehe, ich will meine Bewunderung zu Kean geben. Ich spreche mit meiner Frau, ich sage, ich habe einen Freund, eine tolle Kurde, der ist sowas von begabt, der ist sowas von intelligent, der hat so ein Niveau von Verstanden, der ist so gebildet, das ist so eine Vergnügung, ihm zu hören, alles was, die Perlen, was auf seinen Mund flüßen, von Intelligenz, von, er kennt die Thema, er ist tief und gründlich, das ist einfach ein toller Mensch. Ich glaube, ich bin hier wegen Kean. Wirklich, jetzt kann ich, jetzt habe ich alles gesagt. Danke, Lena, erst mal für deine wundervollen Worte. Dino, danke, ich werde es Kean ausrichten, er kann das leider jetzt nicht hören. Zivilisierte Gesellschaft, die genau du und dann, Bullish, bist du dann bitte unterbrich nicht, auch wenn du nur eine Sache zu sagen hast, alle haben eine Sache zu sagen und wir haben hier nun mal mich mit meinem Charakter, ich habe das zu moderieren und ich habe überhaupt keine Lust, sich andauernd zu wiederholen. Jetzt, wo ich spreche, ich dachte, ich habe schon oft gesagt, alle stummen sich und wenn Nicole jetzt spricht, Nicole, du kannst dich entstummen, dann stummen sich auch alle, auch ich stumme mich, wenn Nicole spricht. Wir unterbrechen nicht. Vielen Dank. Und danach ist Bullish da. Nicole, nochmal guten Abend. Ja, hallo nochmal, Anna. Ich wollte Tietka nochmal etwas erzählen aus persönlicher Erfahrung, was zum Thema Ärzte ohne Grenzen. Danach kannst du mich bitte runterschmeißen, ja, weil ich weiß nicht, wie ich sonst rauskomme. So, Tietka, das ist jetzt speziell an dich, weil du ja diesen Arzt erwähnt hast, der in Gaza so selbstlos sich für die Menschen da einsetzt. Ich habe in meinem Leben einen Schönheitschirurgen kennengelernt, ist ja ziemlich lange her und dieser Chirurg, der war ziemlich bekannt und dieser Schönheitschirurg, der ist auch um die Welt gereist und hat Menschen geholfen, operiert, verstümmelte, die irgendwelche Verstümmelungen im Gesicht hatten oder so und hat denen geholfen. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, warum dieser Mensch das getan hat? Tietka? Meinen Sie, meinen Sie Ihren Arzt oder ich habe jetzt gerade nicht so gut gehört? Achso, ich habe gesagt, ich habe einen Schönheitschirurgen in meinem Leben kennengelernt, einen Schönheitschirurgen, ja? Okay. Weißt du was? Ja, und dieser Schönheitschirurg, der ist um die Welt gereist, wenn er Freizeit hatte, und hat Kindern und Erwachsenen operiert, für einfach kostenlos. Warum hat er das getan? Was denkst du, was seine Motivation war? Also vor allem, das ist eine schöne Geste von mir, von dem, dass er so hilft. Okay. Also, der Hintergrund aber war, dass er an diesen Menschen neue Operationstechniken ausprobiert hat. Kannst du dir das vorstellen? Also, der hat davor nicht operiert? Doch, er ist ja Schönheitschirurg. Und er ist in diese Länder gegangen und hat Menschen operiert, in der dritten Welt. Grundsätzlich, die Idee der Ärzte ohne Grenzen, ist, dass die Chirurgen und Ärzte nonstop arbeiten. Ein Chirurg ist nur dann gut, wenn er sehr viel Erfahrung hat, vor allen Dingen, aber mit Nebenwirkungen und schlechten Folgen. Er muss die schlechten Folgen heilen. Das bedeutet, dass die Ärzte grundsätzlich dort arbeiten, nicht weil sie eine schöne Geste machen, sondern weil sie dort OP-Erfahrung sammeln und vor allem auch das, was schlecht läuft. Neue Operationsmethoden. Neue Operationsmethoden ausprobieren. Genau. Und das, was schlecht läuft, das ist das Wichtigste für den Arzt, weil hier in Deutschland, wenn etwas schlecht läuft, kann man ja verklagt werden. Das heißt, man muss ein ärztliches Protokoll ausarbeiten. Erstens, wie man vorgeht, wenn etwas schief läuft und zweitens, wie man dann gerichtlich auch beweist, dass man ärztlich alles richtig gemacht hat. Und das ist der Grund, warum Menschen in Ärzte ohne Grenzen und in anderen Projekten, die englischen Teilnehmern, deswegen habe ich erwähnt, dass meine Eltern selber Ärzte sind und ich komme mit dieser Erfahrung. Aber darum geht es nicht in dem Fall, wenn jemand so etwas dir erzählt, ich glaube noch nicht einmal, dass er gezwungen wurde, er gehört einfach nur von der Hamas. Weil bei Ärzte ohne Grenzen kannst du morgens aufstehen und sagen, Leute, ich will nicht und niemand wird dich ziehen. Genau. Das war auch so mein, was ich, die Hedga zum Anregen, damit sie überlegt, dass es alles nicht immer selbstlos ist und dass die Menschen das nicht immer anderen helfen wollen, sondern die haben auch irgendwas im Hinterkopf, was sie selber nützt. Und diesem Chirurgen hat das genutzt, arme Kinder in der dritten Welt zu operieren. Aber der Hintergrund, den er auch hatte, war, dass er dadurch neue Operationstechniken für seine Arbeit ausprobiert hat. Das ist, das hat so zwei, die Seiten haben, also die Medaille hat dann zwei Seiten. Es gibt dann die gute und die... Das ist nichts Schlimmes, Nicole. Also wenn ein Arzt sagt, ich möchte einfach nur viel Erfahrung sammeln, finde ich das nicht schlimm. Schlimm ist, wenn er für die Hamas arbeitet. Ja, ja, aber das ist... Achura fragt, wie kam das raus, wurde er bestraft, warum soll er bestraft werden? Also Ärzte leisten ja dort Arbeit und dass die Absicht dahinter ist, möglichst viel Erfahrung zu sammeln, das ist nicht strafbar. Achura. Okay, dürfte ich jetzt was sagen? Jetzt kannst du sprechen, Bullish, natürlich. Ja, ich wollte nur was sagen. Und zwar, also für all diejenigen, die die ganzen Kindermorde unterstützen, mögen die in den nächsten 30 Tagen die schlimmste Krankheit bekommen. Also du und deine Kinder. Okay. Also... Ich danke dir, dass du das gesagt hast. Nicole, bitte unterbrich mich kurz. Einen Moment, ganz kurz. Ich wollte nur kurz gute Nacht sagen. Gute Nacht, danke, dass du da warst. Dieser Patient, der da war, hat sich also selbst verflucht. Wahnsinn, wie doof manche sind. Gut, Tietka, ich denke, und Taya, ich weiß nicht, ihr beiden, Anja hat sich auch gerade selbst verflucht. Ihr seid wunderbar Leute. Weil ihr beteiligt euch gerade an Kindermord und an einem Genozid an beiden Völkern. In Wirklichkeit am eigenen, an Juden und übrigens auch an vielen schlimmen Dingen, die schon mittlerweile in Westeuropa und in Amerika stattfinden und was noch auf uns in Deutschland zum Beispiel wartet während der WM mag ich mir gar nicht vorstellen. Taya und Tietka, habt ihr alle Fragen beantwortet bekommen? Ja, also ich sowieso, nur wollte ich nochmal dazu sagen, also der Tipp da gerade, das ist ja Wahnsinn und da habe ich mir meine Freundin auch erzählt, nach dem 7. Oktober habe ich einfach diese Geschichte gesehen, die Bilder von den Frauen, die vergewaltigt wurden und die alle, also diese Smilies, was die Moslems da geschickt haben, ich habe das sogar abfotografiert, weil ich konnte das nicht glauben, was die sich da erlauben, die Kommentare und ich weiß noch, wie die sich gefreut haben und das ist so schrecklich und der Tietka hat jetzt bewiesen, wie krank die eigentlich im Kopf sind, wie schlecht die uns alle wünschen und dass die nur an sich selbst denken, also egal was die Moslems machen mit Christen auf der ganzen Welt, mit Buddhisten, mit in Afrika, was war da in Afrika los, also das interessiert den nicht und ich bin so aufgeregt jetzt, weil ich denke mir, so krank kann man doch nicht sein, oder? Ja doch, also die sind aber krank und die Sache ist die, alles, was sie den Juden wünschen, kommt auf sie bis zum siebten Knie tatsächlich. Ja, die verfluchen sich selbst. Die verfluchen sich selbst, ja, die verfluchen sich selbst und die kapieren das nicht und machen immer weiter. Das ist ein Selbstzerstörungsprogramm. Hier schreibt Avram, Kian, I love. Kian kommt gleich zurück. Kian muss nur was einstellen. Ich habe auch einiges abfotografiert und einfach nur für später, um sich zu erinnern, weil eines Tages kommt die Remigration und die Menschen, die uns den Tod wünschen, werden rumheulen. Kwin, Sisi, du kommst gleich hoch. Jetzt, ich weiß, dass du hoch willst, du kommst auch gleich hoch, ich habe dich gesehen. Möchte noch jemand von meinen Gästen sich kurz melden oder sollen wir den nächsten Gast reinholen? Also, ich wollte nur mal sagen, ihr habt schon mal meine Fragen beantwortet und ich habe aber keine weiteren Fragen da. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, ich frage nach Details, meinen Freund und wenn ihr dann noch mal live seid, dann komme ich hoch und sage dann noch weitere. Weil ich frage dann nach, ich kann nicht so viele sagen, weil ich muss dann selber noch fragen. Kwin, Sisi, mach bitte deine Kamera aus beziehungsweise ich möchte mich nur verabschieden von euch. Gute Nacht, Leila Tov. Das war wieder eine gute Sendung. Mache ich das in der Nuss? Vielen, vielen Dank, Dino. Ich heiße auch Ariel. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wenn du noch einmal deine Kamera anmachst, werde ich dich entfernen. Nein, ich habe das nicht kapiert. Bitte nicht anmachen. Keine Kamera. Jetzt mach es raus. So, was möchtest du uns gerne sagen? Und Ariel, guten Abend, du bist sofort dran. Ja, einen Moment kurz. Warte kurz. So, okay. Also, jetzt muss ich erst noch mal, ich bin ja eben gerade erst neu dazugekommen. Jetzt habe ich nur eben hier die Kommentare gelesen und da stand eine, ich habe geschrieben, Free Palestine und da hat jemand geschrieben, Israel macht alles richtig. Dann sehe ich da ein Bild hier, das jüdische Volk lebt mit einem Löwe. Ich möchte dich was fragen. Ich weiß nicht, ob du das für Klicks machst oder für Likes machst. Ich habe keine Ahnung, ja. Aber ich möchte dich was fragen. Wenn du diese Bilder siehst, ja, mit dem Mann, mit dem toten Baby, mit dem, ohne Kopf, was macht das mit dir? Ich sehe aber auch andere Bilder. Nein, ich frage, nein, nein, beantworte bitte meine Frage. Ich sehe zum Beispiel diese Bilder. Ich sehe auch andere Bilder. Ich sehe zum Beispiel dieses Mädchen, was, ich beantworte bitte meine Frage. Ich sehe diese Kinder. Mich juckt es nicht, was du sagst. Das interessiert mich nicht. Nein, du musst schon meine Frage beantworten. Du musst auch schon sachlich da bleiben. Ich frage dich ja, was fühlst du da drin? Muss ich nicht. Muss ich gar nicht. Nö. Also was, ich hatte jemand geschrieben, was macht der 7. Oktober mit dir? Der macht mit mir wirklich, ähm, ja, was ganz, ganz schlimm ist, ja. Das waren unschuldige Menschen, die dort gestorben sind. Okay. Aber so lange ihr nicht kapiert, ja, dass ein Mensch ein Mensch ist, ja, und die Politik und die Hamas nichts mit den Zivilisten zu tun hat, dann seid ihr genauso Terroristen wie die Soldaten, die die Kinder dort umbringen. Die Hamas hat mit, äh, die Zivilisten haben teilweise mitgeholfen, also zu 90 Prozent. Wahrscheinlich gab es ein paar, die vielleicht mal nicht mitgemacht haben, aber 90 Prozent. Hast du dabei, hast du die Kamera gehalten, oder wie verstehe ich das? Ich habe mir selbst die Kamera gehalten. Ich habe gesehen, wo die Zivilisten sich gefreut haben, als sie die Juden geschleppt haben. Also die standen alle auf die Straße und haben geklatscht. Hast du das nicht gesehen? Guck mal, ich sage euch was, ja, es ist scheißegal, ob du ein Jude bist, ob du ein Moslem bist, ob du ein Christ bist, ob du ein Hindu bist, oder ob du, ich habe letztes Mal ein Video gesehen, das denkt jemand, der wäre ein Fuchs, ja. Ein Mensch ist ein Mensch und jedes Menschenleben hat das Recht auf Frieden und auf Menschlichkeit. Ganz kurz, darf ich vielleicht... Sie haben doch angefangen. Und nur weil jemand anfängt, wenn da draußen deine Nachbarn, ich will dich was fragen, ja, die Horst, ich weiß nicht, wie du heißt, keine Ahnung, Anna? Anna, ja. Okay. Anna, wenn du draußen sehen würdest, ja, dass deine Nachbarn sich streiten und einer hat ein Messer in der Hand und greift den anderen an, würdest du rausgehen und den anderen auch ein Messer in die Hand geben, so dass sie sich nicht dick betteln können, oder würdest du versuchen, dass... Du hast mich gefragt, ich antworte dir, um es gut zu machen, mit Ariel und Kian, noch sich äußern können. Guck mal, wir haben das jetzt gesehen. Ein Frieden, eine Friedenstaube wie du, ja, du liest ja, das jüdische Volk lebt und es bebt in dir. Du denkst, ich mache das für Klicks, was schon alles über dich aussagt. Wir haben gesehen, in Mannheim kam eine Friedenstaube mit einem Messer, also eins zu eins, was du gerade erwähnt hast und was hat der Polizist gemacht? Der hat niedergeschossen und das ist richtig so. Ich würde nichts machen, weil ich bin kein Soldat, ich bin kein Polizist, du stellst dich auf die Seite der Hamas, du stellst dich auf die Seite der angeblichen Zivilisten, die meinen, sie seien der Staat, ja, sie meinen, sie können einfach nur reinplatzen und Juden töten, weil sie irgendwelche Fake-Propaganda glauben. So bist du auch. Ich würde nichts machen. Ich würde die Polizei rufen und die Polizei würde ihre Arbeit machen, aber die Polizei schießt sowas nieder. Ich werde natürlich meinem Nachbarn nur helfen, wenn ich kann, sich bei mir zu Hause zu verstecken vor dem Mörder und warten auf die Polizei. So wie ich auch warte, dass eines Tages die Polizei oder die deutsche Bundeswehr die Friedenstauben, die uns Juden und auch Deutschen den Tod wünschen, diese Leute abholt samt der ganzen Sippe und in ihre Herkunftsländer abschiebt. Ariel, du hast jetzt das Wort und danach kieren, kieren guten Abend noch mal. Ich verstehe nicht, warum du nicht arabisiert zurückgekommen bist. Ich bin nicht darauf gekommen. Ich möchte kurz Queen C. antworten. Ich verstehe die Empörung von dir, weil ich ausgehe, dass du einseitig informiert wirst. Klar, heutzutage ist es einfacher, einfach der Mehrheit das abzunehmen, was gerade propagiert wird. Kann ich verstehen, aber ich würde gerne wissen, wie viel hast du dich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt, um die ganze Zeit nur mit dem Thema tote Kinder zu kommen, weil tote Kinder weltweit gibt es die auch. Es gibt auch verhungernde Kinder. Es gibt aktuell fast 2 Millionen Kinder, die am Verhungern sind im Jemen. Es gab mehrere tausend Tote in Syrien, immer noch, die auch sterben. Und ich würde gerne wissen, warum die Bilder, die du aus Gaza siehst, warum die in dir so viel mehr bewegen als alle anderen leidenden Kinder, teilweise auch aus der Region von Lehrgesprächs. Wieso ist das für dich? Sind sie so präsent und der Rest wird scheinbar ignoriert? Die Frage habe ich an dich. Du musst dich in stummen, Queen Sisi. Du musst dein Mikro anmachen. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Erstmal, sorry, ne? Ich kann mich nicht so gut aus mit TikTok. Hier, Ariel. Warum das so viel mir ausmacht, sage ich dir. Weil wir diejenigen sind, die hier die Steuergelder zahlen. Diese Steuergelder werden für Waffenlieferung genutzt nach Israel. Israel hatte das Recht, sich zu verteidigen, laut der Regierung. Aber ist denn Recht der Verteidigung, wehrlose Zivilisten zu töten, abzuschlachten? Ist das das Recht? Warum machen diese Bilder so viel in mir aus? Ich sage dir, warum die so viel in mir ausmachen. Weil ich kann der Grund sein, das zu verhindern, verdammt nochmal. Nur, was heißt nur, der 7. Oktober war schrecklich. Das brauchen wir auch gar nicht zu verharmlosen. Das waren junge Menschen, die waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Verdammt nochmal. Aber das rechtfertigt nicht das Abgemetzeln, jetzt was dort im Gazastreifen passiert. Das rechtfertigt nicht, dass ihr dort die Kinder, die Israelis, die Soldaten, die Regierung, Netanjahu, die Kinder dort verhungern lässt, dem Wasserhahn zutritt, sie sterben lässt, die Menschen werden dort behandelt, Kinder werden dort operiert. Ohne Narkose, ohne Hygiene. Wie könnt ihr sagen, dass jeden Tag sterben Menschen? Ja, sterben jeden Tag Menschen. Aber diese Menschen dort unten, die haben noch nicht mal das Recht, sich zu verteidigen. Die haben keine Chance, sich zu verteidigen. Warum lässt euch das so kalt? Meine Frage war eine andere. Die hast du mir leider nicht beantwortet. Nochmal. Warum ist für dich nur, die Kinder in Gaza spielen für dich eine Rolle, der Rest scheint an dir vorbeigegangen zu sein? Es spielt nicht nur die Kinder von Gaza für mich eine Rolle. Ich würde sagen, die Hauptrolle, weil Kinder immer unschuldig sind, egal woher sie kommen, sie sind einfach dort geboren. Ich möchte nicht ins Wort reden, ich möchte nur eine Anmerkung machen. Das bedeutet doch, dass du dich aktuell von der, ich hätte gerne einen anderen Namen dafür, aber vom Trend beeinflussen wirst. Vom Trend? Du nennst das ein Trend, Menschen, die sich einsetzen, für Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit und Aufhören der Kindermorde. Das nennst du ein Trend? Ja, ich sage dir auch warum. Weil es so viel einfacher ist heutzutage, beispielsweise ein Bild wie All Eyes on Rafa innerhalb von einer Sekunde zu posten, als sich tatsächlich wie bei anderen Kriegen kurz mal reinzulesen und zu gucken. Ja, und ich kann dir sagen, dass die Palästinenser von der Zähne unterdrückt werden muss. Das kann ich dir sagen. Es gibt so viele Versuchungen und Berichte. Ich weiß, das ist für dich gerade so eine Art Apokalypse-Stimmung, aber glaub mir, von deinen Steuergeldern sind auch mehrere andere Kriege finanziert, von denen du wahrscheinlich nicht gehört hast. Ja, aber du redest hier gerade nicht für sie. Du redest hier gerade nur für eine Position. Ja, ich rede, wenn ich dir das sagen muss. Tut mir leid, wenn ich dir das sagen muss. Aber ich glaube, diese Position kommt daraus her, weil nicht nur die Kinder dich stören, sondern weil der vermeintliche Aggressator in diesem Teil einfach jüdisch ist. Nein, das ist einfach, ihr habt immer was. Ihr könnt euch immer wieder ausruhen auf dem Zweiten Weltkrieg. Ich sage euch jetzt mal was. Nein, Quince, Sie können wir nicht. Nein, ich möchte, dass ihr ausredet. Lassen wir jetzt bitte zu. Meine Oma ist Sinti. Meine Oma, ich kann mit Gewissheit sagen, dass sie das Schlimmste erlebt hat im Zweiten Weltkrieg. Das interessiert aber niemanden. Deine Opferrolle interessiert mich jetzt nicht. Anna, lass sie bitte aussprechen. Nein, Arielyne, bitte. Ich lasse sie gleich aussprechen. Nein, nein, du musst uns schon mal ausreden lassen. Nein, ich muss nicht. Das ist das Ja. Ich muss es nicht. Du musst mich aussprechen lassen und dann lasse ich dich aussprechen. So läuft das dann. Ich bin der Host. Diese Opferrolle und hier kommen Leute rein und erzählen ständig, ich bin Jude, ich komme aus Israel, meine Oma war dies und meine Oma war das. Ich mache das jeden Abend seit acht Monaten, Quince, Fakt ist, du hast das jüdische Volk lebt, kritisiert. Diese Worte haben dich getriggert. Du hast es explizit verbal, als du reingekommen bist, unterstrichen. Du hast Juden. Ich bin mir sicher, dass du nicht für die Mehrheit redest. Ich bin mir sicher, dass Menschen auch Juden sind. Sieh mal, du unterbrichst mich. Es gibt Wirkung und Ursache. Es gab den 7. Oktober, da sind Leute reingeplatzt aus Gaza und haben Menschen vergewaltigt, gefoltert und gebracht und du hast nicht mit einem Wort das erwähnt. Du hast nicht mit einem Wort die Geiseln erwähnt. Würde die Hamas die Geiseln freilassen, gäbe es überhaupt keine Bodenoffensive. Schon von Anfang an. Die Letzte, dann bist du nicht auf dem neuesten Stand, ja? Die Hamas wollte jetzt die Geiseln freien, Netanyahu wollte. Nein, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Netanyahu wollte es nicht. Nein, das ist ein Fake. Weißt du, wenn es noch so toll ist, ja, dann fahr du doch hin und knall der armlose Kinder ab. Fakes und Missdeutungen. Warum wird hier Ursache... Nein, wenn du das doch so... Nein, Quincy, ich habe mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage. Entschuldigung, liebe Anna, wenn ich jetzt mal so kurz dazwischen springe. Wieso wird hier Ursache und Wirkung verwechselt? Wer hat den 7. Oktober initiiert? Waren das die Israelis oder waren das die Araber aus Gaza? Und wenn es die Araber in Gaza waren, dann müssen sie die Folgen ihrer Handlung tragen. Und Israel ist nicht verpflichtet, auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen, wenn es einen mörderischen Feind gibt, der sich inmitten der Zivilbevölkerung versteckt. Die Hamas... Doch, wissen Sie, es gibt so etwas wie Kriegsgesetze, mein Freund. Wenn Sie auch ein demokratisches Land sein wollen, dann doch, lebt es. Die Kriegsgesetze gelten, das Kriegsrecht, das internationale Kriegsrecht, so wie es von Den Haag festgesetzt worden ist, gilt nur zwischen... Das rechtfertigt nichts und niemanden und jeder, der anders denkt, dass Kinder weiterhin umgebracht werden, der hat selber einen Schaden. Gibt es vielleicht eine Chance auf einen Dialog. Ich möchte gar nicht mich mit dir unterhalten, wenn du das gut findest, das ist ein Krieg zwischen regulären Armeen. Und die Hamas ist keine reguläre Armee. Es ist eine feige Rattenarmee, die sich wie Ratten in Tunneln versteckt. Du machst das genauso Terroristen wie die israelischen Soldaten, die da Kinder töten. Alles ist gleich. Wir müssen das relativieren. Alles relativieren. Aber die Hamas ist eine feige, terroristische Bande, die sich entschieden hat, aus Tunneln, feige, heimtückisch, den israelischen Staat anzugreifen. Hamas hat sich entschieden, ihre gesamte Bevölkerung in Gaza als Schutzschild zu missbrauchen. Nicht zu benutzen, sondern zu missbrauchen. Und Israel ist nicht verpflichtet, die Rücksicht auf eine fremde Bevölkerung zu nehmen, wenn es die nur eine Pflicht hat, ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Hamas ist keine reguläre Armee. Russland und Ukraine, da treffen zwei reguläre Armeen aufeinander. Aber hier ist das nicht der Fall. Und wenn die Hamas sich in den Zivilgebieten versteckt, dann muss die Hamas dafür zur Verantwortung gezogen werden und nicht das israelische... Aber der dreijährige Leila, die hätte eine Gefahr darstellen können, oder? Leila wurde durch die Hamas in eine Kriegszone gehalten. Die israelische Armee hat nur eine Aufgabe. Ach so. Möchtlich zusehen, dass die Hamas ausgerollt sind. Die Israelis müssten die Zivilbevölkerung schützen. Nein, das ist ein Denkfehler. Es müssen die Hamas-Leute die eigene Bevölkerung in die Tunnel reinlassen, die sie gebaut haben. Die israelische Regierung muss ihre Kinder, ihre Bevölkerung schützen. Ich möchte mal eine logische Frage an Queen Sissi stellen. Ja, bitte. Du hast wahrscheinlich schon jetzt gesehen, wo Gaza liegt, oder? Ja. Okay. Gaza liegt direkt am Meer. Ja. Gut. Die Freiheitskämpfer, die sich als solche heutzutage betiteln, bekommen mehrere Millionen, Milliarden Euro, die sie alle für sich in die Tasche behalten. Hast du dich noch nie gefragt, wie es sein kann, dass eine Stadt am Meer, am Meer, direkt am Meer, es nicht in den letzten 75 Jahren schaffen konnte, eine Kläranlage für sich aufzubauen und die ganze Zeit angewiesen ist aus dem sogenannten Feind Israel? So. Als allererstes möchte ich dazu sagen, dass ihr das immer noch nicht kapiert habt. Und bitte lasst mich jetzt ausreden und hör auf, mich stumm zu stellen, sondern wenn du Kritik haben, dann schließt mich bitte auf die Frage, dann lasst du mich bitte aufwählen. Ja, ich antworte jetzt auf meine Frage. Seit Jahrzehnten. Nach der Lage, Queen Sisi, sie hat mich gefragt. Seit Jahrzehnten, nicht seit Jahrzehnten, die Palästinenser, die Palästinenser haben, wie es bei Eris als Freund auch gekommen ist. Nein, Queen Sisi, du bist hier ein Gast und du musst dich an Regeln halten. Ariel hat dir eine Frage gestellt. Du redest Unsinn. Du redest über dies und das und jenes ohne Quellenangaben, ohne Kenntnisse, ohne Wissen. Antworte auf die Frage von Ariel und dann wirst du nicht gestummt. Ariel, wiederhole bitte deine Frage an Queen Sisi, weil sie quatscht und weiß nicht, mal bestimmt die Frage. Ariel, sag sie nochmal bitte. Wie ist es möglich, dass eine Stadt am Meer keine eigene Kläranlage in den letzten 75 Jahren bauen konnte und angewiesen ist auf den Staat Israel? Wie das möglich ist, dass die Menschen dort nicht an die Mittel kommen, die wir hier zum Beispiel haben in Europa. Das ist doch ganz einfach, oder? Gerade durch diesen jahrzehntelangen Krieg, den sie dort führen, dass sie immer wieder Attentäter und immer wieder mehr sie in die Zwickmühle geraten. Es ist doch klar, dass auch die Bildung da irgendwo sausen geht. Dass sie auch nicht die finanziellen Mittel dafür haben, ist ja auch ganz klar, oder? Nein, das ist nicht klar, weil gerade wegen der Lage und gerade weil rundherum sehr viele muslimische Länder sind, 22 arabische Länder sind in der Nähe. Und du möchtest mir doch wirklich nicht hier erklären, dass die palästinensische Bevölkerung ist ja nicht dumm, die ist ja nicht irgendwie zurückgegeben. Die haben ja schon den Zugang zur Bildung. Es sind ja auch viele, die haben ja auch viele, wir haben nicht die finanziellen Mittel, muss man auch einfach mal dazu sagen. Aber die Mittel für Jets, für Hamas-Kämpfer und die Mittel für Tunnel auszubauen, das war alles da. Und auch weg von der Hamas, gehen wir auch zur PLO. warum wurde damals auch nicht Geld investiert in die eigene Bevölkerung? Weil die Hamas, ich sage noch mal, die Hamas, die Hamas sind genauso Terroristen wie die israelischen Soldaten. Deshalb sage ich ja, gehen wir weg von der Hamas. Gehen wir auch zurück. Ich rede hier für die Zivilbevölkerung. Verstehst du, und mir wäre scheißegal, ob das jetzt gerade ein Jude wäre, ein Moslem wäre, oder ein Hindu wäre, oder ein Eichhörnchen wäre. Jeder Mensch, der geschützt werden muss, weil der nicht dafür kann, weil er einfach am falschen, lässt sich nicht bitte ausreden. Lass mich doch mal bitte ausreden. Lass mich doch mal bitte ausreden. ...in deinem Profil getan, oder einen israelischen Bewohner. Dir geht es nicht um Mensch ist Mensch, und ich möchte für Israelis und für Araber einstehen, oder für Palästinenser. Dir geht es nur um die palästinensische Sache. Dein Profil ist voll mit palästinensischer Sache. Deine Erkenntnis... Ich sage dir auch, warum. ...widersprüchend ganz der Präsentation deines Profils. Sag mir zu, ich sage dir auch, warum. Weil einfach, mir geht es nicht darum, dass der Hamas einen Krieg gewinnt, oder anzettelt, oder irgendwas anderes, sondern mir geht es darum, um die Zivilbevölkerung. Momentan muss man einfach sagen, dass dieses Zeltlager, was da abgemetzelt worden ist, es waren alles Menschen, die sich nicht wehren konnten. Das war kein Staatsgebäude, oder irgendwas anderes, es war ein Flüchtlingslager. Es war ein Flüchtlingslager. Ihr habt ja alle so große Töne, weil ihr in Deutschland geboren seid oder lebt. Was ist, wenn ihr dort leben würdet? Würdet ihr dann immer noch so reden? Was ist, wenn eure Eltern Palästinenser wären? Würdet ihr dann auch so reden? Was ist, wenn ihr auch einer der Zivilbevölkerung wärt, die in Gefahr wären? Moment, ich möchte dir zu einer in der Vorschrift schlafen gehen. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz, Ariel. Oder Ariel, keine Ahnung. Wenn sie sich dir einen Moment, bevor du schlafen gehst, zeige ich dir, weil du hast über Geld gesprochen, weil du hast gesagt, die finanziellen Mittel waren nicht da. Die Hamas-Führung lebt in Katar in Supreme Hotels. Und sieh mal, ich zeige jetzt extra auf dem Bildschirm, weil du redest nochmal am Thema vorbei und nicht sachlich. Wir diskutieren sachlich. Du appellierst mit diesem Schwachsinn einfach nur auf Mitleid. Dich interessiert nicht, wie sich Juden und Israelis fühlen und wie sich die Familien der Geiseln fühlen und wie sich die Kinder gefühlt haben am 7. Oktober, die miterlebt haben, wie ihre Eltern hingerichtet werden, ihre Mütter vergewaltigt werden, wie sie lebendig verbrannt wurden. Und du treibst Täter-Opfer-Umkehr. Wir sehen auf dem Bildschirm die Höhe der Spenden an das palästinensische Volk beziehungsweise an palästinensisches Hilfswerk alleine im Jahr 2022, also nur in einem Jahr. Die USA haben 344 Millionen Dollar abgegeben, Deutschland alleine 202 Millionen Dollar, EU nochmal 114 Millionen Dollar, Schweden 81 Millionen Dollar, Norwegen 34, Japan 30, Frankreich 29, Saudi-Arabien 27 und so weiter. Es sind Milliarden dorthin geflossen. Die haben neben den Milliarden auch noch Hilfsgüter erhalten, kostenlos. Diese Menschen stehlen alles, sie erwirtschaften gar nichts. Sie betreiben nur eins, Plünderung der westlichen Länder und du hilfst denen dabei, indem du deren Narrative verbreitest. Du bist quasi ein Proxy der Hamas, weil du machst Werbung für die Hamas. Du machst Werbung für Genozid am jüdischen Volk. Du machst Werbung für die Plünderung der Europäischen Union und du machst Werbung für Plünderung der Menschen in Deutschland und in anderen westlichen Ländern. Die 500 Kilometer Tunnel zu bauen, kostet Milliarden. Es kostet Milliarden Euro. Es sind tausende Menschen dabei gewesen, die daran gearbeitet haben und Geld verdient haben, indem sie die Tunnel gebaut haben. Die Tunnel werden unterhalten und es kostet auch Geld und daran verdient man auch Geld. In den Tunneln selbst versteckt man neben Munition auch die Hilfsgüter, die man dann über Ägypten an die restliche Welt vertickt. Im Prinzip ist das nichts anderes als Plünderung und Geld verdienen am Tod. Guck mal, dein Akzent sagt mir, ja. Ja, jetzt kommst du mit meinem Akzent. Also nochmal, ich sage, das ist angeblich eine Sinti und du kommst mir mit Akzent. Deine rassistische Aussage, nur weil ich dir Zahlen gezeigt habe und aufgedeckt habe, dass du lügst und dann hast du überhaupt keine Argumente und dann kommst du mir typisch mit Akzent. Ich bin eine... Das sind keine Argumente, dass im Staunen stummt. Nein, nein, ich schalte die stumm, weil du unterbrichst. Du unterbrichst, wenn ich aufwecke, du lügst und du lügst. Du hast gesagt, es gibt keine finanziellen Mittel, weil Ariel hat dich gefragt, warum sie keine Kläranlage haben in Gaza. Du verlegst die Verantwortung für Gaza, das mit Juden gar nichts zu tun hat. Seit 19 Jahren, 2005 haben die Juden Israel Gaza verlassen und Israel hat aber Geld nach Gaza geschickt. Die ganze Welt hat Geld nach Gaza geschickt, viel Geld. Du stellst dich hin und lügst, die hätten keine finanziellen Mittel. Und dann möchtest du mich unterbrechen, nur weil ich einen Faktencheck mache. Ich zeige die Realität. Du kannst gleich weiter lügen. Aber wir sehen die Milliarden, die dorthin fließen. Nochmal, alleine im Jahr 2022 sind Milliarden nach Gaza geflossen. Kleines Gaza. Da leben zwei Millionen Menschen in Gaza. Da kannst du mir nicht erzählen, die haben kein Geld für eine Kläranlage. Okay, du verstehst das vielleicht nicht, was ich dir hier sagen muss. Dass die Hamas keine normale Regierung ist und keine Demokratie ist, das muss uns ja allen bewusst sein. Das ist aber nicht das Problem von Israel. Und natürlich Hamas steuert doch dieses Geld. Das kommt doch nicht an die Zivilbevölkerung, sag mal. Natürlich kommt es nicht an die Zivilbevölkerung, aber dann ist das eine Frage an die Zivilbevölkerung, wieso sie dann die Hamas unterstützen. Das ist nicht ein Fehler von Israel. Israel schützt seine Bevölkerung. Aber nein, Israel setzt die Hamas mit der palästinensischen Zivilbevölkerung gleich. Und das ist ein Fehler. Verstehst du das? Wohlscher, Wohlscher. Also ich möchte jetzt auch noch mal bitte, jetzt lass mich mal zu Ende reden hier. Alle mal hier bitte in meinem Live. Ja, ihr sagt die ganze Zeit da und dann lügner und dann schaltet ihr mich stumm. Dann hört mir auch mal bitte zu. Ich sage euch jetzt eine Sache noch, bevor ich schlafen gehe, okay? Aber ich will dich auch was fragen. Nein, ich möchte auch keine Frage. Ich möchte euch noch was sagen und dann gehe ich. Ja, guck mal. Guck mal, Anna ist eine, Anna kommt aus der Ukraine. Ich bin Paulin. Und ich sage dir eins, ja? Als der Ukraine-Krieg angefangen hat, was ist dann passiert? Die Frauen und die Kinder sind zu den Nachbarn gekommen und die haben von uns Hilfe bekommen. Ist das so passiert oder nicht? Und ich frage dich, warum die muslimischen Länder, die Nachbarländer sagen, wir nehmen keine Palästinenser, weil sie Terroristen sind. Gute Frage. Ich frage dich, warum sagen die so? Kann ich jetzt wieder reden oder werde ich jetzt wieder stumm gestellt? Queen, schau mal, das Problem, was ich jetzt mit dir habe, ist, du willst jetzt was loswerden und dann willst du dich verkrümmeln. Ja? Ja, weil ich, ganz genau, ich habe nicht mehr mein Geld mit irgendwelchen TikToks, die ich dann irgendwie ausnutze, um irgendwie Kindermorde gut zu reden, sondern ich habe ein normales Leben. Also ich möchte euch jetzt noch eine Sache sagen und dann bin ich hier weg. Ah, okay, ja. Nein, nicht okay. Wienen Sie sie. Ich habe sie runtergenommen, weil erstens, sie ist um die gleiche Uhrzeit hier oben wie wir. Und sie sagt, ich habe Kinder hier nicht und ich habe ja schließlich noch was anderes zu tun. Aber sie ist zur gleichen Uhrzeit hier wie wir auch. Ja? Tut aber so, als wenn ihre Zeit irgendwie kostbarer wäre als unsere. Ja? Wir sind die Arbeitslosen und sie ist irgendwie die super Bankangestellte, die Chefin von einem Weltkonzern. Ja? Das ist totaler Quatsch. entweder sagt sie was und dann fragen wir sie was, aber nicht hier so eine letzte Botschaft absetzen und dann sagen, fuck you. Ich verstehe sowieso nicht, warum man erst hochkommt, um eine Frage zu stellen, aber sich selber keine Fragen stellen kann. Wenn ich eine Meinung habe, wenn ich etwas meine und etwas sagen möchte, dann kann ich mir ruhig auch Fragen stellen und vertrete meine Meinung. Vielleicht bin ich naiv, aber ich möchte schon gerne solchen Menschen, ich setze nicht voraus, dass sie das extra, also das ist bewusst zu sagen, weil ich glaube einfach, tut mir leid, klingt jetzt sehr gemein, einfach dumm sind. Ja, aber dumm ist auch strafbar und dumm ist auch brutal. Sie ist dumm, aber sie bringt andere Menschen in Gefahr. Sie nimmt es in Kauf, dass jemand stirbt, nur um ihre Umma zu verteidigen. Hier ist nochmal die Tabelle, wie die Hamas unterstützt wird von der zivilen Bevölkerung in Westjordanland und in Gazastreifen. Die Zivilbevölkerung unterstützt diese Terroristen. Die Zivilbevölkerung unterstützt diese Mörder. Und es ist nicht Israels Aufgabe und das ist auch nicht meine Aufgabe, sie zu bemitleiden, Ariel, dass sie dumm ist oder dass Frieden stauben. Das meine ich gar nicht. Ich meine überhaupt nicht Mitleid. Das Ding ist, du kommst natürlich, ich verstehe dich auch, kommst mit Fakten an, und dann stimmt ja alles. Bei solchen Menschen glaube ich aber, ich bin mir nicht sicher, so wie die beispielsweise die erste Frage, die ich gestellt habe, dann die geniale Frage, die Tanja gestellt hat, als es hieß, jo, das sind doch so viele andere, die helfen können. Warum machen die nicht ihre Grenzen auf? Ich glaube, das sind Fragen, die bei denen vielleicht irgendwo hängen bleiben, weil, dass irgendjemand die Meinung ändert, natürlich, ich bin Realistin, ich weiß, dass das nicht passieren wird, aber einfach nur gewisse Sachen ein bisschen hängen bleiben müssen. Also ich denke so, hey, das ist vielleicht ein Gedanke, den ich niemals öffentlich aussprechen würde und zu sagen, das ist eine gute Frage, sondern eher dieses, hm, da bin ich vielleicht mal stumm, einfach mal leise. Sie sollte sich auch mal fragen, warum die ganzen arabischen Länder mit militärischen Mitteln, die die Länder rausgeschmissen haben, vom Libanon bis Jordanien, von Kuwait, überall, sogar in Syrien, überall wurden sie mit Militär verjagt. Warum? Weil die Palästinenser sind wie der schwarze Tod. Die gehen irgendwo rein und dann fliegt die Gesellschaft dem Hauptvolk um die Ohren. Nicht nur das. Und deswegen, bumm, machen sie alles zu. Nicht nur das, ich weiß noch ganz genau, es gibt ein Camp, man nennt das Camp, aber das sind Stadtteile. Es war ein Stadtteil in Syrien, das nannte sich Yarmouk. Yarmouk, da waren, ich weiß nicht, wie viele tausende Palästinenser dort. Ich glaube, Assad hat es geschafft, innerhalb von weniger als drei Tagen alle zu töten. Da war wirklich, also die Stadt, das komplett dem Erdboden gleich gemacht wurde. Und da frage ich mich die ganze Zeit, ey, wo waren da eigentlich diese ganzen Palästinenser-Freunde? Wo war da die Empörung? Wo hat man da gesagt, ey, halt, stopp, das geht so nicht weiter. Wo war da Menschenrechte? Was ist mit den Leuten los? Ja, ja, absolut. Absolut. Ja, sie haben fürchterliche Chaos in Jordanien angerichtet. Ja, sie, sie haben Gewalt, sie sind von Haus zu Haus gegangen und haben Gelder erpresst und Menschen umgelegt. Sie waren wirklich, Der deutsche Präsident hat selber, der Herzog selber gesagt, ich bin nicht bereit, mein Land aufzugeben, um sie den Palästinensern zu überlassen. Wenn der eigene, wenn ein arabischer Präsident das öffentlich sagt und dann man sich wundert, warum beispielsweise Ägypten heute sagt, ey, wir haben selber ein Problem mit den Muslimbrüdern, wir haben Angst, dass da eine extremistische Bewegung da nochmal auf uns zukommt. Wir haben darauf kein Bock. Wisst ihr, welche Währung in Gaza läuft? Von wem die Wirtschaft in Gaza abhängt? Von Israel, denn da läuft die Währung israelischer Shekel. Sie fahrten mal, jordanische Währung, aber Jordanien hat es denen verwehrt, diese Währung zu benutzen von ihrem Land und auf den Scheinen, auf den Weltscheinen ist der König abgebildet von Jordanien und die jordanische Regierung hat gesagt, die Leute in Gaza sind es nicht wert, sie haben kein Recht, mit dem Geld von Jordanien, mit dem Gesicht vom König von Jordanien zu arbeiten, weil sie eben solche Feinde sind. Und das sagt ein arabisches Land über die. Im Ukraine-Krieg sind zwölf Millionen Ukrainer aus der Ukraine gegangen und sie wurden überall auf der Welt empfangen. Im Nachbarland Polen, sogar nach Russland sind fast sechs Millionen Ukrainer gegangen. Also Ukrainer konnten in Deutschland nach alle europäischen Länder, nach Kanada, nach Amerika, die ganze Welt hat gesagt, wir nehmen euch auf. Warum? Weil die Ukrainer friedlich sind. Nicht heilig, aber friedlich. Das sind friedliche Menschen. Niemand hat Angst vor Ukrainern. Die Araber aber haben Angst vor diesen Arabern aus Gaza und nehmen sie nicht auf. Natürlich unter verschiedenen Lügen auch, aber in Wirklichkeit wollen sie sie nicht. Und darüber diese ganzen Argumente prallen an Menschen wie Sisi ab. Ich spreche gar nicht zu Sisi. Man kann Menschen, die der Hamas-Propaganda gefallen sind, man kann sie nicht überzeugen. Es ist sehr selten und wenn überhaupt, dann werden sie es selber bei sich ändern. Meine Aufgabe oder mein Ziel ist es nicht, die Menschen, die Juden hassen, vom Gegenteil zu überzeugen. Meine Aufgabe ist es nicht, Menschen, die Deutsche hassen, vom Gegenteil zu überzeugen. Unsere Aufgabe ist, diese Menschen zu benutzen, deren Dummheit zu benutzen und für Aufklärung zu sorgen. Denn diesen Mist erzählt sie ja unseren Mitbürgern und sie hören das und wir arbeiten genau gegen diese Fake-Propaganda. Deswegen bitte ich auch immer um Teamgeschenke und Geschenke und Likes und so weiter. Nicht, weil ich verdienen möchte. Ich verdiene auch fast gar nichts und die ersten sieben Monate hatte ich eher eine Null meistens verdient und auch jetzt sind das wirklich in sechs Stunden vielleicht acht Euro, manchmal zwölf Euro. Also es ist nicht so, dass ich daran viel Geld verdiene oder beziehungsweise überhaupt verdiene. Es ist kein Geldverdienst hier. Wir machen Aufklärung. Das ist wichtig. Und wenn ich mal mehr verdiene als zwölf Euro, überweise ich das ebenfalls nach Israel. Ich habe eine Freundin, die kocht dort auch ehrenamtlich Essen für die Soldaten und ihr überweise ich Geld, weil sie kauft Lebensmittel ein. Man sollte wirklich darüber nachdenken, weshalb niemand diese Leute aufnimmt, weshalb sie keine Kläranlagen haben, weshalb sie 500 Kilometer Tunnel ausgegraben haben, aber kein Geld haben für Wasser und für Elektrizität, weshalb diese Menschen nicht in die Tunnel von der Hamas reingelassen werden. Das sagte Yahaniyah, der Anführer der Hamas. Wir werden die Menschen in Gaza nicht schützen. Soll das jemand anderes machen? Uns interessieren die Menschen in Gaza nicht. Das sagt die Führung der Hamas. Und die Bevölkerung dort unterstützt die Hamas. Deswegen muss Israel nicht aufhören, seine Bevölkerung zu schützen. Das ist kein Grund, Juden ermorden zu lassen. Ich verstehe nicht das Argument, wenn da kommen so viele Kinder und Kinder. Okay, dann gib doch den Kindern die Möglichkeit, sich zu schützen in den Tunnel. Wie gesagt, ich kann die großen Zahlen. Also erst mal, dass diese Zahlen, ich tut mir leid, ich habe keinen Bezug dazu, wenn irgendjemand hier kommt und sagt, 50.000, 15.000, 30.000. Das ist schwierig nachzuvollziehen, weil ich mir denke, okay, es ist Chaos. Wer ist denn da, bitte, der gerade dafür zuständig ist? Das ist A, wenn überhaupt, sagt man circa. Okay, Nummer 1. Nummer 2 ist, wie kann ich mir das vorstellen? Wird, stellt man alle Kinder an einen Platz und sagt, hey, wir haben mitbekommen, die Rakete kommt da und dahin, Kids, kommt mal alle an die Ecke, weil, wie sonst kommen diese Zahlen zustande? Haben diese, hat dieses Land vorher nur von Kindern bestanden? Also, ich würde gerne mal eine Statistik sehen, die vielleicht ein bisschen mehr Licht in die Sache reinbringt, warum so verdammt große Kinderzahlen in den Raum reingewerfen wurden? Ich denke, das ist eine sehr gute Frage, Ariel. Wenn ich die Zahlen so höre, 5.000, 10.000, 15.000, 30.000, die so in den Raum geworfen werden, denkt man immer, das Erste, was ich gedacht habe, gibt es da nur Kinder und alte Männer oder Frauen? Eben. Ja, es ist. Und dementsprechend kommen von Israel auch kostenlos Wasser und Elektrizität, muss man auch noch sagen, wurde auch hier im Chat geschrieben. Das Heftige ist ja, Anna, du hast vor zwei Wochen oder eineinhalb Wochen Bilder gezeigt von Puppen, die bei AliExpress gekauft werden und dann auch ein Mann mit so einer Puppe im Arm dieser Mensch streamt hier auf TikTok. Ich habe ihn hier selber gesehen. Er behauptet, er baut ein Hospital und hat dann irgendwie sich Ja, das ist er. Genau der, genau der. Bitte, ich bin wegen dem Bild schon gesperrt worden. Das ist nur zum Thema, welches Geld verdient an was? Weil diese Menschen, er ist nicht der Einzige, hier streamen einige, die Hamas unterstützen, für die Hamas arbeiten. Sie streamen auf Deutsch, verbreiten Fake-Propaganda, verführen die Menschen zum Genozid an Juden durch Fakes, durch Puppen und so weiter. Ich zeige euch auch gleich, ich habe hier auch Bilder, wie man sie bestellen kann, diese Puppen. Sie sind auch nicht so teuer, die gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie man so schön sagt. Man kann sie bei AliExpress finden und bei weiteren Geschäften, da sind solche Puppen, also die sind relativ zugänglich und die sehen wirklich aus wie echte Kinder. Ich habe hier leider kein Filter für Videos, weil man kann dann dort, wenn man sie berührt, es richtig gut darstellen, als wäre es richtiges Kind. Und die köpfen diese Puppen und zeigen sie dann, Allah, das ist ein Kind, was von Israel ermordet worden ist. Aber was ich sagen wollte, ist, dieser Mensch streamt aus Gaza in high quality und da muss ja irgendwo in der Infrastruktur da sein, da muss ja Internet da sein. Das könnte ja dieses Material gar nicht hochladen. Eben. Ich gebe jetzt an Black Eagle kurz auch das Wort, weil er wollte, ich glaube, was sagen, er ist kurz reingekommen, dann ist unsere Runde komplett und dann können wir weitersprechen. Darf ich mich verabschieden? Ich muss morgen früh aufstehen. Danke, dass du da warst. Ich habe dich abonniert. Ich habe auch Tjetka abonniert und kommt gerne wieder. Danke, dass ihr da wart. Danke, gute Nacht. Gute Nacht. Tinnitus Gur, 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 Gur. Guten Abend, Shalom Chanel und Aga, ich sehe dich auch, guten Abend. Und Ludmila, ich sehe dich auch, guten Abend. Ich habe es nicht geschafft, heute an alle guten Abend zu sagen, wie sehe ich euch, meine Lieben. so Black Eagle, schieß los. Gut, Dank, aber. Entschuldigung, bevor, bevor ihr loschießt, darf ich mich auch verabschieden? Ja, natürlich. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, mache ich zurück. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. So, Black Eagle, jetzt endlich darfst du sprechen. Okay. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Mein Beileid für den Polizeibeamten, das ist echt sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sein, wo ich die Nachricht gehört habe. Ja. Das hat mich echt sehr bedauert, der Täter lebt und der Polizeibeamte ist tot, aber okay, ist halt so. und das rechtfertigt überhaupt nichts, muss ich sagen und da wird auch kein Aber gesprochen. Das ist, was kann der Polizeibeamte ganz ehrlich dafür? Das ist wirklich sehr, sehr schade und was mir in Deutschland sehr auffällt, dieser Judenhass, muss ich momentan und auf den Straßen werden Hass geschürt auf die Juden, hier in Deutschland, wo leben, auf jüdische Produkte, auf jüdische Geschäfte, auf jüdische Kinder in der Schule und unsere Politiker schauen einfach zu, die handeln nicht, die haben große Klappe, aber nichts dahinter, muss ich ganz ehrlich sein und das macht mich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr traurig, weil hier laufen die Tätern rum, die spielen hier Opferrolle und bedrohen hier unser innerlicher Frieden, wie die Juden, wird hier bedroht. Das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sein, das erschüttert mich. Ich habe ein Video von Söder, und er hat Klartext geredet, aber nur Blabla, aber keine Handlung, muss ich ganz ehrlich sein. Und mich hat gestern noch eine Sache sehr berührt, muss ich sagen, mit diesem Kinderessen von meiner eigenen, ich glaube, es war von einem Esid, oder Esid, glaube ich. Ja, Esidische Frauen, ja. Ja, das hat mich, mir ist echt die Träne geflossen, muss ich ganz ehrlich sein, das ist so schrecklich und es wird Namen Islam gemacht, ab, das ist einfach fuck you, ja, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, das ist sehr, sehr schlimm. Ab, fuck you. Ja, das macht man nicht. Es gibt keine Rechtfertigung und dann braucht man hier keiner kommen und das ist nicht der Islam. Ja, ganz ehrlich, die regnet langsam so aus. Herr Liescher, bitte, eine neue Anfrage. Das hat mich echt gestern sehr, sehr traurig gemacht. Auch für ein Sadik sein Kind, muss ich auch ganz ehrlich sein, das berührt mich, das kann doch nicht sein. Ja, ja, absolut widerlich, abstoßend. Und wo sind die deutsche Bevölkerung? Warum nehmt ihr eure Flaggen nicht mal raus und geht mal auf die Straße, halt, und zeigt mal, wer der Chef hier ist. Richtig, richtig. Warum nicht? Zeigt uns doch, ich bin auch mit Migrationshintergrund, und zeigt uns, wer der Chef hier ist. Früher war das so. Ja, wir sind verweichlicht und wir haben Herrn Maßen, er ist der Chef vom Verfassungsschutz. Er hat früher die Friedenstauben auch verharmlost. Aber ich danke ihm sehr. Er hat jetzt nach dem schrecklichen, nach dem schrecklichen Vorfall mit Michael Stützenberger und dem Tod des Polizisten, da sind aber auch weitere Menschen schwer verletzt. Nur, weil sie nicht alle tot sind. Ich möchte einfach, dass wir das auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Heute hat mir hier noch eine Aufnahme gezeigt, wenn Mitarbeiter von Michael einfach ein Messer so richtig tief reinbekommt in die Seite von seinem Körper, wo lebenswichtige Organe sind, geschweige denn von den Schmerzen und dem Schock, was diese Menschen erleiden und was Michael und weitere Menschen erlitten haben. Gott sei Dank, sie leben, aber der Polizist hat sein Leben verloren und seine Verlobte hat auch, ihr Schicksal ist zerstört. Es ist nicht, es ist nicht so wie Schluss mit einem Mann. Es ist nichts, woran man sich gewöhnen kann. Es wird für immer bei ihr bleiben und es wird noch Auswirkungen haben auf ihre Kinder, selbst wenn sie noch mal heiratet. Es wird Auswirkungen haben auf die ganze Familie von Roven. Es wird auf seine ganze Familie und auch auf seine Freunde und auf seine Kollegen, da haben sich 30 Polizisten gemeldet, die nicht mehr arbeitsfähig sind, erst mal wegen dem Schock und das ist keine Ausrede. Israel lebt seit Jahrzehnten so. Seit Jahrhunderten so noch, wenn wir noch vor der Gründung des modernen Israels sprechen. Aber solange Israel existiert und Israel ist ein Jahr älter als die Bundesrepublik Deutschland, machen diese Friedenstauben es dort um das Zehnfache und Hundertfache. Das nennen sie Intifada. Das ist bei denen gerechtfertigt. Und Herr Maßen, der Chef vom deutschen Verfassungsschutz, hat Gott sei Dank aufgehört, diesen Mist zu verharmlosen und er hat ein Video aufgenommen, ich habe es bei X geteilt, wo er Tacheles spricht. Und er hat gesagt, Herr Stützenberger wurde vom deutschen Verfassungsdienst überwacht. überwacht. Aber dieser Afghane, der 2013 nach Deutschland gekommen ist, er wurde nicht vom deutschen Verfassungsdienst überwacht. Und das habe ich hier seit acht Monaten angesprochen. Das, was in Deutschland überwacht wird, ist bei weitem nicht das, was überwacht werden muss. Es ist nicht die AfD, die überwacht werden muss. Und nicht alles, was in Deutschland als Verbrecher festgehalten wird, ist alles, was wir in Verbrechern haben. Wir haben sehr viele Verbrecher, die einfach nicht identifiziert sind als Verbrecher, weil beide Augen zu sind. Und Herr Maaßen hat es angesprochen. Er hat gesagt, er gibt Frau Faeser dem Innenministerium, sie ist Chefin des Innenministeriums und dem politischen Kabinett in Deutschland die Schuld, die Mitschuld. Es gibt einen Schuldigen, das ist dieser Afghane, der einfach mal das zustechen, was er macht oder was er gemacht hat. Es ist nicht so einfach. Es ist geübt. Es ist nicht nur geplant. Es ist geübt. Es ist ein geübter Mörder. Er wollte so viel Schaden geben wie möglich, egal wer da war. Und er sagt nirgermassen, dass die Schuld ist bei ihm natürlich. Aber die politische Schuld liegt definitiv bei unseren Ministern, besonders bei Frau Faeser, die immer noch immer noch das Problem rechts sieht. und mit beiden Augen blind ist beim Thema Friedenstauben. Er nennt es aber ordentlich dort, wie war es das ist? Denn er ist dort nicht bei TikTok. Er war ein Killer. Er war ein Soldat. Er war ein Terrorist. Er hat das geübt. Er ist Gewalt erfahren. Er hat das geübt. Er muss Verfassungsschutz beobachten und nicht Augen verschließen. Solche Menschen müssen aber auch nicht nur beobachtet werden. Dieser Boateng, was macht er in Deutschland? Worauf warten wir? Warum reagieren wir auf alles so verzerrt und warum nur mit Worten? Warum haben wir unendliche Talkshows mit Politikern? Politiker haben die Kraft, die Macht, die Instrumente, die Kompetenz und den Zugang, um den Staat ordentlich arbeiten zu lassen. Sie sind nicht für Aufklärung und nicht für Blabla verantwortlich. Sie machen sich einfach nur beliebt. Sie machen daraus einen Wahlkampf. Herr Bundeskanzler Olaf Scholz erinnert uns an den Mord vom CDU-Politiker, das fast zehn Jahre zurückliegt, weil ihm die heutigen Morde, wie zum Beispiel am Polizisten, den er nicht erwähnt hat, lästig sind. Sie stören ihn. Er redet lieber über rechts. Weil das, was wir jetzt an Problemen im Land haben, ist für ihn lästig. Und ich danke wirklich Herrn Maaßen, dass er endlich das Kind beim Namen nennt. Die haben die Bevölkerung hier gespaltet. Teilen, reagieren, das ist das Problem. Die haben ein Feindbild gefunden, das ist die AfD und da wird da draufgehauen. Und auch die AfD haben sie doch selber gepusht. Das ist doch ganz ehrlich. Am Anfang, als sie gekommen sind, habe ich gedacht, das ist genauso wie damals mit den Piraten. Als sie plötzlich so viel Zuspruch hatten. Ich dachte mir so, ja, okay, kann ja sein, dass es nur eine Erscheinung ist. Aber man hat das Gefühl, die Regierung arbeitet förmlich kostenlos als Werbung. Wenn ich doch jetzt, wenn ich den Fernseher anmache, ich sehe die Attacke von dem, was in Mannheim passiert ist. Ich sehe ja, wie Humboldt-Universität auseinandergenommen wird im Deckwandel von hier freie Demonstrationen und so weiter und so fort. Man sieht so viel. Und ich denke mir, okay, das ist eigentlich eine kostenlose Werbung. Und wenn es passiert, dann darf sich keiner wundern. Und da darf niemand auch, er kann, auch dieses unnötige, billige, ja, fuck AfD und so weiter und so fort. Wem wollt ihr das verkaufen? Jetzt mal ohne Scheiß, wen wollt ihr das verkaufen? Alles wird doch gerade das, was die Politik gewähren lässt, ist doch quasi eine Einladung dazu, sich zu denken, okay, jetzt erst recht, jetzt will ich auf jeden Fall eine konservative Partei. Ich habe das Gefühl, CDU ist nicht da. Die ist irgendwie, keine Ahnung, die versucht der AfD in irgendeiner Weise nahe zu kommen, nachzuahmen, wie auch immer, schafft es nicht. SPD hat gar keine Ahnung, wohin die gehören. Linke sind nicht zu links, rechts sind nicht zu rechts, das heißt, sie verlieren damit auch ihr Gesicht. Sind irgendwo, nirgendwo. Die Grünen sind sowieso komplett weg von der Realität. Also, wenn man denen sagt, Leute, auch wenn heute Deutschland komplett grün wird, komplett null CO2-Bilanz, wir machen auf der ganzen Welt nicht mal 0,001 Prozent aus. Ey, also, wem willst du denn hier in diesem Land vertrauen? Das Problem ist, die Regierung kümmert sich ja nicht für Inland, die kümmert sich ja mehr für Ausland. Und das Problem ist auch, wenn irgendwas ist, was Inlandunruhe stürzt, dann lenken die nach außen. Ja, auch Ausland. Ja, nach Ausland. Ukraine, Russland. Okay, okay, sagen wir Ausland. Wenn ich solche Ausgaben höre wie Stärkung der Männlichkeit in Rwanda oder sowas wie Geld für Fahrradwege in Peru, ich schwöre es dir, ich akzeptiere es noch. Wenn ich sagen würde, wisst ihr was, Leute, wir müssen das irgendwie begründen, weil wir haben dadurch diese oder jene Vorteile oder diese und jene Beziehungen. Ich schwöre es dir, sogar da würde ich sagen, alles klar, irgendwo kann man es nachvollziehen. Aber ich habe das Gefühl, gerade diese Regierung hält ihr Volk für völlig grenzdebil und das Volk reagiert auch extrem grenzdebil, weil dieses Meckern, diese, tut mir leid, wenn ich das sage, diese Opferrolle, egal wer es ist, ich kann es nicht leiden. Dieses, ja, es ist nun mal so. Ja, wie ist es nun mal so? Dann mach doch was, dann sag doch was. Dann, ich kann nicht als ein Mann mehr Armee auf die Straße gehen und sagen, hey, hier läuft was falsch, wenn ich das Gefühl habe, links und rechts ist niemand, der rausgeht. Und das heißt, ich werde dann auch frustriert und denke mir so, ganz ehrlich, für wen spreche ich gerade? Ja, so denken viele. Ja. Eigentlich, wir denken alle, aber keine Macht. Also ich kann nur sagen, ich fühle mich an den deutschen Herbst erinnern, nur dass diesmal die Regierung nichts unternimmt. Also teilweise zumindest halt. Wenn man sieht, was an Anschlägen passiert, was an Dings passiert und wie machtlos die Regierung ist, wird das sie damals was unternommen hat. Ich kann es doch nicht mehr hören, wenn irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, das ist ein Einzelfall. Das ist nicht zu vergleichen mit allen anderen und so weiter. Also ich finde es schon komisch, dass so viele Einzelfälle sich tummeln. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Freitag, als es passiert ist, noch gedacht, Mensch, das ist ein psychisch kranker Mensch, der sich halt durch die Schriften, die eben halt, die er halt in seinem Glauben gelesen hat, aufgehetzt gefühlt wird. Weil ein Mensch, der psychisch krank ist, braucht einen Trägerpunkt. Und wenn er halt solche Sachen liest, ich darf da, Allah führt deine Hand und so weiter, du kriegst deine Jungfrauen, du kannst Märtyrer sein, dann fühlt er sich dadurch bestätigt und handelt. Aber das, was ich jetzt nach und nach mitkriege oder was ich sehe, das merkt man, dass dieser Mensch gezielt gehandelt hat und dass er irgendwo ausgebildet sein musste. Soll ich dir was sagen? Ich kann leider keine Bilder zeigen. Dieser Mensch ist ausgebildet. Das haben mehrere Ex-Polizisten, habe ich geguckt, auch Trainer für Polizei, auch Kampfexperten, aber auch die Bilder selber. Einen Körper durchzustechen, ist erstmal psychisch eine große Barriere und physisch, also körperlich. Und er hat so gezielt zugestoßen in lebenswichtige Areale, da wo die lebenswichtigen Organe oder Arterien sind. Er ist richtig geübt. Er zitterte nicht, er war gezielt, er war absolut, ja, er ist ausgebildet und er war vorbereitet. Und er ist ein Nachbar für jemanden. Er ist ein Mann von nebenan. Und was noch schlimmer ist, es erscheinen Friedenstauben, die dann scheinheilig behaupten, oh, aber nicht alle sind so, aber wir werden jetzt alle über ein Kamm geschert, dies und das. Ich verurteile das. Was für ein Ich verurteile das? Das sind Heuchler. Es ist zu spät für Verurteilen. Ja, es sind Heuchler. Es ist zu spät. Diese Worte, ich verurteile das, kommen zu spät. Nicht nach all dem, was an den Unis ist. Ihr müsst auf die Straße gehen. Ihr müsst in eure Moscheen gehen und dort schreien. Und sagen, wir wollen Aufklärung. Wir wollen das nicht. Ihr schadet uns. Ihr müsst offen sagen, was in den Moscheen gelehrt wird. Ihr müsst dem entgegenstehen und nicht diesen scheinheiligen Mist erzählen. Ich hasse eure Takiya und Lüge. Und diese Scheinheiligkeit, diese Heuchlerei, diesen doppelten Boden, diese ewige Ruhmgeheule und Opfergetue. Als ob alle anderen dumm sind. Und nur ihr seid klug. Es ist genau andersrum. Es gibt keine Christen, es gibt keine Juden, es gibt keine Atheisten. Niemand bringt Terror an den Friedenstauben. Also es liegt irgendwas an den Friedenstauben. Es kann nicht sein, dass Michael Stützenberger oder Kian oder andere Ex-Muslime oder einfach nur Juden wie ich oder jeder Deutsche, Kurde, ganz egal wer, der pro Israel ist. Oder einfach nur konservativ und sagt, Leute, das geht nicht, dass wir hier in Terrorgefahr leben. Das geht nicht, dass hier Leute rumlaufen und Frauen vergewaltigen und schlagen und Männer und so weiter. Das geht nicht. Wir wollen das nicht, dass man dann zu hören bekommt, ihr seid Islamophob, wir verdienen Respekt. Ihr verdient keinen Respekt. Nicht jede Religion verdient Respekt. Und schon gar nicht nach dem 7. Oktober. Ich habe Allah Akbar gehört, fast bei jedem. Es war nicht nur Mord, sondern es war Folter, was ich gesehen habe. Da muss ich keinen Respekt haben. Und er könnte das nicht verlangen. Ihr müsst selber einmal Respekt aufarbeiten. Ihr müsst für Aufklärung sorgen in euren Kreisen und nicht schreiben, was labert die. Du hast Angst davor, was ich sage. Du hast nichts mehr zu antworten. Deswegen schreibst du das. Deswegen redet ihr über meinen Akzent, über meine Herkunft, über alles Mögliche. Aber das hilft euch nicht. Das hilft euch nicht. Das hilft auch uns nicht. Aber uns hilft eben diese Aufklärungsarbeit. Es gibt sehr viel Aufklärungsarbeit in Deutschland. Wir sind ein Teil davon. Und ich bin sehr stolz auf mein Team. Und wir werden konservative Kräfte in Österreich kommen. In den Niederlanden sind sie schon da. In Deutschland. Überall werden sie kommen. Und dann werdet ihr euch immer umdrehen müssen. So wie in den letzten 80 Jahren es war. Ich erwarte die Sachsenwahl. Mit sehr großer Empörung. Ich hoffe, dass die AfD wirklich alleine macht wird da drin. Das Problem ist halt nur, wie erkennt man solche Menschen? Wie will man sie erkennen? Das größte Problem ist ja die Takiyah, die sie machen. Und man möchte wirklich nicht alle über einen Kamm scheren. Also es ist eben die Aufgabe des Staates. Und wenn ihr seht, diese Messerattacken, wo sie jetzt hier rumlaufen, die sind nicht, wo hier mit ihr Familien geborene Kinder sind, gell? Das sind meistens Afghaner, Syrer, was da drüben gekommen ist. Meistens. Na ja, es gibt auch einheimische Schätzchen. Bedroht wird Kian zum Beispiel von Menschen, die hier geboren sind. Nee, das ist okay. Das sage ich nicht. Diese Messerattacken, was draußen rumlaufen. Meistens. Also es sind nicht jetzt wirklich... Es sind nicht alle jetzt. Aber es sind diese Radikalisierung durch die Moschees, durch die DITIB, das ist sehr, sehr gefährlicher Rand geworden. Und ich verstehe Deutschland immer noch nicht. Und es war immer mein Ding, dass das vom DITIB weggenommen werden muss. Wenn Müftis oder Imams ausgebildet werden, die sollen dann hier in Deutschland ausgebildet werden, dann sind wir wenigstens unter unserem Schutz. Aber es kann doch nicht sein, dass irgendwo in Afghanistan oder irgendwo von Türkei oder irgendwo in der Welt ein Imam herkommt. Der kennt doch diese hier, die Verhältnisse in Deutschland gar nicht. Der kommt nur wegen politischer Meinung hier nach Deutschland, diese zu verbreiten. Ja, das ist ja auch von Erdogan zum Beispiel so gewollt. Es ist ja die BIP. Also es gibt ganz viele Dinge, die hier passieren, sehr, sehr gewollt. Und es wird finanziert aus dem Ausland. Und das ist alles politisch. Es ist einfach nur politisch. Ich wollte auch Kian dich fragen. Was denkst du, wenn du antworten kannst, entstumm dich? Ja. Was denkst du, wie kann man, okay, wir können das wahrscheinlich selber nicht, aber wie könnte das auf einer staatlichen Ebene oder vielleicht auch wir selber auf gesellschaftlicher Ebene unterscheiden, wer außer dem Fragenkatalog, den du uns gegeben hast, wer ist radikal und wer ist einfach nur gläubig? Also zunächst einmal, ihr könnt es nicht. Ihr spielt oder wir alle spielen Russisch Roulette mit diesen Menschen. Wir können einfach nicht sagen, wer ein braver Kulturmuslim ist und wer ein fanatischer Muslim ist. Das können wir nicht sagen. Es gibt äußere Erkennungszeichen. Wenn jemand einen langen Bart trägt oder er trägt einen Ring am Finger oder er trägt seine Hose verkürzt, hat eine Gebetsmütze auf, das sind alles Anzeichen dafür, dass er religiöser ist als der Durchschnitt. Anders kann man es nicht machen. Man kann das nur herausfinden in einem Gespräch. Und deswegen sollte sich Europa auch nicht darauf einlassen, große Massen von Muslime nach Europa zu lassen, weil wir einfach nicht sagen können, wer ist ein Dschihadi, wer wird ein potenzieller Dschihadi und wer ist harmlos. Und wir haben leider dieses Dilemma, dass die guten Muslime, die einfach moralischer sind als der Koran und Mohammed selbst, dass die mit in diesen Topf geworfen werden, mit dem Rest. Aber das soll nicht unsere Sorge sein. Unsere Sorge soll sein, wie schaffen wir es, die, die schon da sind, wieder nach Hause zu bekommen und die, die noch kommen wollen, draußen zu halten. Und wir können Millionen von devote Muslime abschieben, die keinen deutschen Pass haben. Ja, fast, ihr müsst euch vorstellen, das ist vielleicht vielen Menschen einfach noch nicht ganz klar. Wenn man, und deswegen hasse ich die Ampelregierung, ich hasse Merkel und ich hasse die Ampelregierung dafür. Wenn man Menschen, Syrer, aus einer Kriegszone nach Deutschland holt, wie das 2011 passiert ist und alles danach und niemandem der Gedanke kommt, dass die Menschen aus einer Kampfzone kommen, an der sie möglicherweise beteiligt waren, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ob dieser Syrer eventuell an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt war oder Milizen zu uns kommen. Martin Sicher, der Bundestagsabgeordnete der AfD, der bei mir letzte Woche im Stream war, hat gesagt, dass wir 3.800 Menschen haben, die aus Syrien und Irak, aus Kriegszonen, als Dschihadis zu uns gekommen sind, als Asylanten. 3.800 gut ausgebildete Menschen an Waffen, an Sprengstoff, am Messer. Und wir wissen nicht, was an ihren Händen klebt. Und deswegen, da wir es nicht herausfinden können, müssen wir an die Wurzel. Und die Wurzel ist, so schnell wie möglich die Syrer und Iraker loswerden, die Araber-Clans, die Afghanen, auf jeden Fall die Afghanen loswerden, die Tschetschenen, alle rausschmeißen. Und dann müssen wir die Einwanderung von muslimischen Völkern nach Europa so behandeln, als wären sie unsere größten Feinde, die auf Europa zumarschieren können. Weil sie bringen Elend, Verrohung, zivillose Gesellschaftsstrukturen zu uns und sie machen uns wirklich, unsere Gesellschaft total kaputt. Also im Prinzip ist es die Aufgabe des Staates, weil wir können das als Zivilbevölkerung nicht wirklich unterscheiden. Ich sage, ich muss nichts zu machen, Anna. Gar nichts. Ja, das ist Fachkräftemangel. Genau, die Fachkräfte. Ich habe jetzt mal eine Frage, und zwar an Kian. Und zwar, du hast ja irgendwie Probleme, da reinzukommen. Also E-Mail, wo liegt es jetzt genau dran? Kannst du mir das mal ein bisschen so erzählen? Dann weiß ich auch genau, was ich zu tun habe. Das Lustige ist, ich bin tatsächlich, über den Computer bin ich drin. Der Computer akzeptiert meinen, den Zugang. Aber wenn ich über das Handy will, dann brauchte ich diesen Code. Und ich habe nur eine Minute Zeit, den Code einzugeben, um das Konto zu bestätigen. Aber du hast mir immer erst drei, vier Minuten später den Code geschickt. Aber ich habe dir jetzt die E-Mail-Adresse geschickt, und zwar läuft das jetzt so. Ich habe dir die E-Mail-Adresse geschickt von dem Account. Das heißt, du musst dich einfach nur bei Outlook als anmelden, und dann kriegst du den Code darauf gesendet. Und dann kannst du ihn einfach eingeben. Genau, das wollte ich machen. Und da hatte ich dir geschrieben, ich wollte das nach dem Stream machen. Dann locke ich mich dann schnell ein. Okay. Und ich glaube, ich brauche ja dann deine Hilfe nicht mehr, richtig? Eigentlich nicht, aber wenn auch irgendwas sein sollte, kannst du... Genau, weil ich habe jetzt Zugang. Ich habe mir dein Passwort bekommen und den Account. Und wenn ich Probleme haben sollte, dann werde ich dich kontaktieren. Und dann können wir das ja vielleicht morgen noch mal ganz schnell zusammen machen. Ja, klar. Und ich wollte nur sagen, mit dem Account kannst du dann auch wirklich alles mal kritisieren, was du willst. Du wirst nicht gesperrt. Das ist so cool. Also wenn das stimmt, ja, dann warte mal auf das. Ja, kennst du Tesla Hahn? Tesla Hahn kenne ich, ja. Der benutzt einen koreanischen Account, damit der nicht gebannt wird. Also TikTok ist da ganz anders. Für Deutschland gibt es Rechtslinien, für Nordkorea gibt es Rechtslinien, für Gippen gibt es Rechtslinien. Und du kannst da sagen, was du willst, weil die Dichter verstehen dich da nicht. Verstehst du, was ich meine? Die verstehen dich auch. Du redest ja Deutsch. Und die verstehen dich einfach nicht. Diese Leute, diese Creator, die aufpassen, dass du nichts sagst, so bei TikTok. Die sprechen dann Arabisch oder so, keine Ahnung. Okay, super. Also ich probiere es aus. Wenn ich gebannt werde, dann ist der volle Account weg. Das ist ja genauso. Und ich habe eben einen zweiten Kian identisch bei mir in der Anfrage gesehen. Und ich habe hier nichts getrunken. Ja, du nennst dich gerade mit Kian 2. Genau. Zehn kleine Kians. Du machst den Kian 2. Also echt, das war echt ein Killer-Move. Also ich danke dir wirklich recht herzlich. Das war echt richtig gut. Kein Problem. Du hast ja auch viele Abonnenten da drauf. Du hast auch Creator. Da kannst du schon mit Geld verdienen. Oh, auch das noch. Ja, ja, du kannst da mit Geld verdienen. Also definitiv. Also du bist ja Creator. Dann mit 10.000 Abonnenten hast du schon die Rechte, dass du pro, glaube ich, 10.000 Klicks ungefähr. Ist nicht so viel, aber du verdienst da schon ein bisschen was dran. Und du kriegst halt auch irgendwie mehr Live-Zuschauer. Und sowas, weil du einfach mehr Abonnenten hast. Boah, das ist brutal. Boah, das ist wirklich nett. Bei mir klappt das nicht. Aber ich denke, beim koreanischen Account klappt das besser. Ja, weil der Account kommt vom Ägypten. Also Region Ägypten her. Also ich verdiene mit meinem, ich bin ja Creator, ich verdiene mit meinem Account ungefähr 15, 20 Cent im Monat. Weil ich politischen Content habe. Deutschland ist sehr, sehr streng. Ich denke, dass du, Kian, mit dem Ägyptischen vielleicht ein bisschen besser dich monetisieren kannst. Und du hast einen Vorteil, wenn du halt, da kommen halt die ganze Zeit arabische Leute rein, Muslime, du hast halt viel mehr, halt viel mehr Push, wenn du da so eine Exmo-Sendkappe anziehst. Und da kannst du richtig polarisieren. Das ist ja, das ist ja wirklich genial. Also darauf freue ich mich. Ich freue mich. Wirklich. Das ist ein extrem guter Move. Wirklich. Also wenn das hinhaut, ich mache das wieder gut. Steuere nicht vergessen. Wir sind ja sowieso in Kontakt. Du hast ja auch meinen anderen Account, diesen Skalas. Da kannst du mich auch anschreiben, falls irgendwas sein sollte. Aber ich denke, jetzt wo ich dir die E-Mail gegeben habe, und die stimmt dir auch alles, das Einste, wo es vielleicht noch dran hapern könnte mit der E-Mail ist, dass ich vielleicht was hinterlegt habe und dann musste ich nur noch einen Code geben. Aber das dauert dann, das dauert nicht mehr lange. Also vielleicht maximal morgen, vielleicht drei bis vier Minuten. Oder vielleicht kriegst du es heute Abend schon hin, je nachdem, wie du Lust hast. Genau, genau. Und das werde ich machen. Und wirklich, super herzlichen Dank. Also ich werde den Account auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Das ist wirklich sehr nett. Du wirst da wirklich nicht gebannt. Ich habe das von vielen Kollegen schon gehört. Ich habe mich da auch schlau gemacht und so. Und du kannst reden, was du willst. Also wenn du jetzt nicht irgendwie auf Arabisch redest und dann da sowas sagst, aber wenn du auf Deutsch redest und auffährst, dann wirst du nicht gesperrt. Die können dich melden, wie sie wollen. Du wirst nicht gesperrt. Das geht nicht durch. Das ist so ein Hammer. Das genieße ich. Weil heute sind mir zwei Accounts um die Ohren geflogen, ja? Ja, das ist so bei Deutschland, weil Deutschland ganz komische Richtlinien hat. Da mussten dich nur drei, vier melden und dann ist es schon vorbei. Der Tesla Hahn, der wird jeden Tag von Hunderten von Leuten gemeldet und der wird nicht gesperrt, weil der halt einen Account hat von Korea und da machen die nichts. Die sagen, ist scheißegal. Aber wie, darf ich fragen, wie bist du denn an den Account rangekommen? Wie gesagt, ich habe so Kontakte so von YouTube her und den hat mir einfach einer geschenkt, deswegen... Genial. Wirklich super. Also das ist immer ein grandioses Geschenk, um hier weiterzumachen. Das ist irgendwie ein Dschihadi gewesen, der hat mir den geschenkt, der war so ein Fan und so. Ich habe ein paar Abonnenten bei Kingston und so und der hat mir den einfach geschenkt, der hat sogar noch sein Instagram da drin. Das ist ja wirklich total crazy. Also wirklich, recht herzlichen Dank. Das ist wirklich so gut gelaufen, ehrlich. Ja, wie gesagt, also du kannst wirklich alles da machen, du kannst dir sogar beleidigen, kannst richtig beleidigen, kannst sagen, ey, du, keine Ahnung. Nicht sagen, du bist jetzt in einem deutschen Account. Ja, nee, ich leise ausgesprochen selten mit Ausdrücken, ja, also und das werde ich auch nicht weiterführen, aber wenn das Bedürfnis mal besteht, das wäre, sich das mal auszuprobieren. Oh, jetzt sehe ich zweimal kehren hier drin, das ist echt verstörend. Aber du kannst, du kannst, also das ist richtig krass, du kannst da, du kannst kritisieren, da kann ja keiner versperren und die Leute regen sich ja auch drüber auf, wenn du aufklärst. Und wenn die dann sehen, die können dich nicht sperren, dann ist das für die eine Klatsche ins Gesicht, kann man so gesehen sagen. Das ist so genial, wirklich. Also ich werde das, ich werde das morgen Abend sofort ausprobieren. Ja, also falls da irgendwas sein soll, du hast ja dann meine Sachen und, ja. Warte mal, ich muss dich mal abonnieren, morgen wird krass. Gerne, recht herzlichen Dank, wirklich. Ja, ich habe den neuen Kian und den alten beide abonniert. Merlin, ich weiß nicht, wie ich dir zu danken habe. Die ganzen Geschenke zum Beispiel sehe ich ja auch alles auf arabische Schrift, also alles, hier ist alles auf Arabisch, außer natürlich die Mikrofonleiste und sowas alles, das kann ich noch so lesen. Aber so die Geschenke und auch diese, du bist auch in diesem Rang auf Arabisch. Das heißt, die Leute sehen dich dann in der Weltrangliste, dass du da Kian Ex-Muslim heißt. Wir sehen das dann. Nee, schlecht. Also das Ende richtet in Persisch um. Kann ich wenigstens lesen. Das ist cool. Merlin, auch an dich nochmal vielen, vielen Dank. Ich gehe jetzt dann wieder raus aus dem Account. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Account. Vielen Dank. Bis morgen zu sehen. Und ich habe dich abonniert mit meinem Account. Wenn du da drin bist, dann kannst du mir nochmal schreiben und ich werde das sehen. Ja, und ich mache das gut. Da werde ich mir was einfallen lassen. Das ist kein Problem. Du brauchst das nicht gut zu machen. Warum sonst? Vielen Dank. Du kannst es wieder gut machen, wenn du mehr aufklärst. Dann machst du das gut. Ja, definitiv. Darf ich fragen, mit welchem Hintergrund du das machst? Bist du auch ehemaliger Moslem? Nein, nein. Ich bin Deutscher. Du bist, oh, okay, dann verstehe ich dich. Ihr habt gesagt, ich bin Deutscher. Dann verstehe ich dich. Als Recht. Ich danke dir sehr. Kein Problem. Ich habe es gerne gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, okay, ich bin dann jetzt wieder rausgekommen mit dem normalen Account wieder rein. Oh, super. Bis gleich. Besten Dank, mein Lieber. Besten Dank. Theo hat gerade gefragt, ist das schon die Prophezeiung, zwei Kians? Ach, übrigens, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das im Leben ist. Man hat so sehr versucht, Kian anzugreifen, dass andere Menschen sich finden, die Kian quasi unangreifen. Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns immer angreifen, die wir uns angreifen. Und genau so wird es auch in der Zukunft laufen und genauso wird es auch mit Juden und Israel laufen. Man fällt immer selber in den Graben, den man für andere schaufelt. Und die Menschen, die man angreift, die macht man einfach nur stärker, weil diese Menschen kommen dann eben mit anderen Menschen zusammen und man unterstützt einander und wird immer stärker. Das war ein sehr, sehr gutes Beispiel an dir, Kian, gerade. Ja, absolut. Ich freue mich auf morgen. Ja. Ich habe mich schon erschrocken mit zwei Kians. Also ganz schön. Das war wirklich, ja, absolut. Merlin, nochmal an dich, vielen, 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 vielen Dank auch an Gostreide, gerade für das Teamherz. Wir brauchen tatsächlich Teamgeschenke auch. Das kriegt dann nicht nur mein Stream, sondern eben die Gäste kriegen das eigentlich. Deswegen heißt das Teamgeschenke, ihr macht über Teamherz Geschenke an meine Gäste. Die Punkte werden denen angerechnet im Anschluss, aber das macht den Algorithmus auch sehr, sehr stark. Teamherz ist oben neben Anna Odessa, ist ein orangenes oder graues Herz, je nachdem, ob ihr im Team seid oder nicht. Und die Teamgeschenke kosten ungefähr einen Cent. Natürlich sind auch Zielgeschenke wichtig, aber Teamgeschenke genauso und Likes. Wobei, so wie Theo gerade, dieses Herz kostet 0,3 Cent. Plus, Minus, vielen, vielen Dank. Ich sehe, ihr habt 130.000 Likes. Das ist unbezahlbar. Ich danke euch auch dafür. Wir haben vielleicht einen neuen Gast. Oh, wir haben sogar drei Anfragen. Skalas, du müsstest ein bisschen warten. Wir haben Grande Panzer und jemanden, Kian, kannst du es öffnen? Die Einladungen auf Arabisch. Die Einladung auf Arabisch, was meinst du damit? Verstehe ich nicht. Name auf Arabisch, kannst du es lesen? Eine Sekunde, ja. Ah, der ist wieder verschwunden, hat Angst vor dir bekommen. Aber Grande, oh nee, ist wieder da. Ist wieder da. Kannst du es lesen? Also, das klingt harmlos. Also, möglicherweise ist das ein Christ. Hallo, hallo. I am from... Do you speak German? I am Assyrian. I am Assyrian, Assyrian, Assyrian. Okay, sprichst du Deutsch? Fuck Israel, fuck Israel. Fuck Israel. Das war der friedliche Islam? Ja, aber er hat sich als Assyrer ausgegeben. Ah, stopp. Also, er steht sogar in seinem Namen dort. Ich muss kurz was sagen. Ja. Ich habe in den letzten paar Wochen wirklich, tut mir leid, wenn ich das sage, aber christliche Mitbürger aus dem Nahosten sind gerade fast so schlimm wie diese anderen Friedenstauben. Das muss ich an der Stelle wirklich sagen. Aber, Arie, ich muss dazu sagen, was ich erlebt habe, ist, dass viele sich als orthodoxe Christen oder als Aramea tarnen. Und wenn man dann fragt, ja, ich habe die Bibel noch nicht so gelesen, ich bin erst kurz Christ oder ich war früher nicht so religiös und die kennen nicht mal das apostolische Glaubensbekenntnis. Und das ist erschreckend. Erschreckend. Ja, aber was will jetzt damit bezwecken? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja eine Sache diskutiert. Weißt du, was bringt das? Das bringt doch gar nichts. Aber ich habe meinen Moderator nicht gelesen, weil das war mein Fehler. Elisha hat mir nämlich geschrieben, es ist kein Christ. Elisha, also wir nehmen jetzt den nächsten, wir nehmen Grande Panza, mal gucken, ob das besser wird. Grande Panza, guten Abend. Ich hoffe, du kannst dich halten. Du kannst dann direkt auch loslegen. Guten Abend. Ja, guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, was möchtest du zu uns sagen? Ja, was soll ich sagen? Ich wollte mal, erst mal ich supporte auch Israel und mal über diesen Vorfall mit dem Messerstecher ein paar Fragen in die Runde stellen. Okay. Vor allen Dingen, Kian, der kennt sich ja bestimmt aus, also dieser Messerstecher heute oder gestern, gestern, bevor gestern, der hat doch gemäß dem Koran richtig und Allah richtig gehandelt, oder? Naja, im Koran wirst du, im Koran steht das nicht so. Aber ihr müsst den Kontext verstehen, warum ein Muslim so etwas tut. Und wenn ein Muslim sagt, ich hatte es schon mal erklärt, wenn jemand, wenn jemand zur Verteidigung der Religion aufsteht, dann ist die Tat, die er tut, verknüpft mit der koranischen Aufforderung von Amr bimaruf, nahna ala munkar. Das bedeutet so viel wie gutes Gebieten und schlechtes Verwehren. Und das gute Gebieten heißt den Islam durchsetzen und schlechtes Verwehren bedeutet so viel wie alles, was gegen die Religion steht, zu schwächen. Und dann gibt es eine Terminologie in der arabischen Sprache, also eine Begrifflichkeit in der arabischen Sprache und in der Scharia, die nennt man Fardu ein und Fardu kifaya. Und Fardu ein bedeutet individuelle Pflicht und Fardu kifaya bedeutet allgemeine Pflicht. Also wenn ein Khalifa existiert, und der existierte jetzt gerade nicht, und er ruft zum Dschihad auf, dann gibt es Fardu kifaya, also die allgemeine Pflicht der Muslime bei einem Khalifa, einem rechtgeleiteten Kalifen, zum Dschihad aufzubrechen. Aber wenn dieser Khalifa nicht existiert, dann gibt es manchmal eine Fardu ein, eine individuelle Pflicht, etwas zu tun, um die Ehre Allahs, des Propheten, des Korans, des Islams sozusagen durchzusetzen. Und das passierte mit dieser Afghane. Er hat das Recht in seine Hand genommen, den Islam vor den Kofar, den Ungläubigen, zu schützen und hat deshalb die islamkritische Bewegung angegriffen. Und das kann durchaus eine Rechtfertigung in der islamischen Welt finden, auch in der Scharia. Ja, und deswegen sind die Muslime im Einklang mit dieser Handlung. Ihr seht nicht, dass Muslime aufstehen und sagen, oh, das war unislamisch. Nein. Ja, ganz im Gegenteil, die finden das ja alle nur gut. Genau. Sie werden sagen, die meisten Muslime haben Verständnis dafür. Sie verstehen das. Sie sagen, wir haben Verständnis dafür. Weil er hat die Ehre des Islam verteidigt. Ja, und deswegen, er hat Amr bin Maruf nach einer Alamunka gemacht. Also grundsätzlich denken alle gleich so. Also ich finde das, die einen sagen das und die anderen denken das nur. Aber im Grunde genommen meinen die alle, ja, das war richtig und gut so. Die Religiösen sind sich einig, dass er ein Held ist und so wird er auch gefeiert. Ja, sehr klar. Und die nichts sagen, haben das aber auch im Kopf so und sagen das nur nicht. Wahrscheinlich, oder? Schau mal, die schweigsamen Muslime und solche, die zum Beispiel nicht praktizierend sind, sie sind in diesem Kampf gegen diese toxische Religion nicht auf unserer Seite. Sie sind es, die die Rückendeckung liefern. Sie machen die Sauerei hinter den Dschihadis weg. Sie sagen, das ist nicht der richtige Islam. Das waren nur ein paar Extremisten. Sie sind die Apologeten. Sie entschuldigen das. Die Muslime machen die Schweinerei und sie erklären dann, ja, das ist nicht richtig islamisch. Und dadurch werden die Menschen verwirrt. Und deswegen geben viele Menschen dem Islam einen besseren Kredit, als er überhaupt verdient. Oder einen besseren Namen, als der Islam eigentlich verdient. Weil viele Menschen da draußen sagen mir mal, Kian, du bist Ex-Muslim. Hör doch mal auf mit dieser Beleidigung gegen Islam. Die meisten Muslime sind friedlich und so weiter und so fort. Warum? Die meisten Muslime praktizieren den Islam nicht richtig. Äh, praktizieren den Islam nicht. Und deswegen wirkt es so, als wären sie gläubige Muslime. Ein Muslim sagt zum Beispiel, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Aber er trinkt Alkohol und er betet nicht. Für einen gläubigen Muslim ist dieser Muslim nicht zu ertragen. Überhaupt nicht. Was ich auch so ziemlich heuchlerisch finde, wenn die Muslime jemanden anklagen wollen und suchen Recht beim Staat, so hier, ne, den deutschen Rechtsstaat. Wobei sie uns doch eigentlich als Kuffer sehen. Suchen sie dennoch Schutz und Recht, dass wir denen Recht geben. So, in einigen deren Belange zum Beispiel, wie jetzt Stürzenberger oder sonst wer hier im TikTok den Islam kritisiert. Dann wollen sie gleich, ja, dann kommen sie gleich mit, kommen sie mit Anwalt und du weißt, was ich, ne. Suchen sie Schutz bei uns, obwohl sie uns eigentlich, äh... Sie haßen uns. Sie haßen uns, ja. Aber suchen trotzdem auch Schutz, dass wir denen Schutz geben. Ja, und viele Muslime, weißt du, viele Muslime denken, es ist eine Pflicht der Europäer, sie aufzunehmen, weil wir sie kolonialisiert haben. Und deswegen, sie sagen nicht Danke, sie sagen, ihr müsst es tun. Viele Muslime haben das mir damals gesagt. Sie haben gesagt, hey, was redest du da? Der Westen hat uns alles kaputt gemacht, jetzt kommen wir und holen wir das von euch zurück. Weg, indem wir eure Arbeitsamtgeld nehmen oder Hartz IV oder Bürgergeld oder sonst was, indem wir euch bescheißen. Wir holen uns nur wieder, was ihr uns genommen habt. Das ist eine allgemeine Rhetorik unter Muslime. Das ist doch ein Totschlag-Argument. Mit sowas kann man doch nicht argumentieren. Naja, damals, die Römer sind da hingekommen und weißt, was ich jetzt, deswegen bin ich jetzt hier und mit ihr Bürgergeld, so nach dem Motto. Das funktioniert doch nicht. Wir müssen sie so schnell wie möglich loswerden. Sie sind der Untergang für uns. Sie sind der Untergang. Glaub mir. Ja, ich kenne die Brodis alle. Ich habe mit denen ja auch hier mein Leben lang zu kämpfen gehabt und so weiter. Also ich weiß ganz genau, wie die alle ticken. Aber grundsätzlich bekommt er doch jetzt von Allah dieser Messerstecher 72 jungen Frauen, oder? Naja, die Ratte hat leider überlebt und ist jetzt auf der Intensivstation. Aber sollte er krepieren? Und ich bete zu irgendeinem Gott, der mich auf dem Motto. Kian, Kian, du bist noch nicht arabisiert worden. Die Friedenstaube ist noch am Leben. Diese Friedenstaube ist noch am Leben und ich hoffe, dass es einen gewaltigen, von den Grünen erzeugten Stromausfall gibt und die Maschinen alle kaputt gehen. Und dass er dann das Zeitliche segnet und mit zwei Flügeln auf dem Rücken schnell, schnell, schnell ins Paradies flattert. Das ist auf jeden Fall, was ihn erwartet. 72 hübsche Mädels da oben. Irgendwie können die sich jetzt alle nicht einig sein. Die einen sagen, das hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Aber andersrum befürworten sie das. Er wurde nur vom Islam inspiriert, von nichts anderes. Kian. Ja, bitte. Du hast es so schön erklärt. Eigentlich, das wollte ich gestern sagen, mit den zwei Arten Islam. Ah, okay. Genau das, was du jetzt erklärt hast, wollte ich eigentlich so erklären. Die einen machen das und die einen suchen die Entschuldigung dafür. Ah, okay. Ja, aber so ist das, mein Lieber. Ja, nee, nee, genau das wollte ich eigentlich sagen. Klar, es gibt einen Islam. Ich habe nochmal eine Frage, Kian. Diese Menschen, die sagen, das ist nicht der Islam, wir sind nicht so, wir handeln selber nicht so. Und die auch gar nicht, sag ich mal, so islamisch leben, die eher so nach dem Motto, ja, ich halte meinen Ramadan und lebe dann elf Monate haram. Sind das die Menschen, die es nicht besser wissen, weil sie eben das so beigebracht bekommen sind? Oder wissen die ganz genau, was los ist und schämen sich dafür? Ja, sie wissen, sie wissen, sie wissen alles. Sie wissen es. Und es ist ein Spiel, Leute. Die Muslime verscheißen uns Tag und Nacht. Sie verscheißen uns. Und wir müssen es endlich verstehen. Tut mir leid, ich komme rüber wie so ein radikaler Freak. Aber ich bin 35 Jahre lang in diesem Club gewesen. Ich habe fest im Sattel gesessen mit dieser Sekte. Und ich weiß, von was ich rede. Diese Religion, und ich sage das mal ganz deutlich, ist ein Todeskult und ein Sexkult. Und wenn man das beides versteht, dann ist man, dann ist man, dann durchschaut man diese Religion. Bitte behandelt den Islam nicht wie jede andere Religion. Es ist keine Religion. Es ist eine Eroberungsideologie. Der Islam wünscht die Nummer eins. Der Islam will nicht die zweite Geige spielen. Und die Muslime wollen auch nicht in der zweiten Reihe sitzen. Allah hat im Koran gesagt, Allah will sein Licht vollenden. Ob es den Ungläubigen gefällt oder nicht. Das heißt, mit Licht vollenden, er will, dass der Islam siegt. Und die Muslime nehmen das wie Schmieröl für ihr Getriebe, zu sagen, wir müssen alles tun, damit wir die Nummer eins sind. Koexistenz kennt diese Religion nicht. Respekt vor anderen Religionen, das kennt diese Religion nicht. Es gibt keinen Respekt. Glaubt nicht den Friedenstauben da draußen, die euch erzählen, wir haben Respekt vor Christen und Juden. Sie beten 17 Mal am Tag die Al-Fatihah, die eröffnende Sura. Die müssen sie beten, sonst wird ihr fünfmaliges Gebet nicht angenommen. Und sie sagen in Vers 6 und 7 der Al-Fatihah, sagen sie, dass sie nicht so werden wollen wie die verirrten Christen oder wie die verfluchten Juden. Ja, sie beten es 17 Mal in einem christlichen Land, beten sie, dass sie nicht wie die Christen sein wollen. Ja, du hast recht, deren Gebet ist eigentlich ein Fluch gegenüber Andersgläubigen, oder? Es ist, sie haben viele Sachen. Sie lesen den Koran. Wenn ich damals gebetet habe, dann habe ich Verse aus dem Koran gelesen. Und dann habe ich tatsächlich aus Sura 5 gelesen, Vers 60, dass die Juden verächtliche Affen und Schweine sind, zum Beispiel. Wieso beharren die dann, glaube ich, auf diesen Namen Allah? Die sagen ja, Allah wird Arabisch heißen, aber es ist ja dennoch ein Name, oder nicht? Wenn ich sage, ich glaube an Gott, aber ich will ihn nicht Allah nennen. Es kommt aus dem Hebräischen. Aus dem Hebräischen Allah? Das will ich zum ersten Mal. Es kommt aber aus dem Hebräischen. Alladim. Ja. Ja, von Eli oder Allah. Elohim. Elohim, genau. Aber es hat also mit Allah zu tun. Das ist aber ganz was anderes. Das Wort kommt aus dem Hebräischen. Nochmal. Das Wort Allah kommt aus dem Hebräischen. Sehr viele Kirse im Koran kommen aus der Tora. Eins zu eins abgeschrieben oder etwas verändert. Ja, ja, dass der Koran von der Tora und den Evangelien, als Mischmasch da gemacht wurde. Ja, copy-paste. Es ist nicht Mischmasch, es ist copy-paste gewesen. Ja, sie haben genommen und dazu noch selbst gedichtet. Und dazu noch selbst gedichtet, genau. Ja, aber Allah hat, Allah ist in der Geschichte, also in der Geschichte. Sie haben aber das Wort. Sie gucken mal, sie haben sich ein Corporate Identity machen müssen. Ja, und man muss sich ja von irgendwas eine Idee holen. Von irgendwas, was schon erfolgreich ist. Die Juden haben einen Stern. Einen Stern im Himmel. Welchen Himmelskörper haben wir da noch? Ja, weil Sterne sehen wir nachts. Was sehen wir nachts noch? Oh, wir sehen ein Mond, also unser Markenzeichen wird ein Mond mit einem, oh Alexander, vielen Dank für die Unterstützung, ein Mond. Ja, manchmal Monde mit Sternen sehen wir sogar. Dann haben sie sich Worte genommen. Ja, und dann haben sie sich Verse genommen. Dann haben sie sich auch Rituale genommen, schon alleine die Beschneidung oder bestimmte Vorgehensweise bei der Zubereitung von Nahrungsmitteln. Das ist alles rausgenommen, am meisten, ja, am meisten rausgenommen vom Judentum. Und im Prinzip dieser Neid und der Wunsch, so zu sein wie die Juden, sogar den Holocaust wollen sie, weil sie kapieren nicht, was für eine Tragödie das ist. Sie sehen, dass die Juden haben einen Holocaust und einen Genozid gehabt und die wollen das auch für sich. Ja, die sagen, bei uns ist jetzt auch Genozid, die Juden hatten eine, eine Vertreibung, wir haben eine Vertreibung. Also alles möchten sie gerne kopieren, sie möchten so sein wie die Juden. Das ist nichts anderes als Neid. Du kannst uns nicht sperren, aber wir können die sperren. Vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Ich möchte nochmal den Kir noch mal kurz was fragen, und zwar über den Koran. Da steht ja irgendwo geschrieben, dass Allah die Juden verflucht hat, weil sie angegeben haben, den Messias getötet hat zu haben. Da steht ja irgendwo drin, die sagen, die Juden würden ja Jesus niemals als Messias bezeichnen. Das ist ja irgendwo ein Fehler. Aber das steht nicht im Koran so. Der Koran wirft das eher den Christen vor. Ich meine, das waren die Juden. Nein, die Juden haben Jesus nicht anerkannt. Es gibt diese Sura, Sura al-Imran, und das heißt das Haus von Jesus. Und dort wird sozusagen, da wird alles beschrieben. Aber die Juden kriegen unterschiedliche Vorwürfe im Koran. Von Vertragsbrecher bis Prophetenmörder und so weiter und so fort. Oder dass sie unterschiedliche Vorstellungen haben, wer Gott ist, oder ob Jakob mit Gott gekämpft hat und so weiter und so fort. Das sind die Sachen. Den Christen ist es eher was anderes. Den Christen wird vorgeworfen, dass sie Gott einen Sohn beigesellt haben. Ja, aber ich meine schon, dass da irgendwo drin steht, war das nicht, glaube ich, mit dem Listenschmidt, also dass die... Also ich meine schon, dass da irgendwo drin steht... Ich mach mal meine Datenbank aus. Ich mach mal meine Datenbank aus. Also dass die Juden, die Juden hätten behauptet, den Messias zu töten. Deswegen hat Allah sie verflucht, oder irgendwie so. Nein. Ich kann mich auch täuschen. Nein, nein. Aber die Juden würden ja niemals Jesus als Messias sehen. Das ist der Fehler. Das bezieht sich auf die Christen. Allah wirft den... In einem Koranfall heißt es, ihr habt ihn weder gekreuzigt, ihr habt ihn weder getötet, noch habt ihn gekreuzigt. Nein, 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 das sagt er zu den Juden, 100%. Nein, nein, das sagt er zu den Christen. Nein. Allah sagt zu den Christen, ihr habt ihn weder gekreuzigt, noch getötet, vielmehr, wir haben ihn zu uns empor gehoben. Das heißt, er sagt, als Vorwurf gegen die Christen, dass sie behaupten, nach ihrer Lehre wäre Jesus am Kreuz gestorben, sagt Allah im Koran, ihr habt ihn weder gekreuzigt, noch getötet. Vielmehr ist er zu uns aufgestiegen. Das heißt, er ist aufgestiegen und jemand anderes ist an der Stelle von Jesus dort gekreuzigt worden. Vielleicht muss ich da nochmal richtig gucken. Aber ich bin mir schon fast sicher, dass das so... Nein, ich will jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber ich habe das studiert. Also sehr oft im Unterricht habe ich so etwas auch gelehrt. Ja, gut, ist einfach ein Thema wechseln jetzt. Es gibt da ein ganz gutes Video von Christian Prince, das kann ich dir mal schicken. Du meinst von dem grünen Prince, von dem Sohn des Gründers von Thomas, ja? Nein, nein, Christian Prince, nicht der grüne Prince. Der Christian Prince kenne ich natürlich. Der ist genial. Oh, ich will es auch jetzt kennenlernen. Ich kenne den Sohn von Hamas, den grünen Prince, den grünen Prince. Oh, Lars ist weg. Mensch, ich wollte Lars sprechen lassen gerade und der ist weg. Kommt bitte zurück. Er konnte nicht so lange warten. Oh, werde ich auch gerne kennenlernen. Anna, du hast auch eine Anfrage von David. Anna, kannst du bitte dieses Bild machen, wo man ganz Israel sieht? Anna, du hast das Buch der grüne Prince gelesen? Nochmal? Du hast das Buch der grüne Prince gelesen, Anna? Ich habe den Film geguckt. Den Film? Ich habe das Buch gekauft, aber nicht ganz gelesen, nicht zu Ende. Ich habe den Film geguckt. Also ich habe noch viel von gehört. Ich wusste jetzt nicht, dass es einen Film gibt. Ja, es gibt jetzt einen Film darüber. Das Film mit ganz Israel. Ich habe einen Moment. Man meint wahrscheinlich die Karte, ja? Also ich habe nur gehört, dass ein Film gedreht werden sollte. Ich kannte halt nur das Buch. Ist das zu empfehlen? Ja, definitiv. Der Film ist toll. Also ich meine, ich habe das ganze Buch ja nicht gelesen, aber ich habe angefangen es zu lesen. Dann habe ich gesehen, der Film kommt. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe es mit meinem älteren Sohn angeguckt. Er ist 14. Der Film hat Originalaufnahmen von ihm. Und Merlin schreibt, ich habe auch special Akzent. Also der Film zeigt wahre Begebenheiten. Der Film lässt ihn sprechen. Der Film zeigt, also für Menschen besonders, die gerne einfach nur sich die Zeit sparen möchten, das Buch zu lesen, für den Anfang, den Film würde ich definitiv empfehlen. Ich werde das Buch aber trotzdem noch zu Ende lesen, weil sich das dann ergänzt. Aber der Film ist zu empfehlen. Man fühlt im Film das mit. Und man sieht einfach Bilder. Es ist visuell, es ist audial. Ich denke, das ist für viele Menschen. Also es ist empfehlenswert. Ich würde es wirklich jedem empfehlen. Das ist ein, ich vergesse immer Namen. Vielleicht könnt ihr seinen vollen Namen nennen, Kian oder Abu. Den Namen selber kenne ich nicht. Darf ich noch mal kurz reingrätschen? Ich habe das gefunden, was ich vorhin meinte mit Kian. Ja. Also hier. Da Entbrannte zwischen den Propheten und die jüdischen... Moment, aus der Sicht ist es vorhin... Welcher Koranvers ist das? Und du hast es schon richtig gesagt. Und weil sie sprachen, wir haben Christus, Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Gottes getötet. Aber sie haben ihn nicht getötet und haben ihn auch nicht gekreuzigt. Vielmehr hat Gott ihn zu sich erhoben. Also das war eine Diskussion zwischen Mohammed und den jüdischen Zeitgenossen. Nein, das bezieht sich auf die Christen, nicht auf die Juden. Ja, ich habe das jetzt hier so stehen. Das ist doch eine Karte. Das ist ein Probe von die Christen. Ich habe das mal bei Google eingegeben. Oh, danke, Lena, für die Antwort. Wenn Anna Odessa steht und mich jemand fragt, Anna, woher kommst du? Und dabei sagt, er kommt aus Russland. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am IQ, vielleicht liegt es an Lügen, vielleicht liegt es daran, dass es jetzt spät ist. Aber Anna Odessa, man kann sehr einfach erraten, wo ich herkomme. Besonders wenn man aus Russland kommt, sollte das einfach sein zu erraten. Merlin, danke dir. So, ich nehme jetzt Scar Lars und er kommt sofort dran, damit er nicht verschwindet. Aber Abo, ich empfehle, um kurz zu machen, definitiv den Film zu gucken. Weil man fühlt den ganzen Film mit im Buch, ist es so viel mehr zum Nachdenken und sachlich. Und der Film lässt sich wirklich eintauchen. Und du siehst seinen Weg, du siehst die Folter. Er ist der Sohn vom Anführer, vom Gründer der Hamas. Und er erzählt aus dem Nähkästchen. Und ich glaube, jeder, der das guckt und seine Interviews danach verfolgt, wird definitiv aufhören, das Ganze zu verharmlosen und wird verstehen, wir werden danach einfach viele Menschen hier im Stream haben, viele neue, die jetzt sogar vielleicht noch mit der Hamas irgendwo einverstanden sind, weil sie auf Propaganda reinfallen. Also jeder, der auf Friedenstauben reinfällt, sollte den Film definitiv gucken. Skalars, ich gebe dir sofort das Wort und dann sind wir wieder alle in der Runde. So, das war Suche 4, Vers 110. Ich kenne den Vers, aber ich kenne auch die Exegese dazu. Grande Panze, Skalars ist jetzt dran. Was habe ich nicht deutlich gesagt? Ach so, ich darf nicht nur noch was sagen. Nee, nee, Skalars, entstumm dich bitte und sprich, danke. Nee, alles gut, ich habe nur gerade noch mal geguckt, deswegen gerade bin ich noch mal mit diesem Kian-Account reingegangen. Ob das alles so stimmt mit dem Passwort und mit der E-Mail, stimmt alles, du kommst morgen einfach so rein in der E-Mail, also kein Problem. Super, vielen recht, herzlichen Dank. Wirklich, ich weiß, super. Das ist die Info, es gibt ja, es gab da zwei Zeilen, die ich dir geschrieben habe, Info 1 musst du nehmen, also die E-Mail und dann das Bindestrich, also, und dann halt da das Passwort, was ich dazu gesendet habe, das ist alles so richtig, also keine Zeitshinweise nicht. Info 1 benutzen, okay. Kann ich kurz dich noch was fragen, Skalars? Mhm. Du kennst dich, ich glaube, etwas aus, vielleicht eventuell, Katja, das ist besser geworden. So, für die, ich habe mich jetzt bedroht, bedankt für die Teamgeschenke. Wie läuft es, wenn hier Leute reinkommen, kurz, und uns buggen? Also, ich habe das, wer hat jetzt, Kian, ich wollte ihn nicht annehmen, aber wir stimmen kurz, und dann kommt er schon dran, Dankeschön, Katja, danke. Also, wie kommt es, dass Leute reinkommen und dann unser Stream buggen, dass wir dann einen buggen kommen? Also, es gibt so bestimmte Tools, die man sich im Internet kaufen kann, davon kenne ich mich, also, ich kenne mich damit auch aus. Mhm, also, das heißt, die kaufen, ja? Die investieren Geld an. Also, es gibt so Quotes, so Skripts nennt sich das, ich habe ja mal Informatik gemacht, und zwar sind das solche Skripts, die man sich kauft im Internet, und dann halt fügt man den Namen von dir da ein, und dann lässt man so einen Ton spielen, oder sowas. Damit stören hier einfach generell den Stream, und du kannst dagegen fast nichts machen, aber ich könnte die IP-Adressen von denen rausfinden, also, zum Beispiel, wo die wohnen, und so was, das kann ich rausfinden. Ich kann von bestimmten Leuten zum Beispiel auch rausfinden, wenn ihr mit dem Stress habt, wo die wohnen, was die machen, was die genau, und so was, das kann ich alles rausfinden, also, da bin ich eher so Experte. Vielen Dank, Karl, Lars. Das ist ein heiliger Abend heute bei uns, weil wir werden dich lieben, ehren, und du wirst unser Ehrengalz. Man braucht dafür einfach nur einen IP-Graber, also IP, und dann halt, dann kann ich bei TikTok reingehen, dann ein Profil da reinschmeißen, und dann steht da seine IP, und dann habe ich so ein gewisses Suchfeld, was man machen kann, aber das ist natürlich jetzt nicht so legal, also illegal. Gut, die suchen ja unsere IPs auf demselben Weg. Ja, die sind dafür zu doof. Ja, und dann ist meine Frage, wie kann ich meinen Stream schützen, weil das, was mich am meisten beschäftigt, ist, wie kann ich meinen Stream schützen vor diesen Sachen? Gibt es da gar nichts? Es gibt so bestimmte Tools im Internet, aber da müsste ich mich mal schlau machen, aber ich glaube eher weniger. TikTok ist da echt doof, was das anbetrifft. Das ist eine schlechte Software von TikTok, ja, dass man das einfach... Also TikTok ist sehr, sehr schlecht. Deswegen ist da TikTok so doof, und wenn man zum Beispiel in Ägypten jetzt einen Account hat, dann sperren die einen ja gar nicht und sowas. Deswegen machen das ja auch viele so Leute, die Provokanz im Internet und irgendwas beleidigen, die holen sich dann irgendwo einen Account in China oder in Südkorea, und dann beleidigen die ganze Zeit, und die können nichts machen, die werden nicht gesperrt. Außer du wirst, das wollte ich dir noch sagen, du wirst vielleicht eventuell gesperrt, wenn du Matches machst, Kian, mit den Accounts. Zum Beispiel, du gehst in so ein Match rein, mit so einem Deutschen, und dann verwendet ihr ja Rosen auf deutschem Markt, und dann werdet ihr vielleicht gesperrt, wenn du dann vielleicht beleidigst oder so, aber wenn du dich normal an die Regeln hältst, dann wirst du dich da nicht gesperrt. Wer beleidigt einfach nicht. Genau. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Donnie schreibt zum Beispiel, dass er sich nicht vorstellen kann, dass man rausfinden kann, wo jemand wohnt. Doch, natürlich geht das. Also auf diesem Wege. Geht, ja? Ja, auf jeden Fall. Das geht. Sehr gefährlich in Wirklichkeit. Man sagt mir auch, ich sollte mit einem VPN arbeiten, aber ich habe noch keinen gefunden, auch das, was Kian, du mir gegeben hast, das funktioniert irgendwie bei mir so, dass alles zusammenbricht, wenn ich reingehe in einen Stream. Aber man muss tatsächlich mittlerweile mit VPN arbeiten, und so was. Diese Menschen sind so friedlich, das kann man, Lena schreibt, man kann das umgehen. David fragt, Anna, bist du Judin? Ja. Ja. Ich bin einfach entsetzt darüber. Adgard VPN. Ich werde jetzt gleich das abfotografieren. Ich finde es schrecklich, dass wir so friedliche Menschen haben, dass wir uns quasi verstecken müssen, einfach nur, wenn wir über Israel sprechen, oder wenn wir sagen, wir sind Zynistern oder Juden oder Ex-Muslimer, dass man dann bedroht wird. Ich hoffe. Die sind ja auch schon voll, voll mit denen. Also die fordern ja Gebetsräume und so. Das ist schlimm. Absolut. Das ist nicht akzeptabel. Meistens dumm wie Kacke, ey. Das ist über nix, ey. Man erklärt sich 2000 Mal was. Mein Onkel ist ja halt Professor an der Uni und der erklärt den C-Tausend Mal was. Ey, die kapieren das einfach nicht. Das ist so genial. Ja, es ist halt eben die Intelligenzer, die nach uns nach draußen gekommen ist. Die Elite, die sie zu uns schicken. Apropos Elite, wir haben jetzt Jérôme Juppiteau. Ich erinnere mich noch an Jérôme ein bisschen. Jérôme, guten Abend. Du kannst dich entstummen und ja, mit uns sprechen. Hi. Hi, alles. Hi, hallo alles zusammen. Also, ich will euch was, ich will euch wirklich was sagen, ne. Zur Sache mit Stürzenbergern, da wollte ich mal kurz was sagen. Und zwar, was das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem in Deutschland, es gibt hier keine wirklichen Rechten. Der einzige Recht ist vielleicht Bernd Höcke. Es kann doch nicht sein, ne, dass zum Beispiel viele AfD-Politiker immer betonen, ne, dass sie die LGBTQ, ne, dass die LGBTQ bei denen in Sicherheit ist, obwohl diese Leute mitverantwortlich sind für den Niedergang von Europa. Es kann doch nicht sein, ne, dass man Leute in Schutz nimmt, ne, die hier nur Scheiße bauen. So, erstens das, ne. LGBTQ, ne, das nach meiner Meinung, Leute, es geht gar nicht. Überhaupt nicht. Erstens das, so. Ein richtiger Rechter erwähnt diese Leute nicht. Erstens das. Und zweitens ist, das Problem ist, die Deutschen sind in der Mehrheit vom Verhalten her, ne. Auch viele, die AfD wählen, ne. Also, wenn ich jetzt einen AfD-Typen habe und einen Grünen-Typen habe, die sagen mir nicht, was für eine Partei sie wählt. Aber die fangen an zu reden, ne. Ich weiß nicht, wer von den beiden Grün wählt oder AfD wählt. Weil, ähm, das Verhalten, das ist zu zurückhaltend, das ist zu schwach, ne. Und so, so, so wird das nichts. Die müssen gewaltbereit werden. Die müssen das langsam lernen, die Deutschen. Ansonsten wird's, wird's nichts. Ja, zumindest muss ich... Danke schön. Ich hab dich übrigens mit jemandem verwechselt. Also, entschuldige, bitte. Achso, ja. Also, ganz klar auf die Straße gehen, ne. Ein, endlich, wie Männer sich verhalten und sich nicht ganz weit verstecken und so weiter und sich erklären müssen. Genau. Das ist doch das Schwachsinnig, so ein Verhalten. Und, also, die Menschen, die wird ja nicht umsonst mit der Tierwelt verglichen, ne. Also, Gewalt gehört dazu. Und wenn man alles angegriffen wird von den Linken, heute gab's eine Warnwache in Mannheim. Da wurden ja Leute angegriffen von den Linken, ne. Ja, haben wir gesehen, ja. Und die wenden die ganze Zeit Gewalt an, ne. Es wird Zeit für eine Gegenreaktion. Das ist meine Meinung. Ansonsten ist Game Over. Ja. Vielen Dank, Asad. Und vielen Dank, Jérôme. Grande Panzer, kann ich dich bitten und Xeia, dass ihr beide runtergeht, weil ich möchte zwei neue Personen hochnehmen. Meinst du mich? Grande Panzer und Xeia. Ja, okay, Mokulis. Dann noch mal ganz kurz zu Kian. Also, dass er vielleicht noch mal, ich das noch mal irgendwie, also noch mal vorliest, da diese Suche, was ich gerade angesprochen hatte mit dem, mit dem Töten des Gesandten Gottes, wer das waren, die Juden, oder das waren nämlich die Juden, also so, wie das so behauptet im Koran. Ja, im Koran steht das ja nicht. Das steht ja in der Exegese. Und die Exegese wirft das nicht den Juden vor, sondern den Christen. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Aber ist egal. Okay, schöne. Ja, rechtlichen Dank, mein Lieber. Ciao. Vielen Dank, sehr auch an dich. Vielen Dank und Grande Panzer. Ich nehme euch gerne wieder hoch. Oh, Katjara, vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Nur, dass wir nicht so viele oben sind auf einmal. Anna, entschuldige bitte ganz kurz. Ich muss gleich auch vielleicht nur eine Sache sagen, bitte. Ja. Macht alle Kampfsport. Ganz wichtig. Kampfsport. Organisiert euch. Geht mit fünf Mann raus, mit zehn Mann raus. Zeigt Präsenz auf der Straße. Und dann ändert sich hier das ganz alles ganz schnell. Jerome, träum weiter. Also, wir möchten gerne gewaltfrei leben, aber Selbstverteidigungskurse vielleicht. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass wir in einer Welt leben, wenn wir schon uns einfach auf der Straße prügeln. Nein, es geht um Verteidigung. Aber Jerome will das ja. Nein, es geht um Selbstverteidigung. Leute, seid keine Fotzen, glaubt mir. Seid keine Fotzen. Solche Worte darf man im Stream nicht sagen. Bitte, das ist mein Stream. Und ich lege Wert auf meinen Stream. Bitte solche Worte nicht. Da hat man seine Kuh gesehen. Also, SBB, du bist gleich da. Ich gebe das Wort zuerst Asad und danach bist du auch sofort dran. Euch können einfach nur die Teilnehmer antworten. Ich werde versuchen, mich zusammenzureißen und nicht zu antworten. Und erst mal die anderen sprechen lassen hier. Asad, du kannst dich bitte entstummen. Und ja, wir hören gerne deine Meinung zum Thema. Hallo, guten Tag, guten Abend, meine Lieben. Guten Abend. Und zwar, ich... Asad, mein Name. Und zwar seit langem habe ich gesagt, ich schweige. Aber irgendwann hat der Mensch die Fresse voll, sage ich mal. Wir haben ja davor gesagt, dass wir gewaltfrei in Deutschland leben. Aber das ist leider meiner Meinung nach nicht mehr möglich durch diesen politischen Islam, durch diesen Hass. Zum Beispiel, ich habe Angst, wenn ich in einer Schule, in einem Freundschaftkreis, dass ich mich auf die israelische Seite positioniere, weil ich muss mit meinem Tod vielleicht rechnen, im schlimmsten Fall mit einer Verletzung oder mit einer Beleidigung. Bist du Kurde? Ich bin Kurde und die Siedel. Oh, ah, okay, alles klar. Vielen Dank. Kian, ich mag einfach deine... Ich gucke deine Videos wirklich. Also, ich bin einer, ich bin einer deiner Fan. Vielen Dank, Asad. Das ist ja nett von dir. Ja, also, was mir im Herzen liegt, ist, dass wir alle Menschen, dass wir uns in einer Hand haben, weil ich sehe meine Meinung, unsere Zukunft sieht leider sehr schlecht aus. Unsere Kinder, unsere Zukunft, weil diese Islamisierung ist nicht nur gefährlich für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Die Menschen werden praktisch, was wir im 17. Oktober gesehen haben, das ist eine katastrophale Lage für die ganze Welt. Die Menschen werden ermordet, auf den Märkten verkauft und das sehen wir tagtäglich und wir sagen zwar, dass hier Demokratie ist, aber ich finde Deutschland zu demokratisch, weil diese Menschen werden einfach akzeptiert auf der Straße. Die Menschen, die 2014 einen Volkermord an den Jesiden gerichtet haben, leben Hunderte auf der Straße von heute in Deutschland. Das ist akzeptabel. Sie sind unter uns. Sie sind unter uns. Täter und Opfer. Ich habe manchmal Angst, in den Bahnhof zu gehen. Ich weiß nicht, wer der Terrorist ist, dass jemand einfach angreift, was in Mannheim passiert ist. Leider gab es. Ja. Also ich fühle mich, ich fühle mich. Ich bin auch ein Ausländer und ich liebe Deutschland und ich halte mich an das Grundgesetz. Aber das Ding ist, dass es in der ganzen Welt, also Islam ist für die ganze Welt gefährlich, auch in meinem Heimatland. Ja. Also wir haben mit Islam zu kämpfen, überall, in der ganzen Welt. Ich bin auch Kurde. Ja, dann sind wir schon drei. Ja, ich bin Moslem. Sind wir schon vier. Also genau, wir sind vier. Und wir haben drei Kurden hier oben, die auf den Islam pfeifen. Ja, und das nicht ohne Grund. Ich will mich für meine Sache entschuldigen. Ich will niemals in meinem Leben sagen, ich würde auf irgendwas pfeifen, was von dem anderen mir gegenüber eine Religion ist. Das ist total respektlos. Also, darf ich was sagen? Ich will niemals sagen, ich pfeife auf den Jesidentum. Ach, guck mal, wenn das Jesidentum eine gefährliche und toxische Religion wäre, würde ich auch den Mund aufmachen gegen das Jesidentum. Aber das Problem ist, es gibt keinen Jesiden, der mit einem Sprengstoffgürtel oder mit einem Messer rumrennt und irgendwie schreit im Namen von Jesidi, im Namen von diesen Engeln, im Namen von das und das und dann fängt er an, die Menschen zu sagen. Guck mal, meine Lieben, es geht hier nicht um Islam. Also echt? Es geht hier nicht um Islam, um friedlichen Islam. Wir reden hier um eine politische, ideologische Radikalisierung. Der Islam, also Assad, ich wollte dich nur ein bisschen korrigieren, weil ich verstehe natürlich dein Bedürfnis, du möchtest dem Islam irgendwie einen gewissen Respekt entgegenbringen. Lass mal dieser politische Islam einfach weg, Assad. Es gibt keinen politischen Islam. Der Islam ist per se politisch. Mohammed war nicht nur ein Prophet, er war auch oberster Feldherr. Er war auch oberster Stadthalter. Er war auch oberster Richter. Und er hat einen Staat gemacht, er hat Steuern erhoben, er hat eine Armee aufgestellt, er hat Diplomaten entsandt, er hat Gesetze gemacht und so weiter und so fort. Er wechselt mit Herr der Ringe. Bitte? Was bist du denn? Warst du Ex-Muslim oder woher hast du dieses bescheuerte Zionistenwissen? Ach so, du meinst also, dass der Prophet war nicht, der war kein oberster Staatsführer, der war nicht der Führer von Mekka. Er hat keine Armee aufgestellt, keine Botschaft von Abassinien geschickt, nach Byzanz und Rom? Nee, keine Ahnung, kennst du mich auch. Genau, keine Ahnung. Das ist Strohdof. Einfach nur irgendwas labern. Weil du Strohdof bist, weißt du natürlich nicht, von was ich rede. Und weil du meine Antworten nicht kennst, weil du da nicht recherchiert hast, dann tust du so, als wäre das, was ich sage, falsch. Und das ist ein großer Fehler von dir. Du musst zuhören und lernen. Komm nicht und rede nicht, wenn du nicht weißt. Ja, ein großer Fehler von vielen Menschen ist, dass sie einfach ihre Schnauze aufmachen, aber nicht wissen. Ja, so ein Vollidioten-Machie-Schnauze aufmachen. Genau, alles klar. Kannst du gerne machen. Jetzt hörst du nur zu. Jetzt lernst du. Jetzt lernst du, kleiner Junge. Wissen Sie? Azad, eine Sekunde. Ich mache eine Durchsage an SBW. Guck mal, SBW, wenn du reinkommst und du hast keine Argumentation und du lässt andere Menschen aber nicht aussprechen, Azad hast du unterbrochen, mich vorhin, Kian die ganze Zeit. Lass die Leute aussprechen. Ja, aber Azad, ich wusste nicht das recht. Welche unterbrichst du mich wieder? Jetzt spricht Kian, Azad und SBW unterbrechen ihn nicht. Aber ich darf doch jetzt auch etwas sagen. Und dann SBW, wenn Kian fertig ist, darfst du gerne etwas sagen, aber du musst das sagen, was man dich fragt oder worüber man mit dir spricht und nicht unterbrechen. Dann geht's. Dankeschön. Kian spricht jetzt. Danach kann SBW antworten, danach ist Azad wieder dran. Zwischendurch dürfen auch Black Eagle und Abo sprechen. Welche Frage hast du SBW und hör auf, mich zu unterbrechen? Das ist zum Kotzen. Ich weiß nicht, aus welcher Gosse du kommst. Aber wo spricht man so? Wo verhält man sich so? Ich spreche. Ich bin eine Frau. Du bist bei mir zu Gast. Und du unterbrichst mich. So friedlich bist du. Bringst du wirklich diese Kultur hier rein? Bist du eine Fachkraft? Schon wieder ein Goldstück? Das Einzige, worum ich gebeten habe, ist, Kian spricht jetzt und du unterbrichst mich. Du unterbrichst sogar mich. Wenn du noch einmal unterbrichst mich oder Kian oder Azad oder Abo oder Black Eagle, noch einmal, dann musst du uns verlassen, weil wir sprechen nur mit Menschen, die zivilisiert sind und zivilisierte Gesprächskultur haben. Wer keine zivilisierte Kultur mit sich bringt, kann nicht bei uns oben bleiben. Ja, wir versuchen einfach nur ein Gespräch aufzubauen. Und wenn du das nicht kannst, dann tschüss. Ja, Herr der Ringe, nichts, gar nichts. Junge, du bist ein kleiner Milchbubi. Als du geboren worden bist, habe ich die erste Moschee schon gegründet. Und diese Versuche, hinterher zu sagen, oh, die haben mich gestummt, die haben mich rausgeschmissen. Eure Rumgeheule interessiert nicht. Ich gebe zehn Versuche euch, den Mund zu halten, andere aussprechen zu lassen. Und dann erst, wenn das gar nicht geht, schmeiße ich runter. Ich habe lediglich nur meine Regeln aufgesagt. Und das hat dieser Mann tatsächlich gebrochen, noch während ich gesprochen habe. Du kannst, wenn du eine Anfrage stellst, noch einmal hoch, ich gebe dir einen Vertrauenskredit, dass, wenn du noch einmal hochkommst, dass du es kapiert hast, wie man sich benimmt. Jetzt spricht Kian, dann Azat, Abu und Black Eagle können natürlich mit sprechen. Skalars, ich nehme dich auch gleich hoch, aber lass bitte jetzt erst mal Reihenfolge. Ja, und wir haben hier natürlich eine Jasmin. Wir haben eine Jasmin hier oben. Und Jasmin ist, sie hat das in Arabisch geschrieben, und sie ist eine große Expertin in Sachen Islam. Und ich habe keine Ahnung. Jasmin, ich habe dich eingeladen, und ich lade dich noch einmal ein. Komm hoch und zeige uns, was du uns sagen möchtest. Feel free. Danke, Lisa. Das reicht. Also gut. Moderiere weiter gerne. Okay, dann spricht jetzt Azat. Und wenn danach Abu und Black Eagle nichts sagen möchten, dann Skalars. Ansonsten einer von denen und dann Skalars. Azat, du kannst dich entstummen und jetzt sprechen. Danke. Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, dass ich retten darf. Und zwar, ich möchte Kian was gerne von Herzen sagen. Wisst ihr, was das Problem bei den Muslimen ist? Dass sie selber nicht wissen, was deren Religion ist. Dass sie sich mit der Religion gar nicht beschäftigen. Und genau das ist der Punkt. Das ist eine, finde ich, eine sehr gefährliche Nummer. Die werden manipuliert, die werden radikalisiert durch Menschen. die den Islam studiert haben und diejenigen, die gar kein Wissen haben, die werden von heute auf. Weil man muss sich ja vorstellen, wie kann ein Mensch in der Lage sein, sich bombardieren, einen Messangriff durchführen. Das muss man sich im Klaren sein. Ja. Wir müssen im Klaren sein, was für ein gefährliches Land also unsere Zukunft. Also ich traue mich nicht, eine Familie zu gründen. Also ich habe Angst selber, also hätte ich jetzt keine Familie und also hätte ich jetzt keine Eltern und Brüder, wäre ich jeden Tag auf die Straße gegangen, genau wie Michael Stützenberger, wie Erfam Pezio und genau alle anderen. Also ich unterstütze auch solche Gruppen. Aber auf eine Islamisierung habe ich echt Angst, muss ich sagen. Also das ist ganz gefährlich. Ich verstehe das, ich spiele jeden Tag mit meinem Leben. Jeden Tag. Im Gegensatz zu dir hat ein Marokkaner meine Adresse gelegt und ich habe Besuch bekommen am 30. Dezember. Und ich habe am 28. April Besuch bekommen. Und man hat Flugblätter in der ganzen Gegend verteilt, hat dann Autos gehängt von mir mit meinem Gesicht drauf, mit Informationen und so weiter. Sogar mit einem Code auf dem Flyer, wo es zu einem YouTube-Channel ging, wo man Sachen von mir veröffentlicht hat. Ich lebe gefährlich. Und das sind nicht, ich werde nicht bedroht von Jesidis. Ich werde nicht bedroht von Christen oder Juden oder von Deutschen oder sonst irgendjemandem. Die einzigen, die mich bedrohen, sind die Muslime. Und das alles, weil ich ihre Religion in Frage stelle. Und ich will diese Brut, diese religiöse Brut, ich möchte sie raushaben aus Deutschland. Ich will sie raushaben aus Europa. Und dafür kämpfe ich bis zum letzten Atemzug, dass ich eines Tages sehe, wie die Züge und wie die Flugzeuge abheben und die voll sind mit diesen religiösen Freaks. Das ist der Tag, für den ich arbeite. Ja, weil nicht nur in Deutschland haben wir das Problem, auch in meinem Heimatland. Also meine Religion muss ständig Angst haben, dass sie bombardiert werden. Natürlich. Hast du schon vergessen, was man deinem Volk angetan hat? Mir ist das Herz gebrochen, als ich die Sklavenmärkte von Kirch und Mosul gesehen habe, wie kurdische Frauen in Käfige auf Autos von dieser dreckigen IS, von dieser dreckigen Dschihadis, durch die Straßen von Kirkuk und Mosul gefahren wurden. Und dann wurden sie auf den Märkten angeboten an fremde, dreckige, ungewaschene Dschihadis. Ja, und wurden verkauft. Manchmal für den Wert einer Pistole. Manchmal wurde ein kurdisches, jesidisches Mädchen für 200 Dollar verkauft. Manchmal waren fettgefressene Saudis oder Kataris oder Golfstaaten ... Nach Gaza wurde sie auch verkauft. Ja, und haben sie die eingekauft. Die Saudis und die Golfstaaten Araber, die fahren in die Flüchtlingslager von Syrien an der Grenze zur Türkei und suchen sich die schönsten Mädchen daraus und verkaufen sie. Und dann tauchen diese Mädchen auf WhatsApp-Apps auf, wo sie dann in einer Galerie vorgestellt werden. Und dann werden sie verschrabbelt. Also ich kenne viele meiner Freunde, also die kommen aus, die waren in Gewandenschaft, ich kenne zwei, drei Stück, also die haben vor ihren Augen gesehen, dass ihre Schwester verkauft wird, ihrem Vater geköpft wird und deren Bruder wurde in den Rücken geschossen. Ich habe das, ich habe das, ich habe das in mehreren Videos gesehen, wie sie jesidische Frauen versklavt haben und die Brüder und die Männer und die Brüder. Was in Israel passiert ist, ist genau, das ist uns, also 7. Oktober und 3. August 2014, das ist für mich ein gleicher Datum, was in Irak passiert ist, das ist 7. Oktober. Genau. Also es gibt nichts, was Hamas gemacht hat, was ISIS nicht gemacht hat. Das ist genau so, also noch schlimmer sogar. Das ist, ich finde, ich finde, 7. Oktober, das ist nicht nur 7. Oktober, das ist der zweite Holocaust, meiner Meinung. Absolut, absolut. Und wir verstehen das, weißt du, wir verstehen das. Alle Leute, die nicht Muslime sind, verstehen das, weil wir alle unter Islam leiden. Christen, Juden, Yazidis, Drusen, Aleviten, Schiiten, jeder leidet unter, unter diese sunnitische Sekte. Jeder. Kier, weißt du, was mir einmal, das Schlimmste, was mir passiert ist, ich habe in, ich mache, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich habe in meinem Politikunterricht einfach meine Meinung über Islam gesagt. Ja. Ich würde von einem Mitschüler, der hat mir gesagt, ich werde den Kopf abschneiden. Wahnsinn. Ich habe, ich habe tagtäglich Angst, dass diese Menschen mir entgegenkommen. Ja. Sag ich euch ehrlich? Deswegen, die sagen auch zu jüdischen Kindern in der Grundschule in der zweiten Klasse, wenn ich groß bin, tötig deine Eltern. Ich habe, ich habe eine jüdische Freund, ich habe einen jüdischen Freund, der hat Angst, der hat Angst gehabt, drei Wochen zur Schule gehen. Leute, wo leben wir denn? Leben wir in Afghanistan oder in einer Demokratie? SBB, ich lasse dich gleich hoch. Also Dankeschön, wenn Black Eagle nichts mehr sagen möchte. Jemand ist rausgegangen, ich habe schon vergessen, wer. Ich möchte mein letztes Wort einmal sagen. und dann nehme ich SBB wieder hoch. Ich möchte euch mein letztes Wort sagen, weil ich muss morgen arbeiten gehen und ich danke, ich danke für die Gelegenheit. Kian, liebe Grüße von mir und ich wünsche euch viel Frieden, zusammenleben und viel Liebe. Vielen Dank, ihr auch und ich wünsche dir auch eine Familie. Danke auch, tschüss. Das ist ein guter. Vielen Dank, Asad. Ich will nicht nur eins, sagen, diese Kurde, diese SBB, der hat doch gesagt, der ist ein Kurde, oder? Ach, der ist asozial, der ist doch kein Grund. Die haben unseren Brüdern, schau mal, was die alles angetan haben und der kommt hier mit Zionisten und schmarrig daher. Manche Kurden sind auch am schlafen, das verstehe ich nicht. Ja, ich habe selber gesehen im Syrien-Irak-Krieg, wie sich eine kurdische IS durchgesetzt hat und diese kurdische IS waren nur, die haben nur in Kurdisch gesprochen und sie standen dort mit dem Stinkefinger nach oben und sie haben gesagt, wir schwören, dass wir unsere eigenen Landsleute abschlachten, wenn sie sich gegen Islam stellen. Kurden, die Kurden in Syrien und Irak gejagt haben, besonders unsere jesidischen Schwestern. Das waren Kurden, das waren Kurden von dem IS. Ja, die Kurden, die Kurden, die Kurden, die Kurden, die Kurden, ja, hi, erst mal, Shalom. Die muslimischen Kurden, gerade in Kurdistan, sind für die, für die Yisinen im Shingal noch schlimmer als für die Araber. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich traue keinem Kurden mehr fast über den Weg. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Und hinzu muss ich jetzt auch noch dazu sagen, dass ich habe jetzt da, ich könnte jetzt viel sagen, aber ich war ja schon selber in Kurdistan und auch im Shingal, wegen damals schon, 2005, und habe da Sachen gesehen, aber das ist jetzt, tut es auch nicht so sagen. Der Punkt, was ich jetzt noch sagen wollte, ist hier, also wir haben ja das Problem in Mannheim gehabt und ich wollte nur Bescheid sagen, dass viele Leute werden jetzt eventuell auch allgemein pauschilieren, die Leute, die zum Beispiel einen Bart haben, dass sie uns auch zurückhalten, weil viele Leute scheinen, haben halt einen Bart und schauen aus wie diese Leute. Und was ich versuche zu sagen, ist, dass wir vielleicht auch ein bisschen darauf achten müssen, dass nicht jeder, der ein Bart trägt oder so in die Richtung geht, dass wir die gleich pauschalieren auch. Nein, nein, das ist die Idee, ich habe das auch gesagt, es sind mögliche Erkennungsmuster, aber es ist selbstverständlich so, dass wir bloß uns nicht hinreißen lassen sollen, die Leute so zu markieren. Ja, ja, ich sage nur, aber das ist meine Gefühltung. Ich sage nur einen Bart. Ja, nein, Kian, aber das ist meine Befürchtung. Du weißt, dass es ziemliche Mode ist, ja, und wir haben nun mal Leute, die aus Griechenland kommen, die aus Italien kommen und ein bisschen dunklere Haare haben, nicht unbedingt die Haut, und die haben nun mal solche Bärte, verstehst du das nicht mal? Deswegen stimme ich dir zu, guck mal, deswegen stimme ich dir zu, ich bin voll auf deiner Seite. Wir haben die Pflicht, jeden einzelnen Menschen individuell zu begegnen. Wir können nicht die Leute über einen Kampf ziehen. Deswegen hatte ich ja auch damals auch ein Angebot gemacht, habe gesagt, damit könnt ihr herausfinden, wie Muslime zu uns stehen. Und da habe ich einen Fragekatalog aufgebaut. Und wenn der Fragekatalog beantwortet wird, mach mal, und dann kann ja unser Koranexperte SBB, kann ja dann darauf antworten. Kian, wenn der Verfassungsschutz seine Arbeit richtig machen würde, oder der Staatsschutz, die werden gleich bekannt. Absolut. Absolut. Hier ist der erste Teil. Genau. Hier, ein Islam-Test für SBB. Kian, Kian, ich wollte noch was sagen. Ja, gerne, Shadow. Ich wollte noch was sagen. Ich habe noch eine Frage gehabt. Asgott, nein, SBB, du kannst es in Kian, kannst du in Stummen, SBB, du kannst es immer noch. SBB, du kommst gleich ran. Du kannst gleich alles sagen, was du willst. Warte mal. Was ich noch sagen wollte ist, du hast, die Aussage fand ich herrlich. Also das hat echt meinen Abend gemacht, oder meine Nacht, wo du gesagt hast, du willst die Leute loswerden und du würdest alles dafür tun, dass die Leute rausschaufiert werden aus Europa. Absolut. Genau, ich verstehe das und ich finde das auch gut. Aber der Punkt ist, wie sollte sowas gehen? Das ist die Frage. Ich frage mich. Sehr einfach. Wir haben Martin Sellner. Martin Sellner hat ein Buch geschrieben, das heißt Remigration, ein Vorschlag und er erwähnt, dass das ein langes Projekt ist, aber Leute, die man hier reinbekommen hat, die kriegt man auch wieder raus. Aber wir reden ja, aber wir reden jetzt zum Beispiel die Kolonisierung von ganzem französischen. Frankreich hat viel Scheiße mit Kolonisierung. Schau dir mal Belgien an. Ich war mal vor kurzem auch in Belgien. Ich war in London. Junge, ich habe gedacht, ich verreckt dort. Ja, aber sie können das auch machen. Die können denen in deren Ländern helfen. Also ganz einfach. Schau mal. Das ist ganz einfach. Man hat immer die Staatsbürgerschaftsgesetze. Man bürgert niemanden mehr ein. Wer kein deutscher, belgischer und englischer Staatsbürger ist, den kann man auch wieder nach Hause schicken, weil nur Staatsbürger des jeweiligen Landes genießen die vollen Rechte und Pflichten. So, wenn wir, wir haben mindestens zwei Millionen Flüchtlinge, die wir nach Hause schicken können. Und wir haben die Syrer, wir haben die Iraker, wir haben die Afrika. Ja, aber stopp. Aber unter diesen Leuten sind viele Christen und auch Jesiden. Die können wir nicht zurückführen. Wie müssen wir? Wir müssen unterscheiden zwischen Menschen, die vor dem Islam geflohen sind oder die den Islam in ihrem Rucksack mitgebracht haben. Okay. Wenn es den Verfassungsschutz und der Staatsschutz richtig arbeiten, dann wird es funktionieren. Das ist ein erzieltelanges Projekt. Das kriegst du nicht von mir aus. Und wenn Juristen richtig arbeiten. Ja. Juristen müssen auch mal arbeiten und die Politik muss auch arbeiten. Die müssen nämlich an die ganzen Behörden beziehungsweise an Institutionen wie Polizei und Zoll auch die Instrumente geben, damit sie handeln können. Weil wir haben das im Moment nicht. Wir haben viele Gesetze, die nicht funktionieren. Ja, gut. Und dann weitergehen. Entschuldigung, Anna. Was ist mit deutschem Muslim? Sorry. Ja, die schenken wir euch. Die können ja alle mit euch. Wir geben den Bürgergeld, wir schicken den Bürgergeld jeden Monat nach Sharia. Die sind die Schlimmsten. Genau. Und weiter. Und sorry, ich will das jetzt auch nicht zu lange ausbreiten, aber ich fand ja halt diese Ideologie ziemlich gut. Also das ist eigentlich nur die, das ist eigentlich die Lösung. Ich würde wünschen, dass wir in den USA auch so. Also da würden die auch mal aufreiten. In den USA kommt demnächst entweder Trump oder einer seiner Verwandten, sein Schwiegersohn. Und bei euch läuft es richtig rund. Ja, bei uns läuft es richtig rund. Ich will gar nicht zurück in den USA. Momentan wird... Es wird aber richtig konservativ in den USA werden. Ja, also, ja, schauen wir mal. Ich war letzte, bis letzte Woche war ich noch in Israel und es war so richtig geil. Du läufst in Tel Aviv, in manchen Gegenden in Israel, das siehst du nicht mal einen Moslem. Ich gehe in eine Großstadt hier in Deutschland, ich sehe so viele Moslem in einem Tag, das sehe ich in Israel vielleicht nicht mal in einem Monat in den USA. Herrlich. Herrlich. Das war herrlich. Ich sag dir das. Herrlich. Das war richtig geil, weißt du? Halt die Fresse da oben. Du wirst auch nichts machen können. Halt die Fresse da oben. Du solltest dich schämen als Kurde, Mann. Du solltest dich schämen als Kurde, den Islam so zu chauffieren. Aber weitergehen. Ich wollte, jetzt will ich auch nicht auf dieses Niveau gehen. Und wie heißt dieser Buch-Autor, wie du gesagt hast? Das ist Martin Sellner. Und Martin Sellner ist Europas größter Remigrations-Advokat. Er hat ein Buch geschrieben, was man bei Amazon für 17 Euro bekommen kann. Und es heißt Remigration, ein Vorschlag. Okay. Und dort beschreibt er, wie man die ganzen Millionen von Menschen aus dem Land, aus Europa wieder zurückschicken kann. Junge träumen weiter. Warte mal ab, mein Freund. Für dich wird es sehr eng. Niemals. SBB, du musst erst mal weiter warten. Du hast gleich ein Interview mit sechs Fragen, glaube ich, was du beantworten kannst. Nein, ich wollte noch etwas ganz anderes sagen. Ja, aber das jetzt interessiert nicht. Jetzt ist die Frau erst mal dran. Jüdische Frauen haben echt Power. Das gefällt mir echt gut. Na ja gut, ich finde das eine gute Sache, wie du sagst. Du, halt die Fresse da oben nochmal. Ich kenne da nichts. Also hey, ich würde die Ohren... Wenn ich meine... Nein, wenn ich meine Hand... Wenn ich meine Hand durch den Display... Wenn ich meine Hand durch das... Ja, was ist meine Hand... Ich steck deine Hand rein. Jesus, das ist wirklich horrormäßig. Entschuldige bitte, ich habe dich aus Versehen gedrückt. Nein, nein, ist alles gut. Alles entschuldige bitte. Und nochmal, ich finde, Kian, ich finde das gut. Du hast echt meinen Tag gemacht. You made my night. Basically, deine Aussage. Genau, also wie schon gesagt, ich war in Israel vor kurzem bei meinen Kindern und bei meinen Verwandten. Und ich habe gesagt, ich war in der besten Gegenden, wo ich keinen Moslem gesehen habe. Keinen Moslem. Tagelang. Das war für mich... Ich habe dich jetzt abonniert. Ja. Ne, ich habe drei Accounts. Moment, ich habe drei Accounts, weil ich habe... Ich muss rumswitchen. Aber wie schon gesagt, Leute, ich hoffe, dass wir diese Pauschalierung nicht machen, weil es wird... Das war einfach so... Ich habe einfach nur die Befürchtung, dass die falschen Leute... Genau, weil nochmal, die Männer haben so einen bestimmten Stolz, ja, gerade aus Italien, die Griechen, die sagen so, ja, wenn wir keinen Bart tragen, dann schauen wir so jünger aus und so. Das ist so eine männliche Sache. Und da habe ich einfach diese Befürchtung, dass diese Pauschalierung kommt. Ja, ja, du, der Rade ist, der auch... Ich bin total auf deiner Seite. Und wie gesagt, es lässt sich sehr schnell unterscheiden. Die Männer aus Portugal, Spanien, Italien, die benehmen sich wie zivilisierte Menschen. Und sobald das Richtung Orient geht, dann sehen wir doch sofort, wie sich die Leute verhalten. Man sieht das. Es ist überhaupt kein Problem. Ich komme aus diesem Kulturkreis. Ich teile leider die gleiche Kultur wie SBB. Und ich bin leider in diesem Klima groß geworden. Und ich weiß, ich mag meine Landsleute überhaupt nicht. Ich mag keine Kurden. Ja, gut, das ist eine andere Thematik. Aber die haben einen ziemlichen Dickschädel auch. Ja, die sind auch wild. Wir sind eine Welt. Ja, ich weiß. Ja, ihr habt ein eigenes Problem, sonst würde es schon längst Gutes lang geben. Aber nochmal vielen Dank, Kian. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht zusammen. Danke. Und eine gute Nacht. Und kommen auf und zu vorbei. Ja, ja, gerne. Ich sage halt immer, ich bin ja selber Jüdin und ich habe israelische Wurzeln und amerikanische auch. Aber ich finde, Anna macht das ziemlich geordnet. Ja, ich bin da ein bisschen mehr so Freestyle-mäßig. Ich finde, ich höre mir das nicht. Nee, weil die Anna, die macht das ziemlich gut. Die informiert die Sache. Die macht das klar. Die macht das sachlich. Und da schalte ich mich halt ungern ein. Ich würde es fassen, bitte. Jetzt bist du, warte mal. Ja, bitte, Shadow, bitte. Genau. Und ich finde, dass sie das richtig gut macht. Und deswegen halte ich mich da immer so ein bisschen zurück. Ich könnte den ganzen Tag noch irgendwas dazu adden. Aber sie macht das strukturierter und hat da so ein, weißt du, so, ja. Sie hat ein System. Ja, genau. Und das finde ich gut. Und deswegen schalte ich mich da ganz selten eigentlich ein. Weil ich ein bisschen so Freestyle bin. Und das würde hier nicht reinpassen. Aber trotzdem, vielen Dank. Du passt sehr, sehr gut rein. Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, es ist sehr gut. Toff. Passiva. Genau. Pass nach oben, Kian. Und dann sage ich mal, du halt die Fresse nach oben. Sonst kriege ich echt noch die Fresse nach Damm. Ich kenne da nichts. Nee, also was denn? Ich bin du machst du nicht so unhöflich. Ist alles okay. Ist alles okay. Ich sage immer mit Wölfen auf Wölfe. SBB hat ja gleich sein Interview. Wir werden ihm gleich Fragen stellen. Und Asad. Berge ist hier. Und macht's gut, gell? Ich wünsche euch allen alles Gute. Und eine gute Woche. Vielen Dank. Und komm ab und zu mal. Wir machen ab 21.30 Uhr unseren Livestream jeden Tag. Herzlich willkommen, okay? Okay, passt auf euch auf. Also ich kriege auch jeden Tag Morddrohungen im Übrigen. Ich kriege jeden Tag Morddrohungen. Also sehr okay. Ich auch. Ja, okay. Danke für die Unterstützung. Und danke allen, die uns unterstützen. SBB, du bist ungeduldig. Das ist euer Problem. Ihr könnt nicht lernen. Gehirn. Ja, du kannst mit meiner Männlichkeit. Gehirn? Guck mal. Gehirn. Deine Männlichkeit. Wo ist denn da Binnen? Männlichkeit. Du bist in Würde Männlichkeit. Die da zwischen deine Beine wachsen. Hört doch auf mit dem Quatsch. Männlichkeit, alter, halt die Pappen, halt die Fresse. Männlichkeit ist in erster Linie. Männlichkeit zeigt sich in einem guten Charakter, mein Freund. In Stabilität und nicht in großer Fresse. Das ist keine Männlichkeit. Also ich kann nicht kurz erklären, was Männlichkeit bedeutet für dich. Männlichkeit bedeutet Belegenheit. Du bist aber unterlegen und deswegen verhältst du dich wie ein Huhn. Du bist ein Huhn, das andauernd guckert will. Aber Männlichkeit ist Überlegenheit und du bist schwach. Ein Mann ist stark, intellektuell. Er ist reich, er ist gebildet. Er ist in der Lage aufzuhalten. Er ist sogar so stark, dass der eine Frau sogar gewinnen lässt, weil er sowieso gewinnt. Aber du bist ein Loser. Du bist ein Versager. Jetzt haben wir als Kurde keinen Respekt beigebracht. So eine Spanne, bei uns ist Respekt sehr groß. Was ist das für eine Art, Alter? Was habe ich verpasst? Okay, tschüss. Ich kann es. Ja, tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ihnen hat er irgendwas Witziges gesagt? Nein, diese Aktion. Dieses Stummelweg. Ja, er ist wie ein Huhn. Danke, dann. Du kriegst doch gleich dein Haust. Ein Huhn, wirklich. Ich weiß nicht, warum du nicht warten kannst, drei Minuten. Verstehe ich nicht. Und das ist nicht männlich, SBB. Ja, ich habe keinen Bock, die Glatzkopf ganz dazu zuzuhören bei deinem Scheißgelaber. Und Shadow aufzuhören. Du bist da, dann bist du auch so dumm. Ich habe alle so Angst vor Muslimen. Nein, ich habe Angst vor Muslimen. Ich hatte nur eine Frage an Azad, welche Farbe er in Tange hat. Ah, SBB. Das ist also die Qualität, die wir reingehen müssen. Okay, hau den runter. Die Geschichten noch. Nee, du Arschloch. Ich habe so Angst, wenn ich eigentliche... Dann lass uns ihn blamieren lassen. Das ist ja der... Das ist ADHS. Du solltest zu schämen. Azad, Azad, warte mal. Ich war in Schule. Hühnchen, genau. Azad, Azad, warte mal. Anna, 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 diesen Hund. Nein, 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 stumm den mal. Du Hund. Nein, shut the fuck up, du Hund. Junge, noch jemanden zu beleidigen, der aus dem Schingal kommt oder die Siede ist. Mach den auch noch. Halt den Mund, du Hund, echt. Noch die Sieden zu beleidigen in Deutschland. Du, ich könnte, ich würde die, ich würde dich echt platt machen, wenn ich könnte. Der soll dich schämen. Du kannst mal einfach... Der sollte sich schämen. Ja, ja, ich sage, man weiß. Ich bin... Also, ich persönlich... Ich verziehe keinen kurdischen Staat. Ich weiß, ich weiß. Ich kenne eure Geschichte, ich weiß es. Ich bin auch froh, dass keine kurdische Stadt gewählt. Das wäre, das wäre, das wäre, das ist... Also, mir fehlen einfach die Wörter wegen solchen Menschen. Das sind diejenigen, die Hamas und IS unterstützen. Das ist unverschämt, diese Menschen, die... Die, die, die Umbringung solcher... Also, die Menschen wurden umgebracht, wurden geköpft, verbrannt und das ist sowas unterschiedlich. Er sagt, er sagt, er sagt, ich weiß, ich weiß, dass die Kurden... Ich glaube, die kurden... Also, die einzige Chance, dass wir kurden in Frieden leben, sich mit Israel in der Hand zu geben. Richtig. Einzige Chance, die kurden haben keine Chance mehr. Wir haben Feinde, Perser, Araber, Türken. Wir haben keine Chance mehr. Das ist eine verdammte Islamisierung. Es wird keine Frieden mehr geben. Kurden werden keine Stabung bekommen. Und ich hoffe... Asad, weißt du, was die Kurden die größte Prozesse hat? Ich fahre, das ist... Unsere eigene Verräter. Verstehst du, was ich meine? Die Kurden sind da oben, da unter mir. Diese Verräter. Ich will was sagen, was mir im Herzen liegt. Ich will was sagen, was mir im Herzen liegt. Wisst ihr, warum eine Autoregionomie Kurdistan in Irak gibt? Wisst ihr das überhaupt? Weil die Autoregionomie Kurdistan sich mit Israel in Hand gegeben hat. Das wurde eine Autoregionomie. Wisst ihr das? 1971, 1991, 1997, Israel, israelische Geheimdienste waren in Kurdistan. Die haben uns unterstützt. Deswegen gibt es eine Autoregionomie Kurdistan. Ja. Das vergessen viele. Wir wurden jahrelang islamisiert. Die Kurden wurden islamisiert, wurden enttäuscht leider. Ja. Und ich will da auch in Kurdistan wirklich, wo Islam keine Rolle mehr hat. Wo die PKK und die EPG ist nicht außer dieser Barzani. Sollen wir SBB entfernen? Weil ich glaube, das wird... Lass mich doch jetzt mal reden. Er wird nicht auf die Fragen eingehen. Warte, ich würde sagen, wir geben eine Chance, SBB, was er sagt. Genau, SBB. Warte mal, SBB. So, jetzt schau dir mal die erste Frage an. Nein, es heißt SBB. Das ist kindisch. Schmeiß den raus, ganz ehrlich. Er ist ein unerzählter Junge. Er hat sehr schlechte... Seine Eltern waren Vorbild für ihn. Und bitte, 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 Glatzkorb, sei leise. Ich hätte nur einen Vater... Stimmt, sein Vater und seine Mutter waren gute Menschen und haben versucht, ihn zu erziehen. Aber die Straße hat ihnen einen anderen Weg gegeben. Naja, ich weiß nicht, ob Mutter oder Vater gute Menschen waren. Irgendwo hier hat er diesen Drang. Das Problem ist, sie denken, viele denken, das ist Männlichkeit. Aber ein Mann ist eben in der Lage, Dinge zu kontrollieren. Dominanz bedeutet volle Kontrolle. Und wenn jemand sich selbst nicht kontrollieren kann, dann ist das absolut nicht männlich. Eins möchte ich sagen. Eins möchte ich sagen, jeder Kurde, wo gegen Zionismus und gegen Israel ist, ist gegen sein eigenes kurdisches, autonomisches Gebiet. Genau. Muss man ganz ehrlich sein. Ganz einfach. Ja, sie haben uns im Syrien- und Irakkrieg, haben sie uns wie Tiere behandelt. Ja, sie hatten überhaupt keinen Respekt. Und weißt du, in schiitischen Quellen steht, dass die Kurden mit Dschinn zusammenarbeiten, dass die Kurden sich mit Dämonen verheiratet haben. In den schiitischen Quellen. Ja, wie kann man überhaupt Schiite sein und Kurde? Ja, ich komme aus einer kurdisch-schiitischen Familie. Aber wie kann man überhaupt den Islam annehmen, der so feindlich ist gegenüber uns Kurden? Ja, das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Erfan, die Kurden haben einfach verloren. Das ist einfach so. Durch diese Männlichkeit und Islamisierung. Mein Lieber, es sind drei Uhr. Ich nehme jetzt den letzten Gast. Okay. Das ist Oliver Möwis oder Möwüß. Ich nehme den an, das ist der letzte Gast. Und danach werden wir uns versuchen zu verabschieden. Bitte gebt jetzt noch eine Runde Gas mit Likes, wenn es geht. Mit Teamgeschenken, kleinen Geschenken, großen Geschenken, wie ihr könnt, dass es nicht einschläft. Und guten Abend, Oliver, was möchtest du uns sagen? Ja, grüße euch nochmal. Vielen, vielen Dank, dass Sie mich schwach genommen haben. Ich wollte nur den Kian fragen. Wie gesagt, ich habe ja was mitbekommen aus dem Krankenhaus. Das Video, wo der Herr Stürzenberger so erzählt hat. Er hat es ja Gott sei Dank überstanden. Ist ja nicht lebensgefährlich jetzt noch bedroht durch diese Verletzung. Aber weißt du auch weiter was vom Herr Stürzenberger, also dass es ihm so weit gut geht oder so? Oder stehst du im Kontakt zu ihm, Kian, wollte ich fragen. Nein, aber ich habe Leute, heute ist der Gernot Tegelmeier, der bei uns am 29.06. in Nürnberg mit auftritt. Und der hat heute Michael Stürzenberger im Krankenhaus besucht. Michael Stürzenberger wird nicht sterben an seinen Verletzungen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, aber Konrad, Konrad Tausender heißt er. Und er, wow, du hast den Löwen bekommen. Wow, danke Asad, das ist unglaublich. Das ist ein Mini-Löwe. War das Asad oder war das wieder Merlin? Das war Merlin wieder, Merlin, du bist unglaublich. Oh mein Gott. Ich danke dir, vielen, vielen Dank, Merlin. Das war ein Baby-Löwe. Danke dir, Löwe steht ja auch für Israel. Also das ist mein Lieblingsgeschenk. Vielen, vielen Dank. Und das hilft auch zum Stream. Dankeschön zum Abschluss nochmal. Entschuldigung, ja, Merlin ist tatsächlich ein Ehrenmann. Ja, Merlin ist immer gut drauf, auf jeden Fall. Absolut. Jetzt, Kian, ich entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, also Michael Schnurzenberger ist durch. Ja, er hatte Glück gehabt. Er hat auch einen Messerstoß in die Halsgegend bekommen. Aber glücklicherweise hat das nicht irgendwelche Organe verletzt, die ihn hätten umbringen können. Er hat Stich ins Gesicht bekommen und seinen ganzen Körper eigentlich inklusive im Bein. Seine Venen wurden verletzt, aber keine Arterie. Wäre die Arterie getroffen worden, dann wäre Michael dort verblutet, weil die Hilfe für ihn kam erst fünf Minuten später. Und das Blut wäre in dieser Zeit, also seine sieben, sechs, sieben Liter Blut im Körper wären in dieser Zeit aus dem Körper geschossen. Und das hätte keiner mehr verhindern können. Wir haben aber jetzt noch den Konrad Tausender. Und Anna hat die Bilder gesehen. Und der Konrad, der hat bedauerlicherweise einen schweren Stich in die Seite des Körpers bekommen. Und das Messer ist faktisch in seinem Körper verschwunden. Und von ihm wissen wir nicht, was mit ihm los ist. Und der Konrad ist, der ist wirklich ein lieber Kerl. Also mit dem habe ich fast auf jeder Konferenz zusammengesessen. Und ich kann Ihnen vorstellen, mit was für einer Kraft man reinschlagen muss, damit ein Messer so tief in einem... Wo ich die Kleine... Es ist grausam. Einfach nur, ich habe an seine Mutter gedacht und an seine Ehefrau, natürlich an ihn selbst, aber für seine Familie, für Menschen, die ihn großgezogen haben oder die mit ihm Leben geteilt haben, das ist ebenfalls ein Schlag mit dem Messer. Und ich weiß nicht... Die Drechseltern, die er hat, ja, seine abscheuliche Mama und sein abscheulicher Vater, die werden ihn feiern. Für diese... Nee, ich meine von dem Mann, dem das... Achso, Konrad. Konrad ist... Konrad... Und ich sage euch mal eine Sache. Der ist ein so süßer Mann. Wirklich. Ein total lieber Kerl. Der ist richtig... Der hat Pranken wie ein Bär. Und der ist muskulös und kräftig. Aber wenn du seine Stimme hörst, dann denkst du, ein Kätzchen redet dort. Der ist total lieb, der Kerl. Richtig sanftmütig. Sehr nett. Sehr gebildet. Und ich habe sehr gerne in der Anwesenheit von Konrad zusammengesessen. Wir waren auf 25 Kundgebungen zusammen. Und wir haben oft abends nach der Kundgebung im Restaurant gesessen und gesprochen. Und ich habe dir ja das Foto zugeschickt, Anna, du siehst ihn ja. Er war ein total lieber Kerl. Ein richtig lieber Kerl. Und er liegt jetzt im Krankenhaus und wir wissen nicht, ob er das überlebt. Und es sind Schmerzen. Und es ist furchtbar, dass der Afghaner direkt aus der Hölle kommt. Und dass aus einer gesunden Familie kaum so jemand raus kann. Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Aber ihm wurde wirklich links neben lebenswichtigen Organen, abgesehen davon, was für Schmerzen der Arme leidet. Ich kann mir nicht vorstellen, was seine Eltern fühlen, was seine Frau fühlt, seine Freunde. Das tut weh. Ich bin eine außenstehende Person und es tut mir weh einfach nur. Ich kann nicht vorstellen, was seine Familie und seine Nächsten fühlen. Und ich kann nicht verstehen, dass in Deutschland es akzeptiert wird, dass Friedenstauben auftauchen und das alles irgendwie so erklären, als wäre das ein Einzelfall und nicht alles. Die feiern das. Wir haben in den Stunden danach gesehen, wie viel Glück Leute empfunden haben, dass das passiert ist. Die haben das sogar rechtfertigt und gefeiert. Warum kommt keine Friedenstaube und sagt nicht einfach dieses Scheinfeilige, ich verurteile das, sondern sagt, ich verurteile und verachte euch diejenigen, die das gefeiert haben. Genauso wie mit dem 7. Oktober. Das ist Israel-Szenario. 1 zu 1. Es kommt zuerst zu einer Attacke, dann wird das Opfer zum Täter ernannt, dann wird das Opfer verhöhnt, durch den Kakao gezogen. Dann vergisst man so ein bisschen, was passiert ist. Es beginnen Spekulationen. Angeblich soll der Polizist, der geschossen hat, natürlich ein Moslem sein. Er könnte auch ein Spanier sein. Jetzt wissen wir, er ist ein Iraner, genauso wie Kian. Aber er ist definitiv dort in einem Dienst. Er arbeitet für die Polizei. Also man nimmt den Fokus von der Gefahr, die von Friedenstauben kommt, auf alles Mögliche. Das erinnert mich sehr an Israel-Szenario. Und zum Schluss spricht man nur noch über den Polizisten, so als wären die anderen Opfer. Und die Gefahr, die durch Friedenstauben kommen, überhaupt nicht da. Und ich verstehe nicht, dass man in Deutschland das alles so hinimmt. Danke, Andi. Dass man nicht an die Politik jetzt großen Druck aufbaut. Ich meine, jeder zweite Post bei X richtet sich direkt mit Ad-Zeichen an Baerbock oder an Nancy Faeser. Sie müssen millionenfach Briefe, E-Mails, Vorwürfe in Social Media bekommen. Die kriegen sonst überhaupt nicht mit, was wir dagegen haben. Die müssen mitbekommen, sie kriegen einen Shitstorm. Nur bei Shitstorm werden sie anfangen, anders zu handeln. Weil die kriegen, die verstehen das nicht. Anna, die werden nie, Entschuldigung, solange diese Regierung an der Macht, es wird gar nichts mehr gehandelt. Natürlich, aber die werden, die werden, natürlich, das sind Linke, aber ich sage nicht, dass die sich ändern werden. Die werden aber sich nicht mehr sowas trauern. Am Anfang trauten sie sich nicht so viel. Sie haben sich Schritt für Schritt das erlaubt. Alles, was unser Ministerkabinett sich in Deutschland erlaubt, ist too much. Die müssen zurücktreten. Diese Leute müssen dazu gezwungen werden, durch die Äußerung der Bürger, wir sind Deutschland, nicht die, die arbeiten uns. Ja, aber das juckt die nicht. Das juckt die nicht. Das ist genauso in Amerika gerade. Diese illegalen Leute, diese Leute, die Amerika den Bach runtergehen lassen, mit dieser Regierung, die wir in den USA haben, so eine Scheißregierung haben die auch in Deutschland, die werben irgendeinen Scheiß jetzt. Weißt du, ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion. Ja, ich weiß. Wir müssen das nicht besser machen müssen. Aber der Fokus wird wieder dahin gelegt und dahin gelegt und wir gehen nicht auf den Punkt. Das wird irgendwie wieder verschwinden. Nach ein paar Monaten war das so. Dann hast du wieder so Deutsche, so tolle Deutsche. Heute war auch wieder sowas mit Antifa. Die haben sich dann mit der Polizei in Mannheim eine Schlacht geleistet. Das war ja auch. Ja, und dann hast du dann wieder die deutsche Politik und diese Deutschen, sage ich jetzt mal. Aber sie müssen anfangen. Ich weiß, ich weiß. Aber dann gibt es wieder so Deutsche oder Leute, die in Deutschland leben und sagen, wir dürfen jetzt nicht alle Muslime pauschalieren. Das wissen wir alle. Aber am Ende des Tages, Leute, ich sage das jetzt nochmal, ob das jetzt eine Hetze ist oder nicht, das ist eine Gottverdammte Tatsache. Diese Leute sind für uns, das ist egal, rechts neben mir, links oben, links rechts oder hin. Also was ich meine, Jeside, Jude, Hindu, egal. Die werden uns, wenn das weiter so geht, werden wir das nicht mehr gut überstehen. Nein, wir werden es nicht gut überstehen. Aber was ich meine ist, wenn wir an die Politik Zeichen setzen, dann wird auch die Opposition, die konservative macht, uns sehen. Das ist auch wichtig. Es ist so, wenn ich den Stream führe, ich muss auch von euch ein Feedback haben. Wenn ich Geschenke, Likes, Kommentare, Abos und super Abos bekomme, dann weiß ich, okay, ich bin mit meinen Leuten in Kontakt. Und genauso ist das auch für die Opposition. Die sind jetzt nicht an der Macht, aber die müssen wissen, wir sind im Kontakt. Was sieht denn die Opposition? Was sehen die ganzen Konservativen? Es gibt natürlich, ich spreche nicht von dir, du bist aktiv. Und nicht von denen, die unbedingt jetzt in meiner Zion-Familie hier im Chat sind, Likes machen oder oben sind. Aber uns hören ja verschiedene Menschen zu. Und ja, wir müssen auf einem friedlichen Weg, weil ich komme aus der Ukraine, ich bin absolut aufgrund meiner Erfahrung gegen gewaltvolle Umstürze. Das führt zu nichts Gutem, das führt nur in eine Katastrophe. Wir müssen auf einem demokratischen Weg gehen, das sage ich nicht, weil wir auf TikTok sind, ich meine das so, wie ich das sage, damit wir nicht ein noch größeres Unglück heranziehen. Wir müssen auf einem bedachten, kühlen, demokratischen Weg dazu gehen, gemeinsam als eine Zivilgesellschaft, dass die Regierung, die uns nicht passt, geht, ein Feedback bekommt, dass wir es nicht tolerieren, dass wir es nicht akzeptieren und dass wir eine konservative Regierung möchten, die uns nicht ausliefert, sondern beschützt und die nicht andauernd sagt, oh, aber wie soll das gehen, oh, aber wie können wir das machen? Die haben es geschafft, uns Masken anzuziehen, uns zu verbieten, Geburtstag zu feiern, zusammen mit Familie, Weihnachten, Neujahr, auf die Straße zu gehen, in den Laden zu gehen, Brot zu kaufen. Also werden die es wohl schaffen, wenn sie wollen, auch eine gesetzliche Grundlage zu machen, um auch die unter Betrug und Geschenk an Staatsbürgerschaften, diese wieder zu entziehen oder diese Leute in irgendeinem anderen Land, Wüste abzulegen und zu sagen, hier kannst du mit deiner deutschen Staatsbürgerschaft bleiben, wir wollen dich nicht. Alle, die Kalifat wollen, Juden hassen, Deutsche hassen, meine Deutsche müssen Kalifat gegen Döner tauschen oder Deutschland gegen Döner tauschen. Alle, die hier Leute bedrohen, verfolgen, natürlich alle, die sich schon als kriminell gezeigt haben, vergewaltigen und so weiter. Grundsätzlich gewalttätige, gewaltbereite Menschen, Menschen, die gefeiert haben am 7. Oktober, sind auch für Deutsche gefährlich. All das muss weg und das ist die Aufgabe der Politik. Wir brauchen solche Menschen wie Gerd Wilders, die das Kind beim Namen nennen und an Konzepten arbeiten. Das ist das, was ich halt eben dir antworten wollte. Wenn wir immer sagen, aber es wird nicht passieren, aber wie soll man das machen, dann ist das ein... Das habe ich nicht gemeint. Der Punkt war einfach nur, der Punkt ist, das muss alles schon strukturiert vorgehen. Aber der Punkt an der ganzen Geschichte ist, ich weiß nicht, ob wir so lange überhaupt Zeit haben, aber das ist eine andere Thematik, das müsste man nochmal anders, da muss man genau hinschauen. Aber Frage noch an Kian. Meinst du, der Stürzenberger wird weitermachen oder wird er auch sich dem Sachen beugen? Was ist deine Meinung dazu? Ach, das ist sehr schwierig. Ich kenne Michael Stürzenberger als jemanden, der keine Gefahrenarten hat, die er ausfahren kann. Er hat so oft, er hat mal eine Batterie an den Kopf gekriegt, Flaschen geschlagen. Ja, aber das ist jetzt extrem. Also das ist eine ganz andere Dynamik. Ja, es ist verglichen mit damit absolut überhaupt nicht vergleichbar. Aber, aber ich vermute, ich vermute, denn er hat immerhin jetzt am Bett gesagt, dass er seine Sicherheitsvorstellung nicht der Realität angepasst hat. Ich würde sagen, wann immer die BPE jetzt auftritt, wird ein gigantisch großes Polizeiaufgebot sein, egal wo er hingeht. Er hat immer seine Absperrung bekommen, was ich ihm immer vorgeschlagen habe. Ich bin mit ihm anderthalb Jahre auf die Straße gegangen und habe selber an 25 Kundgebungen teilgenommen mit ihm. Und ich habe ihm immer gesagt, du musst auf die Sicherheit aufpassen. Nein, wir müssen hier aufpassen, dass wir in Kontakt bleiben mit den Menschen. Das ist ein Irrtum, was du da tust. Er hat jetzt eine übelst harte Lektion erfahren und ich wünsche ihm das nicht ein zweites Mal. Und ich würde sagen, die meisten BPE-Leute, die dort sind, sind nicht besonders mutig und ich vermute mal, die werden abspringen. Er wird also Schwierigkeiten haben, ein Team zusammenzustellen, das mit ihm durch die Städte fährt. Okay. Und andere Frage war noch, was ist mit der PAX? Was meinst du, die PAX wird sich ausbreiten? Also Kundgebungen, die gehen ja nach Hannover, oder? Das ist das Problem. Also ich kann mir nicht vorstellen, die haben es ja ausgedehnt. Die haben ja sogar drei Teams gebildet jetzt mit drei Autos und drei Tontechnik. Und die wollten alle in verschiedene Städte, aber das wird jetzt wegfallen. Die wollten die PAX nicht aus dem Ausland kommen? Das ist ja doch diese europäische, islamkritische Organisation, die aus ganz Europa angreist nach Nordrhein-Westfalen. Das wird nicht funktionieren. Also ich habe ja selber eine eigene Bewegung gegründet, Renaissance Deutschland. Und unsere erste Veranstaltung haben wir jetzt Ende diesem Monat. Und ich kann nur sagen, es wird richtig, richtig, richtig gefährlich, auch für uns. Und ich kann nur sagen, jede Art von islamkritischer Aktivität wird von der Polizei jetzt ganz besonders begutachtet. Das heißt, entweder sagt die Polizei ab, weil die Gefahrenlage zu groß ist, oder wenn zugesagt wird, dann wird halt eben um uns ordentlich aufgebaut und man wird aufpassen, dass uns nicht viel passiert. Ja, und das ist das, wo ich das Problem sehe, weil Behörden eventuell die Gefahrenlage zu hoch sehen, werden sie vieles absagen oder verbieten. Und das ist so quasi, wir beugen, verstehst du was? Ich meine, wir beugen uns quasi, nicht wir. Das dürfen sie nicht. Also Versammlungsfreiheit ist grundgesetzlich geschützt. Das dürfen sie nicht. Ja, du brauchst eine Behörde nur über eine Versammlung informieren. Du brauchst nicht mal die Erlaubnis von einer Behörde zur Versammlung. Du musst nur eine Behörde informieren. Das ist alles. Die Versammlung ist ein ungeheuer großes, wichtiges Gut in unserem Grundgesetz. Ja, das stimmt. Das können wir nicht aushebeln. Aber solche Kundgebungen, wie jetzt der Stützenberger gemacht hat, kann man sowas verbieten? Man kann es nicht verbieten. Das ist nicht möglich. Aber die Städte und Gemeinden können schikanieren. Die können sagen, da haben wir sechs Straßenfeste oder sie organisieren selber drei Straßenfeste, da wo Michael seine Kundgebung machen möchte. Die sagen, wir prüfen ihren Kundgebungsort und dann melden sie selber drei Feste an und erlauben ihnen dann nicht, dort hinzugehen. Und so kann man dann Leute aus der Stadt drängen. Aber wenn man zum Beispiel solche Kundgebungen weiterhin macht, kann auch die Stadt sagen, wir geben keinen Polizeischutz? Geht das auch? Nein, nein. Die Polizei muss dabei sein. Okay. Die muss dabei sein. Die Polizei ist die ausführende Versammlungsbehörde. Und gerade in Bezug auf Islamkritik muss man auch immer dabei sein. Die kann nicht fehlen. Hast du, und ich will dich nicht länger da, sorry, da gibt es ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie man Doktor oder Solav und ich weiß gar nicht, wie der heißt, in Schweden, ich weiß nicht, wie das überhaupt gehen soll, in Schweden offiziell, ich weiß, das finde ich eine krasse Aktion, in Schweden gibt es da so zwei, einer ist Iraker, glaube ich, oder Kurde, ich weiß es nicht, und die andere, die sind in Schweden und die offiziell, tun sie sich auf bestimmten Marktplätze oder was weiß ich, versammeln, also zu zweit oder zu dritt und die werden wirklich geschützt mit fetter Absperrung und verbrennen den Koran direkt. Hast du das schon mal gesehen? Ja, ich habe Kontakte zu denen. Achso, okay. Also der Edwin Wagensfeld, der jetzt auch am 29. in Nürnberg dabei sein wird bei unserer ersten Veranstaltung, der ist ja der Haupt-Koran-Verbrenner. Nein, nein, aber ich rede in Schweden allgemein. Ich meine, der gehört dazu, zu dieser Gruppe und der fährt oft nach Schweden und Norwegen und da trifft er zum Beispiel in Norwegen den Rasmussen und der Rasmussen, der verbrennt den Koran auch und in Schweden ist das so eine Blonde, die das macht und die ist auch ziemlich heftig, aber die ist auch super christlich, also die ist auch so eine evangelikale. Ja, klar, das ist schon heftig, also das ist auch oft im Live, also die machen das live und er ist auch dabei, also er spricht aber sehr schlecht Englisch und das bisschen Arabisch, was ich da noch mitbringe, aber wie schon gesagt, das Verbrennen ist, glaube ich, in Deutschland verboten, ich meine, das bringt das sowieso nicht viel, ich finde das eh heftig, aber dass die in Schweden sowas erlauben, das finde ich schon, also... Ja, genau, Schweden erlaubt das, also es gibt keine Blasphemie-Gesetze in Schweden, deswegen darf man auch, ihr müsst einfach wissen, dass die Skandinavier, die sind absolut atheistisch, also da gibt es, da setzt sich gar nichts durch, weder Religion noch sonst irgendetwas, die lieben ihren heidnischen Kult und fertig. Ja gut, ich weiß nicht, was das für ihn bringen soll, den Koran zu verbinden, weil der kommt immer wieder... Eine sehr gute Idee, ist eine wirklich gute Idee. Der erste Schritt zur Emanzipation ist, dass man den Mut hat, andere Religionen lächerlich zu machen. Lächerliche Überzeugungen, aus meiner Perspektive, verdienen Sport. Die lächerliche Überzeugung, also wenn jemand wirklich glaubt, dass der Prophet Mohammed mit seinem Finger den Mond gespalten hat und dass er die sexuelle Kraft von fünf Männern gehabt haben soll und so weiter und so fort, das sind Märchen. Ja, ich weiß, aber nicht mal Kinder zeugen können. Genau, und kein einziges Kind hat zwölf Frauen, aber kriegt keine Kinder zustande. Ja, das ist halt ein richtiger Kaffir, weißt du, was ich meine? Ich bin mal kurz zusammen. Du weißt Bescheid. Ja, diese ganzen Gottverdammten Kuffars, ich weiß es doch. Aber danke für die Information, aber ich würde mich da mal ein bisschen... Wann ist deine Kundgebung und wo? 29.06. in Nürnberg. Okay, kann sein, dass ich in die Richtung komme. Oh, herzlich willkommen, würde ich gerne kennen. Ja, nee, weil ich habe Familie mittlerweile in Grafenwöhr, ja, auf den Stützpunkt, die sind jetzt gekommen. Und ich lebe auf Rammstein, deswegen, ich bin eh geschüttet. Ah, okay, alles klar, ja, das ist der beste Platz, da kann dir gar nichts passieren. Ja, genau, da kann mir gar nichts passieren. Also, ich kann streamen von Rammstein aus und ich bin entgegen von... Ey, Shadow, wir kriegen dich, wir kommen jetzt bei dir vorbei und klingeln an deiner Haustür. Ja, herzlich willkommen, ungefähr. Wie viele tausend US-Soldaten gibt es in Rammstein? Ja, das meine ich ja gerade. Ach, das wäre witzig. Wir kommen vorbei und dann klopfen sie da an so einem Zauntor und dann stehen da drei, vier GIs mit Maschinengewehren und sagen... Ja, ich weiß, wo du wohnst, ja, bei den Navy's, bei diesen Sea-Navies oder wie die heißen. Ja, die gibt es in Stuttgart, die Navy Seals, du hast Special Forces und Navy Seals. Ich sehe, es wird sehr witzig sein, wenn jemand bei dir anklopft und... Ja, ja, die sollen durch das Ding. Ich habe auch mit meiner Familie gesprochen und habe gesagt, weil da weiße Rekose Dinge kommen, aber das... Kann ich bei dir einziehen? Ich habe gestern auch, ich werde auch nochmal einen Stream machen, ich habe mich gestern nochmal mit einem Christen unterhalten, der in Israel lebt. Der ist katholisch, der ist Araber, aber er hat... Ich werde da auch noch einen Stream machen, aber das muss anders gemacht werden. Der wird auf Englisch oder auf Arabisch oder Bibliisch sein. Und er ist Rechtsanwalt in Haifa und er hat gestern zu mir ausdrücklich gesagt, dass er bereit ist, das zu machen. Also das nächste Mal, wenn ich nach Israel fliege, was vielleicht in den nächsten paar Wochen sein wird, werde ich das auch machen. Und ich werde auch die Leute darüber in Deutschland informieren, dass er dann auch live sprechen wird. Also er ist Rechtsanwalt, er ist Jurist und er lebt in Haifa, er ist katholischer Araber. Und er hat mir grundsätzlich gesagt, er hat auch in Italien an der Botschaft gearbeitet, kann auch sehr gut Italienisch und Spanisch. Und er hat zu mir grundsätzlich gestern nochmal gesagt, das hat er auch offensichtlich gesagt, er macht seine Streams auch immer in Hebräisch und nicht in Arabisch. Aber er ist nun mal Arabisch sprechen und das will man ihm auch nicht abreden. Also absprechen, er ist katholisch, das ist natürlich eine ganz andere Sparte. Und er hat mir das grundsätzlich gestern gesagt, er würde nichts anders wollen. Er würde niemals unter einer arabischen palästinensischen Regierung jemals in Israel leben sollen. Also die Israelis sollen bleiben, wo sie sind, hat er gesagt. Genau das ist auch meine Erfahrung mit Arabern aus Israel. Ja, aber du musst einen Unterschied machen zwischen arabischen und Christen dort. Du musst einen pervers großen Unterschied machen. Die arabischen Christen spalten sich hundertprozentig ab von den Muslimen dort auch. Aber auch muslimische Araber, ich kenne sie tatsächlich, wählen mit Absicht und ich habe sogar, ich muss das wieder herausfinden, ich habe das mir irgendwo abgespeichert, die Mehrheit der muslimischen Araber, oder zumindest nicht die Mehrheit, aber knapp die Hälfte, wählt mit Absicht jüdische Parteien, weil sie nicht unter Arabern leben, also nicht unter arabischer Regierung in Israel leben möchten. Aber ich weiß schon, was du meinst, aber gerade die Christen, also die... Die Christen sowieso, das ist... Die Christen, die leiden unter den Muslimen, auch unter den Armen. Die Christen leiden dort unter den Friedenstauben. Christen leben wunderbar mit Juden zusammen. Ja, genau. Und Christen hätten gerne... Natürlich, gerade die Christen sagen oft, dort Groß Israel wäre unser Traum, weil die fühlen sich dann sicherer, wenn die nicht solche Nachbarn hätten. Ich habe vor, einen Stream zu machen, hier lebt ein Araber aus Gaza in Deutschland, er ist mit einer ukrainischen Frau verheiratet, er lernt gerade Deutsch, weil er kann richtig gut natürlich Arabisch und Russisch, er lernt gerade Deutsch, ich möchte mit ihm einen Stream machen, er tanzt mit israelischer Flagge, er ist absolut pro Israel, er hat auch Familie in Gaza und Familie in Westjordanland, er verachtet absolut alles, was hier passiert und seit Tag 1, also seit dem 7. Oktober, er ist selbst geschockt von den ganzen Arabern, von den ganzen Muslimen, Friedenstauben, die hier lügen und er klärt auf Russisch im Moment sehr viel auf, was tatsächlich in Gaza vor sich geht, wer die meisten Zivilisten und wer UN war, wer die UN in Gaza ist und so weiter. Ich warte, bis er sein Deutsch etwas bessert und dann sagen wir mit ihm zusammen eines Tages hier, ukrainische Palästinens, genau, Igor kennt ihn, ukrainischer Palästinenser nennt er sich und eines Tages werde ich ihn in meinem Stream nehmen, sobald er sich auf Deutsch ein bisschen besser fühlt und wir werden mit ihm zusammen Akzent Schala sagen und er kommt eben aus Gaza und er hat in Gaza gelebt und er hat dort Familie und das sind so diese Ausnahmen, die die Wahrheit sagen. Oh, danke schön für ein Welcome-Abo in meiner Cion-Familie, für ein super Abo, vielen Dank. Das sind so Ausnahmen, die die Wahrheit sagen. Also Wahrheit bedeutet Tatsachen, Faktencheck, nicht meine Meinung teilen, sondern eben von Fakten. Und die Menschen, die in Deutschland oder in westlichen Ländern allgemein, gerade von dort, diejenigen, die dort Familie haben und diese Fakten verbreiten, das sind Proxys der Hamas, das sind Schläfer, die sind gefährlich für uns in Deutschland. Die tun es entweder aus Absicht oder aus Umzeit, whatever, aber wenn wir eines Tages in Deutschland am 7. Oktober erleben, wird uns das nicht erleichtern, weshalb sie das tun. Die Wahrheit sieht folgendermaßen aus, alle adäquaten Araber und Muslime in Israel, in Gaza und in Westjordanland möchten gern mit Israel zusammen sein. Es gibt auch Araber, Muslime in Sumeria und Judäa, sie träumen davon, dass Israel sie endlich besetzt, weil Israel sie eben nicht richtig, also es gibt da kein Israel. Die kontrollieren zwar manche Checkpoints, aber die besetzen sie nicht. Wann haben Menschen in Gaza gut gelebt? Solange Israel da war. Also die haben viel besser gelebt. Die leben schlecht unter den Arabern. Deswegen Menschen, die klar in der Birne sind, die möchten natürlich, dass Israel zurückkommt. Alles, was Hamas oder Dschihad unterstützt oder muslimische Brüder, das sind indokrinierte Menschen und leider sind indokrinierte Menschen in Deutschland. Ich wünsche uns allen Leilatow gute Nacht. Ich gebe immer das letzte Wort meinen Gästen. Deswegen sage ich als erstes immer auf Wiedersehen. Ich denke an die Geiseln. Ich möchte, dass die ganzen Geiseln zurückkommen, die immer noch in Gaza gefangen sind. Ich möchte, dass ein Wunder geschieht und dass sie lebendig nach Hause kommen. Ich denke natürlich auch besonders an die Kinder, aber auch an Erwachsene. Ich denke an die Opfer, an die Kinder, die entführt worden sind und die keine Eltern mehr haben. Ich möchte einfach nur, dass Israel zur Ruhe kommt und dass Israel total gewinnt. Das heißt, dass auch alle Feinde von Israel, ganz egal wo, möchte ich am Boden zerstört sehen. Und zwar überall auf der Welt. Und ich möchte auch damit Frieden in Deutschland und in unserer Welt. Und ja, gute Nacht und am Israel Hai. Wir beginnen bei Black Eagle. Du hast das letzte Wort jetzt und enden bei Azad. Meine Gäste haben immer das letzte Wort. Chad, danke für die Geschenke. Danke sehr, sehr, sehr nochmal besonders an, das muss ich aber noch erwähnen, Entschuldigung. Weil ich habe heute sehr viel Einsatz von Merlin. Du bist unglaublich. Ich danke dir sehr, Alexander, Azad auch, Oliver, Xer, Lexa. Dann habe ich noch Kian natürlich, Kosinus und alle weiteren. Es sind sehr viele. Und natürlich für die ganzen Likes. Gute Nacht. So, jetzt Black Eagle. Also, ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Eins wünsche ich mir, dass der Verfassungsschutz und der Staatsschutz einfach seinen Job machen. Das wünsche ich mir. Ja, Ames Ralfai. So gut. Das wünschen wir uns alle. Kian. Kian. Ja, ich bin da. Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Einfach nur ein toller Stream wieder heute. War alles richtig wunderbar. Und Shadow, komm öfters mal vorbei. Das ist cool. Immer neue Stimmen zu hören. Und wir wollen ja auch jüdische Stimmen hier haben. Und das ist richtig klasse. Scheint so die ganze Familie kommt zusammen. Recht herzlichen Dank. Danke, Kian. Oliver? Ja, also vielen, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte und meine Frage stellen durfte. Ich hätte jetzt noch zwei kurze Fragen gehabt, wenn das in Ordnung wäre. Ich wollte kurz, das dauert vielleicht maximal eine Minute, wenn es in Ordnung ist. Wenn es eine Minute dauert, ja. Okay, oder höchsten zwei, aber versprochen nicht mehr. Aber wirklich nicht mehr. Und zwar, Kian, gibt es auch jetzt wegen Europawahl in England auch konservative, rechtskonservative Parteien, die jetzt so im Vormarsch sind. Kann man da Hoffnung haben? Nee, kann man nicht. Okay, gut. Und die andere Frage, gibt es irgendeine islamische Gruppierung, wo du gar keine Gefahr siehst, dass die irgendwie Terror anwenden? Auch nur kein Anhänger von denen, irgendeine oder meinst du alle, es sind durchaus eine Gefahr? Britische Muslime sind weitaus gefährlicher als deutsche Muslime. Sehr radikalisiert, kommen aus einem sehr radikalisierten Milieu. Und ich sehe zum Beispiel den Muslim Council of Britain, da versammeln sich jede Menge giftiges Material drin. Ich würde sagen, gut aufpassen, es ist kein Spaß und wir haben alle Blicke auf England. Ich habe immer gesagt und ich bleibe dabei bis zum Ende aller meiner Tage, wenn ihr ein europäisches Land fallen sehen wollt, oder wenn ihr sehen wollt, wie ein europäisches Land ein islamisches Emirat wird, dann schaut nach England. Okay, dann vielen, vielen Dank. Und Shadow, ganz kurz, wenn Sie aus Rammstein kommen, ich komme gar nicht so weit weg von Ihnen. Ich weiß nicht, kennen Sie Baumholl da, wenn ich fragen darf? Ja, ja, ich habe dort gewohnt. Genau, das ist von mir ungefähr so 20 Kilometer weg. In der Oberstein oder was? Genau, fast dort, Birkenfeld. Ja, TB, ja, wie gesagt, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich noch mal da sein konnte und gerne bis zum nächsten Mal. Ja, nochmal lieber England. Aber du hast jetzt das letzte Wort für heute, nicht das letzte Wort, sondern für heute. Also ich kann nur sagen, es ist immer wieder schön, hier zu sein, auch wenn man manchmal nur zuhört und nicht zu beiträgt. Es ist immer wieder eine Bereicherung mit dem Wissen von dir, Anna, und auch von Kilian. Und da kann ich nur sagen, ich wünsche allen eine gesegnete Gute Nacht. Shalom. Aber du hast sehr viel beigetragen. Gesegnete Gute Nacht auch an dich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich finde es gut, dass du das so machst. Danke, Herr Kian, hast mir heute noch mal eine Erleuchtung gegeben. Das waren sehr gute Worte, was ich vorhin gesagt habe. Das ist die Musik in meinen Ohren, definitiv. Anna, gut, dass du die Sache so machst, so strukturiert. Das gefällt mir, deswegen schalte ich mich nicht öfters ein. Ich könnte noch mehr dazu sagen, aber das sage ich nicht. Danke, pass auf dich auf. An Israel Chai und Azad Berji, Kedistan. Amen. Kedistan, Amen. Und macht bitte ein Gästezimmer für mich frei. Ja, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es hart auf hart kommt, fahren wir alle auf den Stützpunkt. Nee, aber die haben ja auch schon Sicherheitsvorkehrungen gemacht. Ich will jetzt nicht nur mal reinreden, nachdem wo Hamas angekündigt hatte und die deutsche Regierung hat das, dass die Anschläge bei mir auch vor die Haustür machen wollen. Also das geht nicht, meine Leute. Die Amerikaner sind echt auf Vorrohr jetzt gerade auf den US-Stützpunkt. Amerikaner warnen uns auch. Also Amerikaner, auch wenn sie links gedreht sind, deren Geheimdienste sind nicht so wie unser Verfassungsschutz zum Beispiel. Und die wissen Bescheid. Nee, aber die Amerikaner haben ja auch für die, die Amerikaner haben für Deutschland die höchste. Die höchste Terrorstufe zum meisten. Ja genau, die Amerikaner dürfen eigentlich, was ich meine ist, die dürfen gar nicht, die haben, also die sollten gar nicht nach Deutschland reisen. Das muss das nicht mal geben. Und hier leben die meisten Amerikaner außerhalb den USA. Also das ist eine Kotz, Leute, ich kotze nur noch und ich kotze jeden Tag nur noch. Das ist Friedenstauben, das ist ein Geschenk der Friedenstauben. Ja, ich weiß, also Asad, bitte. Du musst dich nur in Stuben versagen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich nochmal für das Live. Also diese Live, also seit fünf, sechs Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Islam und Frieden und Demokratie in dieses Land. Aber dieses Live hat mir den Mut gegeben, dass ich meine Meinung jetzt einfach draußen ohne Angst einfach sagen kann. Also ich habe seit fünf, sechs Jahren geschwiegen. Aber was in Mannheim passiert war, war einfach für mich so, okay, das reicht. Ich sage mal, ich scheiße auf meine Sicherheit. Um eine Sicherheit, eine bessere Zukunft, unsere Kinder in Frieden leben, ist mein Leben egal. Für mich war halt, dieser Laufanfang war der Punkt, dass ich mich dann getraut habe. Zweitens, ich wünsche dem Geisel und israelischen Volk viel Frieden. Wir denken mit denen, wir fühlen mit denen. Und ich möchte noch den Kieran einmal mich ganz von Herzen entschuldigen, dass ich in seiner Kundgebung nicht teilnehmen darf. Und ja, Shalom Israel. Überhaupt kein Problem, mein Freund. Im Herzen bist du schon längst dabei. Asad, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine jüdische Ehefrau. Danke, das wünsche ich euch auch. Danke, ich habe mich. Ja, ich meine einen Mann. Ich habe schon einen, danke. Ich wünsche mir eine israelische Frau. Aber das ist schwer, glaube ich. Ja, ich bin schon weg, aber ich weiß nicht, du kannst ja Shado fragen oder jemanden. Auf jeden Fall, ich wünsche dir alles, alles Gute. Und weil du gesagt hast, du machst dir Sorgen, mach dir keine Sorgen und gründe eine Familie. Wir werden leben, wir werden alle leben und wir werden uns nicht von Friedenstauben aufhalten lassen. Ich habe hier schon manchmal Fragen, denkst du, für Deutschland ist das aus? Natürlich nicht, deswegen machen wir diese Streams, deswegen arbeiten wir, deswegen werden wir laut. Und Deutschland war, ist und wird sein, genauso wie Israel war, ist und wird sein. Und unsere Völker werden leben und Jesiden werden leben und Kurden und Iraner in Iran werden auch wunderbar leben und sich befreien. Alles wird wieder gut. Wir müssen einfach nur, weil wir erwachsene Menschen sind, höheren Kräften ein bisschen helfen und unsere Popos, unsere Pfirsiche in die Richtung von unseren Zielen bewegen. Und dann wird alles gut. Leila, doch gute Nacht. Was ich doch sagen würde zum letzten Punkt. Also wenn wir so weitermachen, wenn wir so ein Hand halten, dass wir WF fahren und Michael Stützenberger, dass wir auf die Straße gehen und laden werden. Ich bin mir sicher, dass eines Tages kommt, dass wir die Grenzen öffnen und dann einfach Frieden schaffen, Weltfrieden schaffen. Natürlich, natürlich. In Iran, die Frauen, die unter Druck werden, egal welches Land, wenn wir so weitermachen, wir werden gewinnen einfach. Wir dürfen nicht nur aufgeben. Danke dir, Azad Merlin, nochmal an dieser Stelle. Danke schön. Ich bin überrascht. Und du schmeißt den Stream sozusagen im Hintergrund. Du bist wie ein, wie sagt man das, wie nennt man diesen Server, auf dem der Stream läuft. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. So wie auch an alle. Michaela, auch gute Nacht. Ich schalte es aus, morgen 21.30 Uhr. Ich, Pins und ich. Beginnen den Stream mit zwei Runden. Ihr wisst schon was, ich brauche immer eure Unterstützung. Und dann laufen wir morgen in den Stream. Abo sagt, er fühlt sich wohl hier. Plus, minus, gute Nacht. An alle, gute Nacht. Ich fühle mich auch wohl hier. Und noch extra Dank an alle Gäste, die oben waren und jetzt oben sind. An jeden Einzelnen. Besonders an meinen Co-Host Kian. Du hast schon heute so viel Lob bekommen. Du warst weg. Da hat Dino dich voll gelobt. Er hat gesagt, dass er wegen dir überhaupt hier ist. Das war vermutlich auch eine Anspielung auf meinen wundervollen Charakter. Aber ich muss dich auch loben und dass du mich aushelfst. Vielen, vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht.